Geht das hier? Boah, funktioniert, Bruder. Das geht. Technik ist ein richtiger Huse, Alter. Jetzt hab ich dir aber... Äh... Pio, Paul, danke für den Prime im 19. Monat und Federdaten, danke schön für den Giftedan-Danjo. Jaja, ich hab Zung-Piercing rausgenommen mit Körigs. Ach, Opa, Willi, du hast mich doch schon angerufen, du alten Metagamer, du. Hab ich doch genau gesehen, in meinem Auge hängen die Dinge drin. Oh, ich hab sogar noch Mochi und Panda-Tee vergessen. Hält die Klappe, Da Vinci, Alter. Boah, Oma, das wäre richtig toll, wenn du mich heute unterstützt könntest, wenn echt solche Fragen auftauchen. Ich muss mal so Comments dafür machen. Äh, wait, Post, danke schön für den Prime im 8. Monat. Danke. Shit, schläft doch eh. Die Fragen werden kommen, ja. Was ist eigentlich bei dir, Da Vinci? Hast du immer einen Urlaub? Klar, arbeitet die auch mal. Hallo, Justin. Und Len Sung, danke für den Prime im 17. Monat. Ui! Ja, angerufen, weil ich jemanden auf dem Erdbeerfeld getroffen habe, der mir seinen neuen Klamotten gezeigt hat, Zwinker-Smiley. Opa Willi, du bist ein Lügner, wir haben nämlich nur gar nichts verkauft. Wir haben zwei Jerseys rausgegeben, einmal an O'Brien, der uns hilft im FP, wegen Grafiken und so, und einmal an seinen Kollegen, weil er übel genervt hat, und eine Sonnenbrille an den Präsidenten vom Lost MC für Werbezwecke. Und ein Frauenoberteil an die Erin für Werbung. Ja, chill in den Ecke, viel. Gut, Da Vinci, freut mich für dich. SEO, danke für den Prime im 14. Nein, jetzt gibt's wieder Hardcore Prime, Dings, Kreis-RP. Boah, Yankee Park Home, oh mein Gott, das leckt. Nein, ich werd' nicht wieder kurz sprechen, mein Hals. Ehe, ging, ging. Grüße. Grüße, aua. Wartensäck. Ich hab' hier grad noch so ne Video auf den Dings. Was für ein Video? Von dem Biggest Loser Camp, Best of. Ist da ne Ex-Freundin auch dabei? Nee. Ja, Tjufke. Hi. Schönes Hemd, woher? Von Jack? Ja. Ist wirklich so. Der Juri soll mal seine Karre wegpacken, das nervt mich übel. Klopft mal dagegen, der schläft in der Karre. Kennt er da drin? Aber der hat glaubt, nein. Lass mal ihn vor Wahrstelle fahren, ich will ihn Low-Worlder abschleppen. Gut. Wie vor Wahrstelle, hast du an der Verwahrstelle einen Abschlepper? Ja, der ist ja wahrscheinlich eingeparkt noch nicht. Wie ist der nicht an der Gange? Achso, an der Firma dann steht der? Keine Ahnung, die Firma, macht die überhaupt noch irgendwas? Warte mal, wo ist der pinke Juggler? Hä? Hä, den hab ich hinten geparkt. Beim roten. Achso. Ah, bei dem Juggler-Parkplatz. Da warst du doch vorhin dabei, Jack. Ja. Hast du wieder vergessen, ne? Das ist überhaupt nicht strange mit denen, um meine Stimme, ja? Ich bin immer noch gegen Securities. Warte mal, Oda gehört die Cody, ich ruf den mal an. Was? Ich glaub... Also ich sag dir so, wie es ist. Ich war heute Morgen hier mit Boxen mit einem. Und dann stand die Karre noch nicht da. Und nach den Boxen stand die da. Hier muss irgendwer... Ja. Ja, egal. Sie gucken ein bisschen aus wie Cody, so. Ja, ja, JFK spricht auch nochmal, auch wegen Hals. Ah, Fabian. Ah, geil. Rot oder pink? Rot. Rot. Der pinke geht mir übel auf den Sack. Gut, wie wollen Sie fahren? Nö. Gut. Ich fahr vorsichtig. Beruhigen Sie sich. Egal, ich fahr schnell rein. Dankeschön. Ich bin Gangster. Ich dachte, die Zeiten sind vorbei. Das sieht aber aus wie eine Yadi-Karre, ne? Die ist blau-gelb. Hm. Ja, das fang kein Low los. Ja, das ist ein abgobener Wichser. Stimmt, ich hab gar nicht... Ihr könnt's mal sehen. Merci. So musst du passen. Achso, Curtis. Ah, nicht so schnell, bitte. Danke. Was denn? Ich hab an der Erdbeerfeld heute der Opa getroffen. Welchen Opa? Der Willi. Der Wonka. Ja, ja, ja. Äh, der vermisst dich. Er hat mich angerufen. Ja, deshalb hat er mich angerufen. Ich dachte schon, er spielt mir die Läge. Ne, ne, ne. Ich hab den da getroffen. Er hat gesagt, ich hab coole Klamotten an. Da meinte ich, ja, ich mach mit Curtis zusammen. Um ehrlich zu sein, weißt du gar nicht, wie viel Kohle ich hab, ne? Geh nix. Ne, Bruder, FPS anzeige getriggert mich. Das ist tot. Waddup. Waddup. Waddup, Curtis. Waddup, Curtis. Waddup, Curtis. Oh, 42.000 Dollar. Wie viel? Privatvermögen. Hui. Wie viele Autos willst du? Meinst du, der kleine reicht, Jack? Ja. Oh, der Muffin ruft an. Hahaha. Mein Pounder ist weg. Nein, ich hab den hinten geparkt. Okay. Bist du im Park? Ja. Ich hol grad Abschlepper. Ich muss da ein paar Karren abschleppen, die da nicht hingehören. Wir dachten wohl, irgendwelche Gs, die können unseren Turf raiden, Junge. Geh nix. Äh, is nicht. Okay, bis gleich. Ich warte hier. Nee. Junge, wir haben so ein Vermögen auf Unity, ne? Das glaubst du gar nicht. Also, ich hab da mal... Hör mir auf, Alter. Wir haben so viel Kohle, ne? Und so viel Waffen und alles, Alter. So viele Autos. Hallo, Veloro. Und hallo, Sinalco. Oh, Sinalco. Besser. Hab ich mal gearbeitet. Überhör wir mal. Involve. Ich weiß gar nicht, ob der Abschlepper das hinkriegt. Äh, mich triggert die FPS-Anzeige, weil ich grad mit der alten Möhre unterwegs bin. Und wenn ich sehe, dass ich FPS-Spikes hab, wie jetzt gerade, dann raste ich aus. Deshalb ist es besser, wenn ich das nicht seh. Wie geht denn der Ding hier hinten hoch? Das funktioniert nicht. Oder geht der... Oh, mein Gott, bitte nicht. Nee, Tante, das ist nicht mehr so. Das wurde hier gefixt. Das haben wir weggemacht. Junge Hä? Würdest du ein anderer machen? Ich hab keine Ahnung, wie das bei dem Kleinen funktioniert Weißt du das? Kann der das überhaupt? Ja, warum lachen sie? Aber das ist mit dem, Junge, Alter Achso, das Quad ist von der Schwabbe Was? Das Quad ist von der Schwabbe Ja, dann soll der das mal wegparken, ist der dumm? Ja, willst du das Marvel-Signal von der DC da? Anmachen oder was? Na, bist du bescheuert, Alter? Boah, jetzt fang dich an wie der Fischergäste mit deinem Batman-Signal, Alter Ja, kick da richtig rein Ja, hast du an? Mach auf Ja, steig ein Los, Chigru Sag mal, was du drauf hast, du alten Abschlepper Warte Runter Boah, irgendwie hab ich richtig Bock Oh mein Gott, Junge, was hast du denn gemacht? Weh Hochgezogen hab ich Hochgezogen hab ich Ja, schmeiß die hier links einfach hin, mir doch scheißegal Wo links? Der hat ja nix zu packen, ja, links, Junge Da, wo der Arm rechts ist Hätte hier nix zu suchen, Alter Hier? Nein, da vorne im Gebüsch Da bei der dicken Eiche, Junge, hier rechts Bist du besoffen, Alter? Hast du Artilleriefeuerheit besoffen? Wolltest du das nicht hier rechts? Ja, schmeiß die einfach hier hin Ja Ja Jetzt muss ich den Park nehmen Ja, ich kann nicht lachen, das wird mir jetzt Bist du eigentlich, träg mal dir nur Brian anrufen, hier ist ein Falschparkhonto Ey, lass die Karre mal hier rechts verstecken Soll ich dich auch noch versuchen? Wen? Das Quad? Ja, ja Ich glaub, das kriegen wir aber nicht hoch Aber warum, du kannst das nicht abschleppen, klar Naja Ah, fick dich Schwabbe Fick dich Schwabbe Wart mal, da liegt einer auf Couch Ich riech den, weil sehen kann ich den nicht Ja, scheiß auf das, versteckt das da hinter der roten Backsteinmau Ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann nicht lachen Ich kann nicht lachen Mein Halt zu dir Junge, du sollst das, ach egal, steig bitte aus, Alter Mach Mutter aus Ach, Halt Maul, steig aus Junge, du bist der Schlechteste, den ich je in mein Leben gesehen hab Hauptsache von rechts pushen, Alter Wah, Junge, ich hab meinen Körper schon wieder nicht unter Kontrolle Mir wird schlecht Genau hier wollte ich hin Du bist für nix so gebrauchen, Jack Du? Ja Junge, Alter Äh Ali Dankeschön für den Prime im neunten Kuss auf die Nuss Kuss zurück Und PlanetX, danke für den Prime 26. Und Silent Joe, danke für den Whistam 6. Und Ola Fighting, danke für den Prime 2. Und Medium Pille, dankeschön für zwei Monate im Voraus Ezio hat mal Lensung auch so, ne, hat mal alle Hallo Mert Und hallo Goldberg Junge, das kriegt schon wieder richtig rein hier Ja? Ja, wie, äh Ja? Liegst du da hinten auf Couch, guck mal her Äh, 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 wie komme her Ehh, äh, 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 äh Kickt jetzt schon wieder rein bei dir oder wat? Bei dir kickdet Junge Wir sind hinter den Couch, die seinen Lkw, dengern Ne, kann gar nicht sein Ja, kann ja wohl sein Ja, Jackschätz, warum ihr? Achso Ja, aber ich bin mit Jiffki hier Ja, weiß ich Jiffki, komm Hab ich gesehen Ich bin faul Hallo, warum wird gelacht? Alles gut Das hat sich voll gelohnt, Alter. Lass mal dicke Firmengründungsdinger machen. Hä? Hä? Was hast du denn gegen Binko, Muffin? Ja, Binko, das klingt so, keine Ahnung. Aber ist doch schon etabliert. Ja, aber Binko, Junge, billig, Alter. Nee, wir sind nicht billig. Wie wärs mit Toastyware? Also ich hab den O'Brien heute angerufen und gesagt, er soll ein Logo für Maxus machen. Ja, und was hat er gesagt? Das ist scheiße. Ja, süß, sag ich doch. Der hat gesagt, das klingt nach zwei Freggeln. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Das Problem ist, das war ja erstmal die Übergangslösung. Binko, das klingt doch so. Ja, aber die Schneiderei heißt ja nur Maxus. Ja. Die du gegründet hast. Boah, ich... Der lässt das alles über einen Namen machen und dann scheiß drauf, also müssen wir vernünftig das rausnehmen. Aber Maxus klingt echt dumm, das klingt wie so ein Premiere-Abo. Ja, Maxus klingt. Wie so für ein Fernseher, weißt du? Ja, ist es ja auch. Ist es doch auch. Die neue Staffel Game of Thrones, jetzt bei Maxus. Klingt voll dumm. Würde ich niemals einkaufen? Ja, doch, würde ich doch. Wenn ich sehen würde, was wir für Klamotten haben, ja. Dann schon, ja. Sowieso, da ist dein Name scheißegal. Aber, weiß ich nicht, Binko? Wir haben halt ein Laden-Lokal gefunden, da können wir gleich mal hincruisen. Wir haben ein richtig geiles Lokal gefunden, aber wir können auch einfach sagen, Yogi sollte einen Pinsel in die Hand nehmen und die Schilder bemalen. Ah, den habe ich sogar verstanden. Hä? 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 Okay, dann habe ich den doch nicht verstanden. Aber... Hä? Ich verstehe das auch nicht. Hä? Ich auch nicht. Hä? Ah Ore? War wenigstens Thor. Hä? Äh.. Wahnsinn. Ja. Ja, dann zeig ich mal. Den Witz mit einem Pinsel verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Lass es mal dah Popular machen. Dann zeigen wir dir. Ist abgeschlossen, merk es selber. Ja, warum? Wie, warum? Weil er hier geklaut werden kann. Ja, wir stehen direkt daneben. Ja, Bruder, hier ziehen immer wieder Leute her, die hier nicht hingehören. Was wollen die denn hier? Keine Ahnung. Die tun so, als wären wir im Urlaub. Wir sind doch hier. In die Wüsten, Alter. Wir waren nie weg. Ich hab letztens noch mit dem Bademeister telefoniert. Hast du die Sachen von der Bombe bekommen, Muffin? Ja, ja, ja. Alles? Alles. Was war das mit der Envy und so für eine Griff? Den haben wir nicht mehr gesehen, der reicht. Aber wir haben gestern noch mit der Hustler gesprochen, da waren wir noch abends. Also die kenne ich nicht, ne? Keine Ahnung. Ja, ja, ich... Ein paar gute Jungs. Aber Ace war nicht da, der OG. Aber ich hab das weiterreichen lassen. Dann haben wir heute mit den Maxis gesprochen. Was hast du für eine Deal-Muffin mit den Maxis? Gar nichts. Also, die meinten, die haben das von Fischer und O'Brien bekommen. Ja, die haben es von mir aus gern nicht gekriegt, weil sie alles verstanden haben. Ja, ja, ja. Nur die Frage ist, was ist, wenn die welche verlieren? Guck mal, das ist perfekt. Du hast hier Parkplätze, du hast die Palmen im Hintergrund. Ja, bei Schofi können wir das Lager machen, können wir den Meeresduft. Ja, du hast hier eine ATM. Die großen Reklame und sowas. Du hast den großen... Guck mal, auf die großen, auf dieses iFruit, ne? Da machen wir einfach mit... Also uns fünf, vier, fünf Mitarbeiter. Ja, wir werden richtig in den Squad halten. Da machen wir einfach uns fünf Mitarbeiter, machen wir da drauf so, die coolen Typen. Und dann Binkooker machst du Dingsen, pinselst du um auf... ...was anderes? Da hast du schick geladen. Nee, Alexi, ich hab halt schon, dass ich rumgeschrien hab. Alleine, das muss auch rübergepinselt werden. More trash for less cash, Junge. Ja, ist ja kein Problem, nimmst ein Edding. Oh, wir haben sogar Geld automatiert. Sag ich doch. Direkt am Laden. Ja. Lass doch mal reingehen, ich war doch noch nie dran. Ja, brauchen wir. Der ist bestimmt voll individuell. Ja, ja, ja. Wir sind jetzt hier halt direkt an den Kanälen, das ist voll gut. Hier hast du halt auch nicht so viel los. Hier hast du nicht das Cube in der Nähe, was dich abfuckt oder so. Irgendwann, fahr nicht so schnell, bitte. Ja. Ja, Bruder, was soll ich machen? Meine Kontaktlinsen sind einfach nicht von vielen, Mann. Ich bin langsam. Dann hätten wir halt noch den. Da denk drum, du siehst du die Stelle. Guck mal, hier ist schon Kundschaft, Alter. Hier hast du einen Suburban, das ist halt auch chillig. Aber hier hast du irgendwie wenig Parkmöglichkeiten. Der Geldautomat ist erst. Noch ein Stückchen weiter und dann legen. Irgendwo da oben. Also den fühle ich nicht so. Weil es hier voll eng ist. Wenn die Leute parken, das ist komplett wack so. Ihr könnt auch nicht Hilfe anstalten. Ey, wir hatten vorhin eine gute Idee, Maffel, ne? Wenn wir das wirklich durchziehen, dann können wir auch eigentlich so ein, so ein, so ein, wie haben wir das nochmal vorhin genannt? Das mit den Models. Models. Mit der Modenschau. Nicht Modenschau. Aber wir konnten, wir könnten... Model-Verträge. Model-Verträge rausgeben, ne? Weil wir brauchen auf jeden Fall welche. Für die Fotos und so, für die Seite. Ja, wir haben auch überlegt, wegen Modenschau... Hört ihr uns überhaupt zu, Junge? Maffel. Ah, du Wichser. Hört zu. Fickst du alter PC, also neue PCs kaputt. Ja, so ein Model-Casting machen. Und wir haben überlegt, wir können ja, wenn wir eine neue Kollektion bestellt haben, können wir auch eine Modenschau machen bei den Unicorn, weil wir ja sehr gut mit denen sind und da VIP-Zugänge haben. Vor der Öffnung, fette Modenschau. Ja, 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 ja. Und dann machst du einfach eine Modenschau da, rennst einfach um die Stange rum und fertig. Bei denen fühle ich halt gar nicht hier. Oh! Herr Bademeister, wie hättest du ihn? Salaamu, ja, falsche Insel. As-salamu alaykum, wie ist es in Waikiki, wo sie sind? Ja, ich bin zu Hause gerade. Ach, du bist zu Hause? Ja, 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 ja. Bist du in den Park? Ja, ja, ich hab gehört. Dann wird der Hitz-Klassentreffen, wir kommen direkt vorbei. Jut, jut, jut. Ich hab gehört, sie brauchen eine Abschlepper, hab ich durch Fenster gehört. Wie, der ist mit zurückgekommen? Ach, da warst du, ich hab einen Abschlepper schon immer. Ah, jut, 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 okay. Da hat dein Güffi wohl gar nichts von gesagt. War nirgendwo doch ein Müllkratzer. War der Güffi vorhin auch unterwegs? Auch, 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 ja, ja. Ich weiß es nicht. Ja, ja, der war auch unterwegs. Alle verstreut, die 25 Muskeltiere. Hört ihr das? Ja, 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 ja. Klack, 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 jede Tür geht zu. Dann hat die noch unsere Autos. Was ist, hast du Bock auf Rute oder was? Ja, immer, immer, immer. Aber ich muss ja vorher mir noch eine Kühlpac geben lassen. Ja, ist nicht schlimm. Wer ist denn hier Peachy, Junge? Wer ist bei dem gerade die Kackkarre? Welche Karre? Ja, die hier so eine Treffer. Ah, wieder von der Jagd irgendeine verflossene. Ach, du Kacke. Hören Sie mal. Ja, wir kommen vorbei, wir sind direkt um die Ecke. Jut, 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 alle Tärchen. Bis gleich. Der Bademeister ist gelandet. Ach so, die Maxis, die machen hier den Tacco-Laden übrigens auf, ne? Ja, stimmt. Ja, da könnt ihr mal Schutzgeld zahlen. Nein, 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 die haben das auch mit Kolis abgeklärt. Die machen quasi nachmittags auf. Nachmittags. Dass die Leute nachmittags Anlaufstelle haben. Und dann abends gehört das den Kodys. Ja, lass mich nochmal kurz darüber überlegen. Können die erstmal Schutzgeld zahlen? Okay. Hallo, wir sind keine Gendi. Ja, genau. Willkommen im Junkie Park. Als wären die nie weggekommen. Oh, cooles Taucherbrille. Das nur für eine Taucherbrille auf, Junge. Ja, hab ich aus Hawaii mitgebracht. Musst ein paar Muscheln gucken. War Leckmuscheln? Ja, 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 auch, auch, auch. Hast ein paar Bilder gemeint. Auch. Ja, machen sie. Ui, frische Klamotten hier. Ja, das machen wir. Das ist unser Business jetzt. Ui, auf einmal Modedesigner geworden. Ja, klar. Ja, Fashion Police. Geil. Dann müsst ihr als erstes zum O'Brien. Dann sind wir schon. Haben wir schon. Haben wir schon. Der arbeitet für uns. Er arbeitet für euch. Das kann ich uns erinnern. Gerade so blöd sagst du, ne? Warum nennen wir den Laden nicht einfach Fashion Police? Weil das voll dumm klingt. Mann. Wir können den auch Stickys Finest nennen. Ja! Das wär echt mal Stickys Finest, Junge. Hat er das verdient. Schönste ägyptische Baumwolle an meinem Körper. Der Maniak. Schlangenhaut. Das ist übrigens mein Kumpel aus dem Kindergarten. Der Muffin. Ja, tach, Muffin. Ja, tach, tach. Und das ist kein originaler Maxi, weil der hat einen gefälschten Hut auf. Ja, und ich hab keine Flecke. Zungen, wir gehen. Zeig doch mal deine Flecke. Fliegst du wieder los, oder was, Bademeister? Ah, gleich, 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 gleich. Hast du was vergessen hier? Bist du mit dem Schiff gekommen? Ne, ne. Von dem Schiff bin ich mit der, wie heißt das, von Hawaii runter. Aber dann in der Flieger nach Dubai, jetzt noch mal kurz hier hin. Was machen die an dann? Ah, die sind schon auf der Durchreise wieder. Das Zimbabwe. Ja, 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 ja. Ich hab da noch ein paar Leute kennengelernt, nette Leute. Der eine heißt Alan Bogen. Alan Bogen. Ja, ja, ja. Demba sucht den. Ist das nicht der aus der Cop-Serie? Ja, genau. Von dir, ihr habt jetzt hier das Motor-Business, oder was? Ja, ja, wir haben gestern mit dem Snoop gequatscht. Ah, der lebt noch. Mit Druck, ja, ja. Die haben jetzt auch hier, äh, das Business übernommen alles. Anscheinend. Ja, sollen sie machen, sollen sie machen. Die und die Hustler. Die Grove wollte da dran als Business, wollte die Bombe anficken. Ja, Jack weiß schon wieder alles. Ja. Äh, jo. Ich war nie weg. Schartes Update, Jack, hier mit der FIP. Hab ich gekündigt. Wie hast du gekündigt? Hab ich gesagt, brauch ich nicht. Junge. Ich war bei der FIP. Du hast eine Karriere einschlangen. Ja, ja, ja. Ich hab mich erst bei der Police beworben. Dann haben die gesagt, oh, 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 ne Truelauf. Das ist Junkie-Bug-Verbindung. Ja, 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 ja. Und dann hab ich mich bei der FIP, äh, bei der FIP beworben. Aber das sind auch Frenge von den Viechern. Das dauert mal alles zu lange. Hab ich gesagt, Jut, ich werd Fashion Police. Jut, dann geh ich da gleich ein BMX in die Tür stellen. Mach ich zu den Laden. Hör auf, Junge. Ich zitter schon wieder. Bitte hör auf. Bitte versau uns das nicht. Ich gehst nicht zum BMX-Händstellen und knallguck, Junge. Mach den Laden zu. Ich hab den FIP schon angerufen. Ich hab hier so einen Drücker. Wenn ich den ziehe, dann kommt der FIP angeflogen. FIP-Post, Junge. Ja, 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 ja. Dann ist besser als Flaschen. Schmeißt du meine Grow auf den Kanal rein, Junge. Halbe Stunde später sind alle hier. Kommt mit Jet-Skis angefahren, Alter. Wie bei MyWatch. Mach da der nicht. Wir haben grad schon, als dein Anruf kam, alle Türen gehört, die zugegangen sind. Oh, oh. Wo los wurden auch einer gemacht. Meinst du, der O'Brien ist da? Ja. Ja, aber schon mit dem telefoniert. Soll ich mich auch da bewerben gehen? Ich bring die alte Uniform mit. Sag, ich bin direkt ready für das Praktikum. Das hab ich ihm auch gesagt. Ob ich beim Bewerbungsgespräch direkt mit dem Uniform stehen soll. Da meint der nicht, nee, nee, ist nicht gut. Wie, ist nicht gut? Der zeigt doch vom Einsatz. Gute Vorbereitung. Ja, ja, ja. Das ist die halbe Miete. Ey, ging es dir nicht schon vor vier Wochen scheiße? Das hat sich immer noch nicht erholt. Ich hab auch eine Zeit lang bei der Hasters auf der Couch gepennt, nachdem wir da waren. Können wir fahren? Bitte verpiss dich wieder. Ja, ja, ja. Aber jetzt geh die Rope in hier, Junge. Nichts mehr, Junkie Park. Ach, Junkie Park, das war immer. Das war eine wilde Zeit. Alle haben gedacht, wir heißen Junkie Park. Wir haben denen damals, wir haben denen auch ein Trikot gewidmet, mit dem 49ers. Ein rotes. Echt? Ja, ja. So als Legendenstatus. Wollen wir das verbrannt? Nee, nee. Das trägt irgendeinen Korb. Irgendeinen Korb. Nee, nee, der andere. War auch einer von der CTF. Ein komplett Streetwear Prepper. Ja, nicht nur Gangster-Dinger. Wirklich alles. Schade. Ach, ja. Ja, gut, gut, gut. Ich geh nochmal kurz, wir gute Mediziner, bevor ich wieder weiterfliege. Juts. Machen sie das. Machen sie eine Impfung. Auch, auch, auch. Fangen sie sich nichts ein. Ich doch nicht. Die Brille schützt. Waffen sagt einfach gar nichts, Junge. Er ist sprachlos. Er hat Angst, er hat er pusht, Junge. Ich hab Angst, wenn er gleich richtig reinkackt. Er hat schon den Knopf ready, ja. Junge, der Fischer gestern hat irgendwas von Batsignal erzählt und so ein Shit, Alter. Ah, der YouTube-Batsignal. Ja, das DC-Signal von der Marvel. Ne, Rishok, DC-Dealer. Da ist so ein Server drauf. Hab ich eigentlich noch gesucht, ne, oder? Haben die jemals einen gesucht von uns? Keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal befinde. Ne, ne, ich hab mich ja entschuldigt für dich bei der Ehre. Ah, gut, gut, gut. Was hast du gemacht? Ja, hab die getasert. Ich hab den Spieß mal umgedreht. Ruf doch mal den obereinen an und frag mal, ob er noch gesucht wird. Das ist ne UT-Idee. Ich wette, da stehen immer nur noch zwei Namen in der Karte gehalte. Ne, 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 der hat mir, glaube ich, letztens sechs oder so vorgelesen oder sieben. Da hab ich den eingeschmissen. Ah, Logan 2.0. Ah, O'Brien. Ach, Meister, sag mal, werde ich gesucht oder kann ich mich hier frei bewegen? Wie, wie mein... Ja, Phil Moore, Junge. Ex-Files-Curse-Security. Ja. Perfekt, ich danke. Dachte meinen Namen vergessen, hast du, gib ein Nachspiel. Ja, aber trotzdem hab ich mir erhofft, dass du wenigstens noch meinen Vor- und Zunamen kennst. Wann hab ich Geburtstag? Jetzt guck nicht in die Akte. Warum zu Teufel, lass den Schale an. Ich werde herausfinden, dass es dein Büro ist mit dem Tschechern BMX rein. Da kommst du erst mal nicht mehr rein. Du machst so'n Schale an. Weil der geil ist. Ist kalt. Ist doch nicht kalt, Mann. Jut, jut. Hau rein. Oh, scheiße, ey. Wie tut alles weh? Was hat denn? Das ist vom Jagd ne Perle. Haha, welche ist das jetzt? Mel Techrip. Der Himperin. Aus dem VBT. Jagd, ist das jetzt die für sonntags oder für... Ne, samstags, ne? Stauze. Pass auf, dass die am Sonntag nicht schon zu früh kommt. Alles gut, ich kenne dich schon Adler. Ich kenne dich schon Adler. Ah, okay, okay, okay. Polygamie oder so. Finden wir mal jetzt hier. Da ist der Scheiß. Was denke ich mit, finde ich denn nur mit Lio zusammen? Äh, ja, ja. Ne, ne, ne. Mit TK war der zusammen. Ah, mit TK, mit TK, ja, ja. Aber die haben Lio auch rumgefummelt. Hab ich doch genau gesehen. Ja, die haben sich getrennt. Ja, das war so ein Dreiecksring. Aber die verstehen sich sehr gut. Lio ist momentan ein bisschen auf Abstand. Zumindest was Finne angeht, aber ja. Danju auch, ne? Ja, ja, Danju auch, Danju auch. Der arbeitet da in der Fabrik irgendwo. Tatsächlich? Äh, ja, ja, ja. Wow. Er hat einen Job bekommen. Dass der mal einen Job findet. Ja, der... Der ist jetzt Kaufhausgub, Tatsache. Genau, genau. Aber der ist, äh, von diesem Kaufhaus in dem gefährlichen Sektor eingeteilt. Ja, ja. Ja, bei diesem Lensch oder so. Das ist ein LKW. LKW-Fahrer. Lensch und Söhne. Genau, genau, genau. Tatsache, Junge. Der bekiffene Schädel. Ja, dann geh dich mal verarzen. Ich hab jetzt schon wieder vergessen, was wir überhaupt machen wollten. Ha, dafür war ich da. Was denn? Hm? Nix, einfach so. Wir waren grad Laden am Läden am Gucken. So, wo ihr aber ja einen Laden aufmachen solltet, oder was? Ja. Ja, machen wir in der Westside. Ja, er stampft das Ding nur hier ein. Fällt dir ein guter Name, ein Bademeister. Boah, für Klamotten. Ja. Nur Klamotten, oder was? Ja, alles so. Und Rollstühle vielleicht. Ja, Mann, der Fischer hat gesagt, wir sollen Rollstühle importieren. Rollstühle? Wahrscheinlich wird Gänsel schon so weit bei dem, oder was? Boah, aber mir fällt auf die Schnelle jetzt kein guter Name ein. Ja, überlegen Sie sich einfach ein. Und dann malen Sie den in Luft. Ja, mag ich, mag ich. Mit Taschenlampe. Mit DC-Licht, weißt du so? Klar. So, wie der Fischer gestern erzählt hat. Ja, ja. Ja, ja. Ah, hab ich dann vermisst, im Kreis zu stehen, Alter. Ja, Mann. Das riecht entspannt. Voll gut. Kann mir auf jeden Fall vorstellen, das jeden Tag zu machen. So acht Stunden. Ja, hu. Was ist das für eine harte Aufgabe? Das ist so aufregend. Ja. Wehe, es wagt, jemand dazwischen zu funken und dir auch nur einen Dollar abzunehmen. Den koch ich. Jetzt nur noch warten, bis jetzt einer kommt und Stress macht. Ja, 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 ja. Und dann wird gekocht. Kann nicht mehr lange dauern, noch. So. Wo gehen wir hin? Kannst du einen BMX holen, ne? Hast du überhaupt ein Auto hier? Soll ich dir den Schlagen geben? Ich hab hier noch Schlüsse für irgendwas. Irgendwann werde ich schon finden. Ansonsten tanze ich einfach. Junge. Ich kann euch doch kurz ins Krankenhaus fahren. Ihr seid ja eh zu, ihr müsst beide rein. Vielleicht zinke ich auch einen Taxifahrer. Nee, das ist von Jack gegen... Von Jack gegen... Ach, da muss ich mir noch Tipps geben lassen vom Haste. Ich freue ihn denn. Dann hab ich übrigens auch wieder gefunden. Der ist ausgebrochen aus der Klinik. Die haben uns hier verarscht. Die haben gar nicht nur nachgeguckt, ob der überhaupt noch da ist. Der ist auch auf der Zimbabwe. Wer? Ja. Der Hase. Ah, der Hase ist der raus aus der Klapsmühle. Ja, ja. Der ist ausgebrochen. Der ist ausgebrochen. Jetzt bestimmt durch dein Gitter gebissen. Gar nichts kann den halten. Ja, ja, ja. Der hat keine Sicherung, Junge. Der war so abgemagert, der hat sich da durch diese kleine Fenster... Hat der Gitter durchgekaut und dann zack, ab raus da. Aber warum hat der sich dann abgemagert, wenn der dann Gitter durchgekaut hat? Ja. Der muss ja auch irgendwie da durchpassen. Das sind nur so kleine, schmale Löcher. Ausguckdinger. Hauptsache ein bisschen Licht kommt rein. Aber das war klar, dass der den nix halten kann. Ja, ja, ja. Nicht mal die. Nee. Aber da gehört der auch hin, da passt der perfekt hin. Das sag ich auch. Ja, sollen wir zum Krankenhaus fahren eben? Ja, können wir, können wir, können wir. Aber der Gleis muss bestehen bleiben. Können wir eine 6.06 fahren. Haublex vor, kennst du das doch? Junkie Park. Geil. Ich glaube, hätte ich die Klamotten und so gerade nicht und mit mir darüber Gedanken machen, werde ich schon wieder offline. Und auf Peanut. Boah, das schmerzt aber auch schon wieder extremer. Ey, ich hasse die Karte, ich fahre mit meinem. Also bisher läuft eigentlich ganz okay. Bin mir gespannt, wenn wir jetzt durch die Stadt fahren. Was ist das denn? Ja, gut, wenn ich... Ich hab nur Platz frei, ne? Kannst du mal raus? Wird ja, ne? Ja, da Vinci, du kannst dir vorstellen, immer nur Leute gibt, die sagen, ja, man könnte es dann, komm, könnte es die nach. Jiffke? Ja, ja. Kommen sie, kommen sie. Einen Verbrecher, du. Das ist eh das schöner Auto hier, nimmst du das? Solange das nicht dreckig wird. Ei, ei, ei. Seit wann haben wir so ein Auto? Alter, das ist schon vor lange. Echt? Habe ich damit dann so ein Schoko zusammengekauft. Ei. 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 Ui. Ui. Alles gut. Der darf hier gar nicht parken. Dann parke ich auch hier. Ja, der hat Licht an, ne? Der darf. Nö. Doch. Ich hab auch Licht an. Ja, du die Lampen an, das ist mir klar. Oh mein Gott, wir brauchen hier einen Medik. Ich glaub, das Auto ist krank. Mit nem RTB. Ja. Wen umarmt die da? Ja, das wird's nicht. Keine Ahnung. Ich kann einen Trennschleifer holen. Kein Problem. Ja. Wir können den Gurtschneider. Warte, wir können den Taschenmecher... Oh, ey, ey, ey. Immer ruhig. Ich hab ne Perle. Nette Leute hier, ne? Echt nette, Alter. Was ist denn hier los? Was ist denn da? Junge. Auch die... Und die Damen? Und gegen Murphy 50.000 gewonnen. Melissa Coupon. Ey, kannst du mit den Charlottes ziehen? Nein. Gehen den Charlottes. Bist du Schalke-Fan, oder was? Die sind abgestiegen, wenn du das noch nicht gehört hast. Absteiger. Danke. So, was ist bei ihm? Wenn was ist... Ey, sicher jetzt. Auf den Schuhen hier kannst du es auch hier arbeiten, ne? Ja. Junge, weißt du, was richtig geil ist an den Crocs? Was denn? Ich kann mir kleinen Zeh-Mittelfinger zeigen, ohne dass er in der Sied. Guck. Ich tu dir durchs Loch drücken. Ja, ja, ja. Ich schneid doch nie wieder den Zehner, Hilder. Ja, ja, alles Gute. Damit der Schill lang bleibt. Ja, da... Nee, alles Gute. Und wenn er rechts auf den Brust verlust, dann kann er einfach die Schlaufe hinter den Klauen. Aber ich kann es halt nicht einschätzen, weil er schillt so viel Schmerz mit dem Schlaufe. Och nö, och nö, och nö. Oh, jetzt geht er aber los. Ey, Wartemeister. Könntest du ihn weiß. Was? Wo? Da vorne. Oh. Oh, dann dürfen sie nach hinten kommen. Zu ihnen wird der nächste Arzt direkt kommen. Mein Bruder. Der Meermeister. Sie dürften auch einmal nach hinten gehen? Ja, 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 alles Gärchen. So, und wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Wir sind nur Begleitung. Okay. Jo, wir haben nie hergebracht. Ich hab sie im Auge. Vom hinten. Ey, warte mal, wo ist denn der Muffin? Der steht doch draußen. Der steht da draußen. Echt? War doch bald am Zaun, oder nicht? War da gerade einmal am Zaun, ja. Ja, ist er da vorne. Mit wem redet der? Der Typ ist aber einfach komplett verplant. Einer. Redest du schon wieder mit dem Gebusch? Nee, ich hab gerade mal so... Hast du mal geguckt wegen dem Rollstuhl-Ding? Ja. Und? Aber... Rollstuhl-Wettel? Ich muss eben Fahrbreit noch machen, ne? Den Reifen noch aufziehen. Kannst du sowas überhaupt importieren, ja, ne? Und Rennbremsen. Ja, klar. Dann müssen wir mal mit dem Obermuffie-Arts hier quatschen. Der Obermuffie-Arts, ach so, ja, stimmt. Das wäre vielleicht, ne... Ja, aber erst quatschen, wenn die auch da sind, ne? Würde ich sagen. Mir fällt gerade mal ein, ne? Wir brauchen einen bei uns, der ein bisschen seriöser aussieht anstatt wie wir. Wir sehen aus, als können wir gerade von der Highschool. Wie? Das sieht doch seriös aus. Ja, ja, klar. Also, guck mal, hier gegenüber von mir, das sieht doch seriös aus. Ja, der sieht aus wie ein Koksbaron, Jungs. Ich hab auch den Anzug dabei. Wie war das daran jetzt? Ja, aber willst du noch 80 Leute? Ne, ne, einer von uns soll das machen. Ja, ja, ja. Also, ich will doch mal einen Anzug brauchen. Ja, gut, dass du es ansprichst. Wir besorgen dir einen Anzug. Ne, mir, ich kann das nicht. Ich kann nicht so gut reden. Ich muss immer beleidigen. Außerdem habe ich schon manchmal so Ticks. Beidlin! Wer hat hier keinen Tick? Ich hab doch Anzüge. Dann soll der ja das machen mit Anzug immer. Macht der Versicherungsvertreter. Jetzt erst mal drei Stunden hier warten, bis die verarztet wurden. Oh, stimmt. Was hat der O'Brien noch mal gesagt wegen den Dingern? Holz... Ich ruf den einfach an, Alter. Ja. Meinst, Holz da wird die tragen, oder was? Ja, geht nicht dran, dass sie telefonieren. Ja, ja, wir müssen das ja irgendwie zeigen, dass wir sowas haben. Ja, Werbung machen dafür, ne? Ja. Außerdem will ich die mal anziehen. Ja, erstens. Erstens und zweitens kannst du da auch einfach so eine... aus so einem Film so eine Gummipistole oder so ein Plastikding einfach so eine Trab reinfangen. Ja, aber du kennst doch die Leute hier. Dann kommt ein Kopf und sagt, dann ist eine scharfe Waffe. Ja, dann soll er mal gucken und dann ist das keine scharfe Waffe. Dann soll er mich doch durchsuchen. Ist so. Soll er mich doch durchsuchen. Ich stehe schon wieder im Kreis. Das ist eine Krankheit, ne? Ja, das ist ganz schlimm. Ja, wir müssen ja jetzt hier warten, oder? Na, lass uns ein Dreieck. Sollen wir einfach irgendwie fahren, oder? Dann holen wir die später ab. Ja, die Frage ist, wohin fahren, weil ich hab kein Ziel. Ich bin die ganze Zeit nur überlegen, wie wir das Ding aufziehen. Also ich hab gesagt, die Webseite ist in Arbeit. Ja, eine freshere Webseite. Dann können wir connecten mit Weasel und der Ulife-Ding da. Ja. Und auch mit Cody's und auch mit jeder Tankstelle, alles, Alter. Ja, und bevor der Laden aufmacht, dann so ein Event hier mit Laufstegger und so weiter im Unicorn. Ja, wir brauchen Models. Und dafür brauchen wir Models. Dann können wir Models suchen und dann können wir jetzt schon mit, aber da können wir mit Xavina sprechen von Unicorn. Ob wir vielleicht ein paar Tänzerinnen bekommen, weil die ja ganz so wieder aussehen. Wir brauchen aber dann auch so eine so Altherren-Mode, so weißt du? So einen richtig alten Sack. So einen richtig alten Sack. Ja, mit drei ich weiter am besten. Ob das denn Fischer fragen, oder was? Mein Bruder Jimmy Neutron redet nicht mehr mit mir. Welcher Bruder? Ja, der mit dem Afro da drin, ne? Das ist mein Bruder Jimmy Neutron. Das ist der Duschmeister, du bist der Bademeister. Ja, ja, ja. Dusch auf dich. Aber ich glaube, wir denken schon viel, viel zu weit wieder. Ja, denken wir auch. Lass erst mal importieren und so. Also Lagerarbeiter ist ja wieder faul. Ne? Woffen? Hast du mich am Einheizen? Ne, ne. Das bringt nix. Stell dem bloß kein BMX vor die Tür. Den brauchen wir noch. Ne, ich stelle den BMX vor der Lagerhalle. Dann kriegt er die Lagerhalle nicht mehr auf und muss da drinne bleiben. Wenn er was zu essen will, muss er erst mal ein paar Sachen machen. Sind fertig. Was kostet hier ne BMX? Kann ich mir das leisten? 1.350 oder so. Was kann ich mir leisten? Hast du noch Kohle? Habe ich Jagd gegeben. Aber ich habe jetzt noch 9.000 oder so am Konto. Jetzt haben wir gar nix mehr. Aber das heißt gar nix. Wie sagst du denn noch? Der Adder von mir und von Jodi steht doch nur bei Psychicars, ne? Als ob das immer noch da ist. Ja, na klar. Entweder wurde verkauft. Oder nicht. Aber ich wette, wenn ich hingehe, weil ich den ja nicht vertickt habe da. Sagen die mir, der Johnny muss kommen. Das fällt aber nicht auf. Ich sag einfach, also wie oft wir schon verwechselt worden sind, wenn ich mal einen Ausweis abgebe. Weil die Vornamen schlichtig lesen. Ja, kannst du versuchen, ne? Wie war denn der, wie war denn nun mal das Kennzeichen von dem Adder? Adder. Adder, ne? Ja. Das ist ja einfallsreich. Ey, lass da mal gleich hinfahren kurz. Das erwartet von Craig. Stimmt auch. Stimmt, Craig hat die Dinge gefahren. Dennis, der müsste ja gewachsen mit der Karte. Was ist, wenn die da nicht rausgeben? Ja, schicken wir Finn da hin. Also ich kann auch nochmal, bevor ich nach Zimbabwe fliege, nach Las Vegas fliegen. Und dann sag ich dem, Toni, der soll mal ein bisschen Kohle hier rüber schicken. Kein Scheiß machen. Der hat alles auf Rot gesetzt. Hat da Dick Cash gewonnen. In Vegas. Wenn er die nicht schon wieder verkauft. Hat er sich eine Villa gekauft, ne? Ja, 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 ja. Vier Millionen. Wer? Der Onkel? Ja, der Onkel. Mit der Tante. Ja, der hat, also, ja auch. Eine Villa für sich und die Tante und eine Villa für uns. Da wart ihr aber vorher auf Mischen, ne? Ja, ja, klar. Um ein vernünftigen Platzhaus zu finden. Ja, ja, ja. Mission alles auf Rot. Dabei noch Kapo gepumpt. Schöne Grüße an Memo-Abi. Warum bist denn du schon fertig und die nicht heute? Hat die gemacht? Weiß ich nicht, was die denn da erzählen. Warum beschwere ich mich überhaupt, Alter? Wenn die hier ist, wirst du mal eh nicht was tun sollen. Wir haben doch jetzt einen Plan, was wir machen. Wir fahren mal bei Circuit Cars vorbei. Wir können bei Unicorn vorbeifahren. Aber ich weiß jetzt schon, wenn wir da hinfahren und die sagen, ja, wir geben das nicht raus oder das Geld bleibt hier, sodass ich durchdrehen und den ficken werde. Ja, dann lässt du mich reden. Ja, dann bleibst du cool und den Bademeister macht das. Ich will legal Geld verdienen. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Du kannst dir mal eine abgeben. Ich muss dir dem Jack nämlich meine geben. Der hier. Guck mal, das ist doch Altherren, Bruder. Ist das der Frank? Ah, Danju. Hallo. Was soll das? Herr Frank. Ah, da fehlt uns ein Steiner. Sag mir den Laden, bitte. Boah, jetzt wird der Kreis groß, Herr Bruder. Grüße. Ach, Quatsch. Du lebst. Was geht ab? Komm mal kurz mit, ich möchte mit dir eine Sache sprechen. Nee, 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 da ist dir ein Hund irgendwo. Dauert zwei Sekunden, komm mit. Achso, warte mal, der Hund ist noch im Auto. Alles egal, ich möchte nur klarstellen, dass ich kein Hundefeind bin. Kiss mich. Ich habe sogar jetzt einen, der ist Fischer. Echt? Ein kleiner, fetter Mops, ja. Bah, was war das denn, Junge? Nee, ich kam wieder zu, das klarzustellen, das nervt mich. Mein Klicker kam an bei Danju, der bringt jetzt Geld vorbei. Wie hast du denn die Nachricht nicht bekommen, Frank? Doch, doch, alles gut, Digga. Franki. Hab ich, hab ich. Was geht, Alter? Was geht ab? Bist du auf Nachtsicht nur? Ja, immer, immer, immer. Auf Mission, auf Mission. Hat jemand eine Taschenlampe? Nee, das Ding ist ausgeraten. Außerdem ist halt eine Nacktscanner, Junge. Wenn ich will, dann sehe ich einen Schong. Du musst nicht haben, du sparen, Boah. Ja, ja, ja. Den siehst du auch so, wenn du ein bisschen zahlst. Das ist kein Ding. Ich kann halt ohne zahlen. Ich muss dafür nur ein bisschen weniger zahlen. Ich bin vor einem Krankenhaus, Digga. Wo bist du? Auch vor einem Krankenhaus, Digga. Hier steht eine Football-Mannschaft. Ja. Bis gleich, aber ein. Was treibt euch her? Business. Das Geschäft. Die Kühlfax. Wie die Kühlfax? Die Kühlfax-Mafia? Ja, ja, ja. Ja, das auch. Wir wollen die Wut hier wieder zurückholen. Welche hier? Alle. Ja, geil. Wann fangt ihr an? Nein, Gott. Wir machen legales Geld. Wo macht der? Wir verticken jetzt Klamotten. Ja, gib. Ja, noch nicht. Was hast du am Angebot? Guck uns an. Also so ein Pittsburgh Steelers-Trikot, wie du es an hast, finde ich schon sehr nice. Auf jeden Fall. Das ist aber kein Grund für eine Geiselnahme hier, ne? Wieso nicht? Seid ihr die Schneider? Ja, ja. Ja. Ach, echt jetzt? Ja. Ja, ja. Ja, sag mal, was muss man wie geklärt machen? Ja, noch nicht. Was auch noch nicht? Wir warten nur auf paar Lieferungen. Aber wenn ihr... Guck dir noch ein Bautrikot, bitte. Falls ihr da so einen Zettel bekommt für Hoodies Supreme. Warte mal. Ja, ja, haben wir auch. Wada, wada, wada. Ja, moin, meiste. Tag, Tag. Nö, 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 nö. Ach, der Hundeführer. Hm? Ach, der ist ja nö. Hallo, hallo. Der Traktorfahrer? Ja. Du Penner, wir haben auf dich gewartet, eine Stunde. Woha? Dass sie kommen und wir ihren Traktor benutzen können. Ach, Jack. Kommen Sie mit her. Ich habe es nicht, tut mir leid. Eine Stunde stand ich da. Hey, Jack. Ich habe das komplett vergeben. Junge, dass du dich traust herzukommen, du Bixer, ne? Was meinen sie denn da her? Tatsache, Junge, Tatsache. Tatsache. Was hast du? Junge, wo rinnst du hin? Na, komm mit, ich habe was. Am Geldautomaten. Hier ist aber kein Geldautomaten. Doch, doch. Nein, behalte deine Kohle, Mann. Hä? Junge, ich bin rich as fuck. Ja, ich auch. Ich habe locker 25 SMGs. Ich gucke mal, was meine Dingens hier sagen. Brauchst du doch die Kohle selber. Wofür denn, Bro? Ja, Sachen kaufen? Hm? Ja, natürlich. Was sagt er da? Wie, was sagst du denn da? 1,3. Kannst du die gebrauchen? Du hast 1,3 Millionen. Ja, brauchst du die? Ja, klar, Peer. Wenn du die ja abholen kannst. Ja, das stimmt. Möchtest du, der Automat hat 1,3 Millionen? Stimmt, ich habe da noch ein bisschen was auf Tasche. Ah, gut, hat geklappt. Das ist ja viel zu wenig, ja, wesentlich aber noch mehr. Ja, ja. Super. Machen wir mal hier. Der Idiot, ey. Der 1,3 Millionen hat er auch hier hinten, ne? Was? Die Arbeit für dein Geld, du Mindestlöhner. Schick. So, das ist ja immer noch zu wenig. Gib aber mein Kleingeld. Wie viele Nullen sind denn das, sag mal? Ah, hier, jetzt haben wir es doch langsam. Ah, das war eine 0 zu viel. Tatsache. Ah, dat hat ja reich. Du laufende Meme, Alter. Äh, ja, was meinen sie denn? Nix. Mach mich stolz, Nandu, mach mich stolz. Okay, merkt ihr mal, was denn jetzt? Zeigt, ob wir nicht alle verblödet sind. Wie? Ich glaub, das Boot ist nicht mehr zu retten, Junge. Ach du Heimatland, ja, die Dame. Hm, das kann ich mir vorstellen, wenn man Rich ist, darf man auch laut sein, darf man das ganze MD unterhalten. Gut, okay, ich wollt's nur nicht, dass da, ne? Also, also... Nee, alles gut, so, Jutta, her, kommen sie mal her, so. Das ist 1,3 Millionen da abgeholt. Nee, ich hab noch ein bisschen auf der Tasche gehabt. Ach so. Oh, warten Sie da her, ich hab einen Funkspruch. Ja? Junge, du kannst hier, hör auf hier zu Funk, du Idiot. Geht alles klar. Was meinen Sie denn da her? Meine, ich hab, bin ja auch im Dienst, Junge. Was für Dienst, Alter. Hm? Na, ich bin da bloß in der Durchreise hier. Ja, aber du kannst doch nicht bis dahin funken, wo du im Dienst bist, du Kneiker. Klar, der Langstreckenfunk, was ist los mit dir? Bitteschön. 1,2, jo. Top, top. Immer wieder gerne, du. Brauchen Sie noch... 1,2,2. Warten Sie, ich hab noch was für Sie. Warte. Funkdisziplin, sonst hol ich Schwarzwasser. Shit, Alter. Junge. Ich kann damit bestimmt noch was angefangen. Ach du Heimatland, du hast ja nicht mal hier nügend Platz in der Hosentasche. Magst du mal was frei machen? Bruder, ich hab keine Tasche bei. Ah, hm, ich seh grad das Problem, hm. Hm, na, dann musst du dir später geben, ist auch kein Ding. Ja, du bist da eh nur unterwegs. Ja, bestimmt, bestimmt. Weißt du, ich muss da noch mal kurz ins Haus und einen Hund rausholen, du. Hm. Oh. Hm, dachte ich mir schon. Wieder eine Nürze, werde ich eigentlich geben. Nein, zu viel. Kannst du... Ah, shit, man. Kannst du überhaupt so viel Geld reinpacken in den Automaten? Ja, klar, einfach reinstopfen. Einfach reinstopfen, okay. Oh. Das ist die Sache. Zeig, ob wir nicht dumm sind, weil ich bin dumm. Ah, idiot. Ja, das passt. Gucken wir den hier noch. Ah, ja, stimmt, da war ja was. Hm. Ich glaube, der kickt so rein, du. Ja, ja, der kickt richtig rein, du. Ja. Ah, aua. Du mein, du. Ach, du Heimatland. Ja, das macht man dann gegen Hämorrhoiden, die. Ich hab ein bisschen Pfeilhämorrhoiden, das kann ich irgendwie machen. Haben sie das halbe? Dann hat uns irgendwie ein Sushi-Laden mit zwei Mitarbeitern nach Kimono gefragt. Da hab ich halt nur ausgelacht. Warum? Ja, weil der in der World of Warcraft ist, Junge, was soll der hier, der Kimono? Das mein ich gar nicht. Also. Kein Wieso, er sagt, ich darf ihn nicht anrufen, das ist ja nicht gemein. Ich rufe dir jetzt an. Dann schicke ich den. So, mach ich, Mann. Die sollen fertig, ne, Minion? Ja, ja, ja. Was denn? Für Taxi. Was für Taxi? Ja, ohne Form für Taxi. Oberschneidung, Minion. Herr, aber ist nicht links, der Taxischiff? Hans-Peter ist mein Sohn und wir teilen uns die Firma. Okay. Das ist also Opa-Peter. Ich hab was anderes gehört. Ach, es ist mein Auge. Das ist mir auch komplett neu. Du bist der Vater von Hans-Peter? Ja, hallo. Der hat euch schon eine Rechnung geöffnet, der schuldet mir noch Geld. Wie viel dann? Was hast du auf dem Konto? Nicht viel. Er hat mehr. Definitiv. Ich quetsche lieber ihn aus. Dann, so, komm mal mit. Sag lieber, ich hab bei dir Schulden gemacht. Das ist Vater eh. Fährt denn hier bitte ein Bus, Mann? Ja, Busfahrer? Wer sonst? Ich geh kaputt. Stimmt, hier ist Platz, ne? Sehr schön. Hier, guck mal. Ich hab noch das und... Achso, die anderen sind noch im Auto. Die müsste ich dann erholen, aber das ist kein Ding. Gucken sie mal rein daher. Oha, wie viel Wert hat die? Früher 200.000. Ich weiß nicht, wie viele es jetzt noch sind, ne? Aber die gibt's nicht mehr. Ja, na klar ist die illegal. Okay. Damit haben wir doch immer die ganzen Dingens sauber gemacht. What? Die Turfs? Ja, ja, ja. Das war quasi das Sakrotan für die Hoods. Ich. Ein Allesreiniger. Damn. Herzlichen Glückwunsch, Lukas. Da, wo ich herkomme, gibt's keine Büsse. Uff. Boah, jetzt muldern. Du bitte. Mann, 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 Mann. Ich bedanke mich. Können Sie einsteigen? Wir kosten Tickets. 1.500. Ach, du Heimatland. Ne, ne, da bin ich nie. Wir kriegen aber nicht mal Geld vom Staat. Ja. Das private Busfirma. Die haben nämlich ihre... Von damals haben sie hier von meinem Kollegen, den Muffin, bekommen. Ah, okay. Ja, ja, ja. Ja, sehr schön, richtig. Egal, dann melde ich mich die nächsten ein, zwei Tage mit dem Entwurf. Ja. Für wat denn? Für Nudi. Die wollen Rudi haben, wo Kiezer draufsteht. Ich mach eher die Bossfahrerin kaputt. Nein, 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 das war bisher euer... Das war das, was der Auto-Werfen wollte. Die sollen etwas ausdenken. Einfach an Rudi. Wie? Wie gesagt, ich bin zu schwer für den Boss. Ich bin nicht fett. Ja, klär dat nicht. Ich rede mit dem Muffin, ne, Junge. Hab ich, hab ich, hab ich. Ja, wat sagt der Muffin? Ist okay. Ja, du sagst, ist okay, ne? Und dann machst du das eh nicht am Ende. Du Flachwichser. Was? Doch. Nimm nicht an, wenn du nicht mehr willst, Alter. Ja. Nicht, wenn du nicht mehr willst, oder wenn du nicht arbeitest. Junge, was? Junge, ich nehm dich gleich im Schwitzkasten. Was? Okay, sorry. Halt die Klappe, Amy, und leg auf. Oh, gleich hab ich einen Iceberg in der Hand. Und da ist er. Iceberg. Tanju, kannst du wieder gehen? Ja, Mann, Tanju, bitte. Tanju, bitte gehen. Bitte, Tanju. Ich will dich eigentlich immer noch umlegen. Tanju, geh mit dem Hund. Die umlegen. Genau, geh mit dem Hund. Sagt er da. Huch, hoppala. Da hat's direkt wieder im Hintern. Hier kratzt du. Ach, du Heimatland. Warum sagst du das nur mit dem Heimatland? Aber ich gleich wieder nach Hause fliege, du. Ich sag's ja. Ach so. So, dann, komm mal. Besser ist das. Ja, warte. Ach du, meine Nase. Was ist jetzt mit dem Hotel? Der Max muss doch noch irgendwas klären, ne? Keine Ahnung. Das hat Jack gesagt. Ja, ja, ja. Ach, Kacke. So. Warte, Max klären. Oh, bestimmt. Warte, ich hab noch was von vor zwei Monaten in der Tasche bestimmt. Boah, du wie gelaufen, da will ich nicht. Hier, Peach, Eist hier. Easy, bitte. Mecken lassen. Schossen sich mal mit dem Finger ab. Jetzt. Ach du Heimatland, was machen die da? Okay, wir sind fertig, ne? Wir sind voll. Alle wieder hier. Ja, dann schönen Tag, euch melden uns. Ja, aber dann, was ist mit dem Hotel? Weiß der Frank da Bescheid? Nee. Ja, der weiß, dass Max da dran ist mit dem scheiß Gewerbeamt. Das ist doch immer noch, oder was? Sonntags hat das auf, ne? Was? Ja, ja, morgen ist das eigentlich öfter auf, oder? Ja, hier sitzt drei oder vier, sitzt du? Ist das Gewerbeamt da echt? Wie kann man so doof sein, in den Bus einzusteigen, ein Ding? Ja, irgendwie. Ihr wollt das Hotel ja vermieten. Ja, richtig. Ja, aber das Hotel ist ja auf unser Unternehmen aufgelistet. Und dadurch können wir das euch nicht direkt geben, weil Unternehmen auflösen, ein anderes Unternehmen. Wir schreiten hier so rum, Alter, ich fick alle. Ja, wir können das doch einfach verkaufen, denn ich bin toll, das Gewerbe ist. So, Gott, ich bin dran. Ja, das haben wir doch nicht gesagt. Ja, aber das haben wir doch nicht gesagt. Ja, das haben wir doch nicht gesagt. Ja, das haben wir doch nicht gesagt. Ja, aber du brauchst doch nur, pass auf, du brauchst doch nur theoretisch. Warte mal ganz kurz. Gewerbe kann nämlich rausziehen. Ich glaube, es ist ja auch die Fahrt. Dann geht's jetzt los. Nein, pass auf, brauchst du ja gar nicht? Ja, das ist Taxi, ne? Dafür ist der jetzt nicht zuständig, oder was? Wer, der, keine Ahnung, wer der Typ ist, Alter. Nein, Mann, nimm nicht einfach Aufträge an, ne? Nee, Taxi sollen wir. Und Kiez war auch geplant. Bist du sicher? Ja, weil die hat, also Taxi ist ja schon quasi seit, ne? Dann haben wir jetzt, ähm, Bomben. Mhm, richtig. Was ist mit dem, was ist los, Alter? Irgendwann geht hier ab. Er ist voll am Heulen. Ja, aber meinst du nicht, dass wir erstmal die anderen Sachen importieren sollten? Bevor wir da an die, an die Sachen rangehen? Das war eigentlich das Hauptding, weshalb das so ein bisschen entstanden ist. So, dass die Firmen halt nochmal was kriegen, weißt du? Das ist, das ist halt so ein Nebenbei-Ding, weißt du? So, dass die, das für die Firmen schon mal annehmen. Und dann nach und nach auf, so, ja. Wichtig ist halt so, dass wir halt auch für die, ich sag ja da, für die Zivilbevölkerung noch mit was reinhauen. Aber für die Firmen und so weiter und für die Leute, die länger da sind, und die Gruppierungen, äh, wollten wir halt auch was mit reinbringen, so. Du weißt schon gerade, wie du das erklärst, ne? Und das klingt ziemlich dumm, so. Aber egal. Ja. Wollten wir auch was reinbringen? Egal, Alter. Ja, ja, ins Land bringen. Ja, 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 komm, egal. Was denkst du denn? Was weiß ich, Junge? Bei dir kickt das richtig im Schädel, Junge. Hä, hä? Dann haben wir die Bomben-Sache, dann nehmen wir das mit Kiez noch auf die Liste, Taxi noch und Codys darfst du nicht vergessen, das war auch geplant, ne? Ja, aber Codys wissen wir ja schon, ne? Was wir importieren. Ja, das ist... Was wir reinbringen, ey, 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 ey. Was wir reinbringen, Junge. Aber im Endeffekt weißt du, was ich meine, ne? Ja, ja. Weil der erklärt da einfach alles, Alter, und der weiß nicht mehr, was abgeht. Der Trudel. Ja, äh, ich hab vorhin schon überlegt, so, die Hustler kenn ich zum Beispiel nicht mal, so, weißt du? Nein, was? Keine Ahnung, wer die sind. Im Moment, der kann doch nicht jetzt jeder kommen und sagen, jo, ich will was. Genau wie die gestern vom Sushi-Restaurant. Wie viele Mitarbeiter habt ihr, Herr O3? Wie lange habt ihr den Laden schon auf? Äh, die vom Sushi, die hatte ich nicht auf dem Zettel, aber die sind auch schon seit x Monaten dabei, ne? Ja, aber gibt kein Kimolo. Ja, das ist klar, dass wir sowas nicht kriegen. Und weil, wer der alte Sack da ist, keine Ahnung, Alter. Da will ich mit dem Chef quatschen und nicht mit irgendeinem. Junge, was geht hier ab? Warum verkloppt den Medic mit dem Baseballschläger? Ach, das ist auch eine Frau. Ja, äh, ja gut, äh, ja. Im Endeffekt weißt du, was ich meine. Nee, das ist nicht, Juni. Das ist der Seidenbacher, der Max. Was ist denn hier los? Ja, das ist der neue Würfelpark anscheinend hier. Weck schon. Ich fau... Lass mal hier weg. Ich bin gerade am überlegen. Ja, da muss der Frank sagen, was die da haben wollen. Dann hol die einfach im Kiez drauf oder was. Oh Gott, Junge. Gib mal die ab, Junge. Ah, geh mal wieder in den Kreis des Todes. Frank! Ey, du musst da irgendwie eine Vorstellung haben, was du da haben willst, ne? Von was jetzt, Bruder? Ja, Klamotte oder was du da haben willst. Für Kiez-Dings. Ja. Ja, ja, da haben wir gerade schon drüber geredet. In ein, zwei Tagen haben wir, wir machen versuchen, diese einfertig zu machen. Okay. Grobes, weißt du? Aber wir wollten nur die haben. Oh, du kleiner Dreckschner, Alter. So, egal, wenn die eh wissen, weißt du, was ich meine, kann da auch draufstehen, oder? Okay. Ich finde, ich... Was soll ich mit einer Flag? Ich hab dem dann noch einen Schokomuffin hingebrochen. Das wäre ja unauthentisch. Ich dein Hund in der Einfahrt, oder was? Wenn ich mein halbes Leben über Flags läster, dann selbst eins anziehe. Ich versuche gerade, oben einen Termin zu machen, ne? Dass wir kurz hoch können und diesen... Ja, aber wir müssen zum Gewerbe haben, nicht zum Department. Hm. Erich, erzähl's ihm nochmal. Hallo! Oh, nee, bitte nicht. Mein Kopf... Oh, ach... Also, ich mach einfach schnell, ja? Ja. Mein Sohn musst du das auch so machen. Wenn du... Wenn du zum Beispiel nicht da bist, später, aber Frank ist da und da hat aber so ein Notarier mit, glaub ich, einem Zettel, dann läuft das auch. Deswegen aber zum... Ich weiß halt nur nicht, ob das Hotel auf mein Gewerbe läuft. Ich weiß halt nicht. Ich hab keine Ahnung. Jack! Spielt ja keine Rolle, wenn du's mir verkaufst. Ja, aber wenn es nicht mir gehört, kann ich es nicht verkaufen, weil ich hatte damit gar nichts zu tun. Was steht denn auf deinem Gewerbeschein drauf? Alles... Ja, keine Ahnung. Mann, ich hab sechs, sieben Dinger davon. Die sind unten. Also wirklich. Ja, ja, das ist gut. Mowgli? Bist du Mowgli? Ja. Kannst mal kurz kommen. Ich hab nämlich nur eine Betriebserlaubnis für die gesamte Fläche da, bei uns am Park. Inklusive Cody. Wenn's nicht drinsteht, dann kannst du's nicht, natürlich. Aber vielleicht hat der Max das eintragen lassen. Egal, geh mal gucken einfach. Die werden ja die Dokumente haben, da steht er da drin. Jack hat der Max das eintragen lassen, weil den Max hab ich nämlich zum CEO gemacht meiner Firma. Genau. Und der hat da wahrscheinlich eintragen lassen noch, das Hotel dazu, ne? Ja. Auch als Gewerbe. Ja. Ja, und dann trete ich das Gewerbe einfach an Frank ab. Nein. Wie nein? Ich verkaufe den dort. Das Gewerbe ist das Junkie Park Gewerbe. Ja, aber ich will das Hotel nicht mehr haben. Ja, aber du willst das Hotel einfach nur verkaufen. Den Hotel kann er doch verkaufen. Du musst einfach nur das Hotel als Gegenstand verkaufen. Und das machen die beim Department oder beim Gewerbeamt? Beim DOJ. Oh Junge, ich hasse diese Missgeburten da oben, ne? Egal, was sind wir immer Termin haben. Mir gehört das Hotel. Ich will das Hotel verkaufen an den Herr Steiner. 31 Dollar. Bums. Fertig. War toll. War das mit den Schlüssel? Haben die schon alle Schlüssel? Hat er ja bekommen. Müsste gucken wegen Ersatzschlüssel. Musste mit Juri. Keine Ahnung. Warum? Wir hatten nur 16 Schlüssel bekommen, oder nicht? Nein, wir hatten nicht 16 Schlüssel bekommen. Wax hat ein paar Schlüssel bekommen, das war's. Für jede Wohnung eins oder so vielleicht. Ja, das sind doch 16 Wohnungen. Okay. Ja. Gute. Ja, ich weiß es nicht genau, wie viel denn. Ansonsten muss Juri da ein bisschen nachmachen. Egal, wenn du einen Termin hast, dann lass da hochgehen. Das muss ja eingetragen sein. Ja. Einfach nur hin, sagen hier, geben Unterschrift fertig und damit kann Frank dann zu dem Gewerbeamt. Ich rufe dir irgendwas an und dann nochmal die Richtung. Hallo? Ja, schön zu was geht. Richtig. Alle haten meinen Charakter, ja. Alle wollen Peanut. Ich fühl mich gemobbt. Pyro, danke schön. Ich lese die Subs gleich vor, Jungs. Dankeschön. Ja, okay, dann komm ich. Bis gleich. Ciao. Ja, wir können da jetzt hin. Zum Department. Genau. Ja, okay, dann hol ich mich. Ja, treffen wir uns da, oder was? Ja, ja, ich muss eben kurz zum Park, Alter. Ich hab solche Sachen. Möchtest du mich noch kurz bei Loli gleich nach? Ich weiß gar nicht, ob wir Autos fahren. Womit fahren wir? Ich hab keine Ahnung, ich wurde hergebracht. Ja, wir besorgen uns was. Ja, ich komm da jetzt gleich hin. Lass dann da hochfahren, aber ich muss vorher zum Park. Ja. Möchtest du mich noch kurz belogen? Du musst ins Park. Ich hab nur ein Overtail. Danju. Ja. Was hast du jetzt noch, was du abgeben wolltest? Ist das zu Hause? Was ist das zu Hause? Ich hab noch das eine oder andere Geschenk auf jeden Fall. Ich hab schon mit dem Bademeister gequatscht hier. Das kommt dann in das Auto am Ende des Tunnels. Ja, macht ihr das dann, oder soll ich das machen? Wir machen das, aber da kannst du auch drauf zugreifen. Ja, ja, ich weiß. Ich hab die Daten schon vom Jack bekommen. Genau. Perfekt, perfekt, perfekt. Wo das Auto steht. Ja, genau. Ja, warte, dann hab ich noch einen im Kofferraum. Dann geb ich dir die Bademeister. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, mach das. Wir kommen da vorne. Äh, fahren wir dann eben hoch? Wo ist der Dings jetzt? Ja, wir fangen dann gleich oben. Da drüben. Äh, wie ich sag. Ach du Heimatland, ey. Nie wieder günstige Flüge buchen, Mann. Mir juckt der Arsch, Mann. Und die Nille. Ach du Heimatland. Ich glaub nicht, dass das der Fluch war. Einste? Nee, ich hab zweite Klasse gebucht. Das spür ich im ganzen Rücken. Gut, alles ordentlich. Bei der Academy Motel, warte, die du rausgesucht hast. Ja, warte, Jack, ich komm sofort. Wenn's das für 5 Dollar die Stunde, oder was? Dann machst du Bademeister dann, ne? Ja, mach ich mal. Hau das auf, wo was. Hau das ab. Hier läuft grad ein illegaler Waffen-Deal ab. Ruf doch die Bullen. Ah, ruf doch die Polizei. Bis später. Dope. Jetzt weiß ich nicht, wo wir hin. Warte. Aua. Ich bin der dämlichste Mensch auf diesem Planeten. Egal. Lass dich drüber reden, Alter. Lass einfach nicht drüber reden. Aus mir wär ein richtig guter Polizist gewonnen, ich sag's dir. Äh, Unicorn, der zockt auch hier, ne? Aber dafür kommt die halt nicht mehr. Kommen wir jetzt auch noch aus dem Park, oder wenn? Ja, ja. Musst du Bademeister im Dungeon absetzen. Glaube ich. Du darfst nur nicht Items abgeben, wenn du vorher gebannt bist, oder so'n Shit. Und die sind ja alle nicht gebannt. Ich werd mir aber die Kohle von der Shisha-Wa wiederholen. Dass wir angezahlt haben, die 1,3 Millionen oder so. Äh, ja. Was ist denn da los, Junge? Was ist denn los heute? Mensch, Meister. Deff, bist du's. Ich komm. Achso, du bist's. Ich dachte schon. Eieieieiei. Selbstverständlich, das ist... Ich bin Polizist geworden. In der 5. Emission bin ich gerade. Ich glaub, wir müssen gleich mal die 10.12 machen, Herr Kollege. Ja, selbstverständlich, Mensch, Mann. 10.9, 10.9, 10.9. Ich bin tatsächlich den Geruch gefolgt. Wenn du auf Mission abgelehnt wirst, dann machst du das hier. Nein, das ist ja nicht mehr, ne? Nee, nee, ich bin doch Officer gerade in der 5. Mission, Herr Bademeister. Ja, das ist Praktikumstleidung. Das stimmt. Junge, lass mal... Hey, ihr seid alter ohne Witz. Aschinkleidung. Ey, Jungs, hat jemand Platz noch dafür? Für was? Ja, tu das bitte. Hierfür. Gibt das mehr. Was ist denn der? Gibt das mehr. Gibt das den Bademeister, den Jack? Ja. Oder ne, gibt das... Warte, warte, gibt das alles. Die ist aber fast leer, Hassler's wissen. Bademeister, du packst das da rein, wo wir, ne? Ja, dann brauche ich ne Tasche. Ich das soll. Ja, das ist kein Ding, warte, ich hab auch noch so Zeugs drin. Hm, steht das Auto noch da, wo es steht, ja, ne? Die machen mich fertig, ne? Dat, wo dat reinkommt. Ja, dat steht noch. Okay. Top, top, gut, dann kommen sie mit, ich hab auch noch was Schönes. Ich werd hier noch wahnsinnig heute. Warum packt die das jetzt in meine Karre rein? Ey. Ich weiß es nicht. Dann hast du einen Schlüssel für die Karre hier? Ja. Ja, dann fahr damit gleich zum anderen Auto dann, okay? Ja, okay. Jut, jut, jut. Weil ich hab keinen Bock, dass die Comuneratia machen. Ja, das stimmt wohl. Gut, dann hol ich ja mein Auto. Wir fahren jetzt hoch, ne? Wir fahren jetzt hoch. Treffen wir uns dann gleich hier bei uns, oder? Wir kommen klar, oder? Du zieh die Kacke aus, BT. Wir fahren mit... Meine Arbeitskleidung. Wir fahren mit Jogula. Ja, tu die Arbeitskleidung direkt mit in das Auto. Ja, mach da direkt mit rein, bitte. Eindame. Wir fahren mit Jogula. Wo ist denn deine Perle jetzt? Braucht ihr noch Knarre, bevor der Kiez euch jetzt gleich hochnimmt? Nein, die nehmen wir... Von Lava sind nicht mehr. Guck mal bitte, ob du einen Schlüssel hast für den Schlagen. Hab ich. Gut. Den dann hab ich auch. Was macht Big Muff? Ja. Der checkt gar nichts, Junge. Ich glaub, das ist das erste Mal, dass er so was erlebt hat. Muffin. Muff, Muff. Muffin. Das ist so, als wird der... Muff, Muffin. Muffin, komm her. Längen sie ein. Ja, wie alt sind sie? Hä? Wie alt sind sie? Der Muffin ist nur jung. Oh mein Gott, die Cops. Oh scheiße. Ah, 96er Jahrgang. Ah, guck mal, siehst du. 96er Jahrgang, hören sie mal. Waren sie irgendwie 24 Jahre dieses Lebens nur drin vom PC und kommen jetzt seit einem oder erst raus. Du guckst, du stehst da, immer wenn irgendwas passiert, stehst du da vorne und beobachtest das. Als wüsstest du nicht in was für einer Welt du unterwegs bist. Machst du mal locker in die Hose, mein Freund. Ja, ich weiß teilweise nicht, was ich sage. Ja, du bist hier mit dem Park unterwegs, Alter. Und dann die ganze Zeit noch das Telefon am Vibrieren, weißt du, wie das ist. Warum, wer ruft nicht an? Ach, keine Ahnung. Also hat er gelogen. Guck mal, er lügt einfach, Junge. Hä, Vibration hat... Hä, Vibration ist doch nicht anruf. Hä? Oh mein Gott, bitte. Ich fahr. Ruhig, Blut. Ah, jetzt ist es okay. Ich drück trotzdem nicht durch. Aber irgendwie habe ich da doch ein bisschen vermisst. Ja, Junge, ich habe wieder Schmerzen überall. So, wenn du nur zu Hause hängst, Mann, und die ganze Zeit da irgendwie am Umwerkeln bist. Und Mila ist ja auch voll krank. Immer noch? Ja, hat Hämorin. Momentan platzen die auf. Das wird auch nie besser bei der, ne? Junge, hundertprozentig ficken die jetzt meinen Kopf, ne? Ich hasse das, Department of Justice. Niemand mag das. Ich weiß nämlich nicht, was der Max gemacht hat und was der geklärt hat. Ich habe mit dem Max mal gesprochen. Ich weiß nur, dass ich mit Max da war und den eintragen lassen habe beim Gewerbeamt, glaube ich. Ja, beim Gewerbeamt. Ja, genau. Als CEO. Dass er mit CEO mit mir ist. Dass er da befugtes Dings hat. Ja, deswegen bin ich auch nicht hochgefahren, weil ich kann da gar nichts tun. Ich könnte es aber erklären. Und ja, ich hoffe, dass der das Hotel zum Gewerbe gemacht hat und das auf der Junkie-Pack-Gewerbe draufgeschrieben hat. Ja. Ja, das sagen die. Weil ich wette, jetzt kommen die nämlich gleich mit. Ja, ist nicht so. Ich habe einen Ordner von Max dabei mit seinen Dokumenten zur Not. Hast du? Ja. Gut, weil ich habe die nicht. Ich habe nur meine. Ja, 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 ja. Ah, jetzt können wir knarren erstmal weg tun. Ach stimmt. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Ob ich hier den Holster tragen darf? Warum hast du ein Holster? Ich habe den noch von Jack dabei. Ach so. Hallo, Blacksium. Ja, komm. Ja, was ist mit dem Frank? Der steht da hinten irgendwo. Ach so. Ja, wir können doch schon mal in Ruhe reingehen. Genau so, Muffin, genau so. Hallo. So macht man das. Grüße. Hallo. Richtig so. Ja, mhm. Zackchen. Jo, alles klar. Hier wird man das Chat nicht mehr durchsucht. Muffin war durch. Zackchen. Ach. Töchchen. Perfekt für eine Geiselnahme. Klar, das ist heute Samstag. Ist noch nicht Sonntag. Boah, das ist inhaftierter. Ha. Guck dir den an. Echter Verbrecher. Die können wir jetzt rausholen. Nein, so was machen wir nicht mehr. Dienung. Äh, Tiger, keine Ahnung. Ich hab keine FPS-Anzeige. Bing, 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 bing. Ich schätze mal so zwischen 30 und 60 ungefähr. Ja, der Frank soll das machen. Der kann besser reden. Also mal hier richtig. Du bist auch wie. Du musst was beglaubigen. Du bist Richter. Noch bin ich kein Richter. Digga, es ist doch egal, was du bist. Du musst nur beglaubigen. Ey, ich frag einfach Zylinski oder wie der heißt. Da ist es nicht los. Da ist es Friedhoff. Wo ist Friedhoff? Ja. Wo ist Friedhoff? Das ist ein Marshall. Ah, ich setz mich schon mal hin. Das dauert wieder ein paar Stunden. Das dauert jetzt wieder acht Stunden oder so. Alter, Friedhoff. Das erste, was Frank macht, ist dem Typen. Mal anschreien. Junge, das dauert acht Stunden. Das sagt er dir jetzt schon. Wir machen uns einfach Deadline. Ui, Coco. Ui. Ah, ihr habt sogar Kiez dazu? Am Ferse? Ich hab das auch. Am Ferse. Was ist das denn? Bade. Meinstoch. Ja. Das ist das gleiche, Alter. Ja, fast. Geht's euch? Coolen Rucksack hast du. Woher hast du den? Das ist nicht meiner, der gehört Faye. Welche Faye von den Realis? Hast du geklaut, ja? Mhm. Nee, ich hab ihn in Sicherheit gebracht. Weil sie nicht wollte, dass der im Knast wegkommt. Und dann war letztendlich ich da mit im Knast. Aber es spielt keine Rolle. Ist von Faye. Und jetzt, solange ich Tasche hab, bin ich eine edle Lady und sähe aus wie eine edle Lady. Ist bestimmt wieder kein Ansprechpartner da, ne? Doch, doch, doch. Der Typ, der Marshal, da hinten ist der oberste, der Richter Friedhoff und der macht das. Warum zieht der sich so an? Vielleicht ist er da ein Cosplay-Day oder so. Einfach Marshal-Cosplay gemacht. Was macht denn der da hinten die ganze Zeit? Telefonsex oder was? Das ist der schlimmste Ort. Das ist echt der schlimmste Ort. Was hab ich gemacht? Nein, ich schlage dich, die ich sehe. Wach auf damit. Das ist eine Arnus-Krankheit. Das ist so unerträglich hier. Das ist wie Stimmung auf Friedhof. Hier vor diesem Richtungsgeding. Ja, Mann, ich hasse das hier wie die Pest. Ich gucke schon die ganze Zeit auf den Berg, ob da wollen wir kommen mit MGs. Wurde lange her, ne? Ja, Alter, wie die da oben runtergerattert haben. Ja, ja, ja. Das war ein wilder Abend. Das haben die bis heute nicht rausbekommen, da wie das war. Und die haben sich bis heute nicht verändert, tatsächlich. Die schießen immer noch einfach los. Hey, Digga, Friedhof, bitte, Bruder. Hallo. Hallo. Ich wünschte, ich wäre dick und hätte Spaß. Oh, Spaß. Ja, Mann. Wie so ein paar voll Idioten. Ja, Mann. Aber die sehen gut aus. Wir sehen schick auf. Junge, wer ist er denn? Ist das der Maxi oder was? Der mit dem Sombrero. Oh, Fiesta, Fiesta, Mexikana. Aber in der Ulife-App kann man die manchmal kaufen. Google die an. Ich finde dich gar nicht so cool. Du bist kein echter Maxi. Komm, zeig mal den Flagg. Ist gar nichts. Ohne Louis Vuitton, die Tastatur, die Jan hat quasi, kostet 350.000. Die Louis Vuitton kostet 400.000. Da ist ja noch so ein Sombrero da drin. Ja, das nicht, Mann. Haben wir die nicht wieder mal ein bisschen früher gekommen? Weil ich nicht weiß, ob der PC heute Abend quasi ab jetzt durchhält, wenn der Server voll geht. Ey, ich glaube... Ey, Maffen, stell ich mal dazu. Du fällst bestimmt nicht auf. SPL, das ist alles nur Spaß. Die Leute mimen nur rum. Wir brauchen noch mal entspannte Tage. Ey, ich fick den gleich. Ey, Frito. Das sage ich Mila. Nicht auf die Art und Weise. Ach so. Wieso? Oh, Junge. Was macht denn da hinten auf dem Parkplatz? Keine Ahnung, telefonieren oder so. Sucht er sein Auto oder was? 400.000 wesentlich für die Louis Vuitton. Ey, Mann, wo ist mein Auto? Reist. Denn die wissen, was unsere Schuhe kosten. Schuhe, mehr wert als dein Leben. Oh, da ist er. Cool. Ich und der... Moment. Ey, Junge, alter Will. Grüße. Er geht im Gebüsch und bückt sich. Ich fick den gleich, ne? Nein, das ist wie Superman in der Telefonzelle. Das ist wie Superman in der Telefonzelle. Er geht rein in die Telefonzelle, kommt wieder raus und ist der echte Richter. Er zieht sich um im Gebüsch. Hat der einen kleinen oder warum traut er sich das nicht hier? Wir haben eigentlich gar keinen Vertrag. Er will, ich will, ich will was ihm abkaufen. Okay, soll ich dir auf die Stirn einen Stempel machen, oder? Ne, einen Vertrag. Ja, ne, ich kann ihn nur bevollmächtigen. Wie, was heißt das? Ja, einen Vertrag muss er überschreiben oder einen Anwalt. Was muss da drin stehen? Ja, das war so ein Verkaufvertrag, oder nicht? Einfach, yo, motherfucker, ich verkauf den Ort fertig. Ja, richtig. Mal gucken, ob ein Anwalt da ist. Wo ist ein Coco? Die war doch eben noch hier. Ja, die lief hier eben rum. Weil die kann sowas ganz schnell. Ja, Chat, ich weiß, wie nachgefällt das schon besser. Ein Dreizeiler schreiben. Stich hier mein Herz. Ja, dann mach doch. Ja, Jack, mach bitte, du mal. Bitte, bitte, bitte. Ich will hier weg von diesem depressiven Ort. Sonst mach ich hier bald. Ehrlich, sonst kommen wir hier bald wieder hin. Wie versiegelt man. Muss das im Namen, okay, ja, ja, warte. Du musst das im Namen der Firma verkauft werden. Oder reicht das ich, Curtis Kusch? Verkaufe Frank Steiner. Ja, da musst du wahrscheinlich wieder hingehen. 15 Fotos machen und so ein Shit. Na ja, oder auch. Was wollt ihr denn verkaufen? Ja, wir haben ein Hotel. Ich will denen das verkaufen. Mit der 16 Zimmer da. Der Bumschuppel. Für 31 Dollar. Und dann braucht ihr das 16 Beobachtung. Nein, das ist ein Gewerbe. Das ist ein Hotel, Bruder. Dankeschön. Dann braucht ihr eine Unterschrift vom Gewerbe. Aber warum? Das ist doch nicht dein Ernst. Doch, weil es ein Gewerbe ist. Boah, ich fick euer ganzes System. Also Erich vom Taxi hat gesagt, das geht. Ja, also wir können das beglaubigen. Aber es wird halt erst überschritten, wenn es Gewerbe zuschreibt. Das ist ja Gewerbebesitzer. Es ist doch nur ein verkacktes Verbet. Warte, nein, nein, warte. Das ist von Frank-Vertrag. Erich vom Gewerbeamt. Ach, vom. Erich von. Erich eben meinte, der kennt es damit aus. Der ist schon ein alter Mann. Und so. Und der meinte, das Gewerbeamt muss da nichts machen. Der braucht einfach nur dieses Scheißschreiben, wo drin steht, Hotel ist verkauft an Frank Steiner für Summe X. Punkt. Das reicht dem Gewerbeamt, hat er gesagt. Der hat das damals wohl schon mal gemacht. Mit diesem Kaufvertrag beglaubt ich einen Vertrag und damit gehen wir zum Gewerbeamt. Ja, genau. Weil das ist jetzt wieder das Problem. Jetzt sagen Sie mir wieder, das Gewerbeamt muss da irgendwas machen. Nein, ich sage nur, wir können den Vertrag bestätigen, aber das ist... Ja, das reicht. Und damit geht Frank dann zum Gewerbeamt und sagt, das ist mein Gewerbe jetzt. Ja, mehr habe ich auch nicht gesagt. Super. Super, super, toll. Voll schau'n gut. Indirekt schauen. Wie heißt dein Unternehmen? Mainz. Ja. Oder Yankee Park oder so. Irgendwann mit Freizeitpark. Ich könnte das Kusch verkaufe... Erlebnispark Junkie. Den Erlebnispark Junkie. Ja, wir haben einen Erlebnispark. Ja, Erlebnispark Junkie. So, ich werde dir jetzt auch unter Zeugen die 31 Dollar geben. Aber bitte Kleingeld, Alter. Okay, ein Dollar noten hier. Danke. Ich habe nicht gezählt, wenn du Glück hast, ist es einer mehr. Ach, das passt schon. Oh, einer ist runtergefallen. Die Immobilie heißt Crown's Jewel Hotel, oder? Der ist Crown's Jewel Hotel, ja. Ja, der ist noch runtergefallen. Ui. Frank Steiner, ne? Oh, heftig, die Hose ist gerissen. Oder? Ja, Bruder, meinst du das ernst, oder was? Ja. Nein, ich habe alle hin. Habt dich doch nie dein Ausweis gesehen oder sonstiges. Telefon. Grüße, Fini. Sag mal, Meister, was soll ich dir schon wieder hören? Soll ich mir was zumachen, die Scheiße hier oben? Was? Nein, nee, muss nichts zumachen. Wie? Ich geh da jetzt rein. Ich mach's zu. Ich mach keinen Namen. Nein, das ist alles schon geklärt, Junge. Wie? Ist geklärt, ist geklärt. Boah, jemand, ey. Dann sagen sie mal, der Grinch von Jack, dass du die Karre hier nicht parken soll. Das ist zugeparkt hier, die Scheiße. Ich habe schon einen Abschlepper geholt. Das mache ich dir zu. Sehr gut, sehr gut. Machen wir, machen wir. Ja, ja, mach ich. Gut, ciao. Gut. Junge. Scheiße, mein Herz. Warum lacht denn dir? Der zweite Name ist doch Valerian, oder nicht? Ich gebe mein Herz in den Fall. Ey. Ja, ja. Ja, sag ich doch. Warum lacht denn dir? Ich nehm mich doch aufgehört, das Kusch. Ich geh immer am Wochenende. Ich geh immer am Wochenende und ins Mittelalter-Rollenspiel. Und da heiße ich Valeri. Ach, beim Lab? Ja, genau. Ja, Mann, ich habe so einen Holzpony, Alter. Damit komme ich da mal angetreten. Echt? Ich habe so einen Ponyman. Der mag das. Der sieht das als Fetisch. Guck mal, Muffin, da sind deine Freunde. Nee, die sind nicht original. Die haben ein Gefälschen von mir gekriegt. Ja, machst du das fertig, das Ding? Ja, ist gerade schon links. Ja, brauche ich dir nur eine. Bastard, ekelhaft, Junge. Ja. Ist das so ein Monsterhals hochgepürig? Einfach nein. Komm, ich bin seine Vertretung. Nur kurz. Amts am Arsson. Nein, nein, hättest du auch getan. Geh doch nicht, ohne das zu sagen. Digga, wieso denkt eigentlich jeder, er kann uns Friedhoff immer im Sek... Alter, ich... Vor allen Dingen ruf du die mal an, wenn die mit jemand anderem ein Gespräch haben. Du wirst konsequent weggedrückt, Alter. Das geht. Servus. Ist Jamal. Friedhoff. Hör mich. Ich habe ihn angerufen, der ist nicht reingangt. Digga, heftig. Grad schwierig. Nicht die anrufen, die gehen einfach nicht rum. Die drücken mich weg. Gertis? Ja. Ja, so. Hier, über deinen Dings, über deinen Namen, über deinen Namen einfach... ...unterschrift packen. Frank. Ja. Hier, über deinen Namen einfach Unterschrift packen. Ich habe keinen Namen. Den Namen steht drin. Ich habe keinen Namen. Den, den er jetzt gesagt hat, oder? Ich kenne ihn ausfüllen. Was? Nein, du schreibst einfach über den Namen, den ich dorthin geschrieben habe, deine Unterschrift. So. Geh mir das einfach ab, David, oder so. Dann kannst du noch dran an. Jetzt los, Junge. Ja, ist okay, passt. Wie soll er so einen schönen Stift? Warum ist das unterstrichen? Weil ich... Digga, was ist das? Das übertreibt doch nicht so, Mann. Wer? Mittelpunkt-Kent. Mach das jetzt ordentlich. Hoff mal rumzuschmieren. Ich will auch wissen, wie das geht, echt. Warte. Ich will das jetzt auch so reichen. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich habe da einfach nur unterschrieben, Junge. Ja, ich auch. Ja. Aber warte. So. Passt dazu? Ja, passt so. Zack. Ja. Schön mit Lamy-Füller aus der Grundschule. Let's go. Ich habe einen Pinken genommen. Was macht ihr? Wartet. Ich habe nichts mehr gemacht. So, wo ist der Herr vom Gewerbeamt? Ach, vom Dings. Welchen Charakter Recruit? Ja. Vom Dings. Das ist der oberste Richter Friedhoff. Aka, was ist denn mit Carsten los? Wie fühlt man sich eigentlich so als Richter, wenn man nie jemanden verurteilt? Warum sollte ich nie jemanden verurteilen? Weiß nicht. So viele Gangster. Keiner im Knast. Ich habe mir das heute Nacht jemanden verurteilt. Okay. Echt? Herr Richter, gucken Sie mal da drüber. Reicht etwas. Was habe ich zu urteilen? Geniale, in 48 Stunden Urheft rein. Da würde man hart ermittelt 48 Stunden durchgehen. Da kommen die Forensiker, Junge. Da kommt alles. Da wird persönlich angerufen, Alter. Beim Ende hat alles ein Hähnchen gesehen, der irgendwo drüben sucht. Aber das ist doch schon vor lange her, Rekrut. Oder? Achso, das ist eigentlich mein Main-Kurik. Wichtig dabei ist aber jetzt, dass sie nicht denken, er verkauft seinen Erlebnis-Park, sondern nur verkaufe die Immobilie Crown Schulhotel. Ja, die Gewerbe-Immobilie, ne? Die Objekte nochmal ein bisschen noch dazu schauen. Was ist das denn? Und jetzt fängt das schon wieder an. Jetzt fängt das schon wieder an, richtig reinzukicken. Der Postelcode, oder was? Ne, das, was auf der Urkunde steht. Okay, warten Sie. Achso. Ja, ja, ich hab das nicht. Du hast die Dokumente von Max. Ich hab den Dings dabei. Beruhigen Sie sich. Ah, der kennt das nicht. I won't feel the heat with somebody. Krank. Ja. Ruhe. So, Entschuldigung. Ruhe. Ruhe. Das war ja einfacher, das Ding zu klauen, als der zu verkaufen. Das ist das Schlimme. Was? Ja. Klau nochmal. Ich kann sogar noch Belegnummer und Postcode dazu schreiben. Nee, braucht man nicht. Okay. Dann am besten noch die Urkunden einfach hinterlegen. Achso. Also das ist die Reservierung des Gewerbegrundstücks. Genau. Hast du die? Ja. Gut. Natürlich hat er die alles. Das ist Jack. Will er nicht, dass Codys haben? 100 Dollar. So ist drin. Ich hab keine Ahnung. Ah, doch hab ich dabei. Dann war noch eine Berechtigung. Ach nee, Moment. Nicht schön. Aber in der Reservierung müssten wir jetzt. Moment. Eigentlich redet dein Charakter die ganze Zeit so gecoolt. Und nicht mit normaler Stimme. Es gehören alle Grundstücke von, also alle Gebäude in 5019 gehören dazu, ne? Ja. Was für 5019, Junge? Postlecode 5019. Alle, nicht nur das Hotel, sondern alle Gebäude drumherum. Ja, ja, alles. Der komplette Komplex. Ja. Damit Frank das weiß, damit alle jetzt auf dem gleichen Stand sind. 5019 komplett. Ja. Hast du den Kaufvertrag, machst du eine Kopie davon, Frank, ne? Nee. Ja, das ist schlecht. Ja, gib mal. Hab ich den. Ja, okay, warte, ich mach Kopie. Wer kriegt eh gleich von mir einen? Okay, ja, dann ist egal. Dann mach dir keinen. Manu, es nie. Dann ist noch die Frage, ob man den Herrn Steiner wirklich mit Steinerer schreibt. E. S-T-E-I-N-E-R. So dumm. Check. Junge, ich sag doch, ich hab doch... Ja, egal. So, ist korrigiert. Steiner. Schreib's auf uns da. Bruder. Ja, auch noch mal. Wie oft hab ich denn deine... Bruder. Bruder. Ja, ist jetzt richtig. Ich lass mir gleich Nachhilfe von meiner Deutsch lernen gehen. No shitting in the heart. For favor. Ja, dann bräuchte ich einmal nach die Ausweise von den Herrn Steinern und Kusch. Was, was? Ausweis. Ausweis an den Herrn, bitte. Passport. Ausweis. Passaporte, please. Papiere. Was bringt denn das? Du weißt doch, wer ich bin. Ja, der Form halber. Bisschen Müllformel. Ja, bitteschön. Vielen Dank. So. Wir haben alles von ihm. Lebenslauf, Fingerabdrücke. Du grüßt alles. Alles, was wichtig ist. So, wer möchte bezahlen? Dollar ist 5.000. Ich. Könnte Joe Barbit sein. Wie, das kostet 5.000 Dollar. Reicher, Mann. Der hat mir auf die Hotelkosten mit aufgeschlagen müssen. Alter, da hat jemand Geld hingeworfen. Perfekt. Jetzt schauen, komm mal. Okay, Boss. So, dann gebe ich Ihnen einmal über Bluetooth eine Kopie. Jo. Sind Sie allgemein für die Immobilien zuständig von Gewerbe? Der Herr oberste Richter? Ich mache da auch manchmal ein bisschen was, ja. Dann frage ich mich. Ja, dann müsst ihr gleich mal über meine Dokumente mal eben kurz kurz hin. Weil das verstehe ich jetzt ja alles. Ja, da kann ich leider nicht drauf zugreifen. Das ist eine verschlüsselte SMS. Ja, dauert immer noch einen Moment. Datenschutz geht vor. Safety first. So. Ah, das ist das, wovon ich auch eine Kopie bräuchte, ne? Ja, und damit gehst du dann hin zum DJ morgen und sagst hier, ich will vermieten. Nee, zum Gewerbeamt. Ja, meinst du? Mein Gott. Kann ich das am Morgen hierherkommen und sagst, ich will vermieten. Das sind für mich alles die gleichen Fragen. Ich weiß nicht, wo das Gewerbeamt ist. Ich dachte, das ist auch hier oben. Nee, da hast du nicht erstanden. Gut. Ja, geil. Danke für das Geschäft. Achso, und wegen Schlüssel müssen wir dann nochmal mit Juri quatschen. Wie, gibt's noch mehr? Mit einem Schlüssel kommst du nicht weit. Wenn du doch jemandem das vermieten willst, dann kannst du dem nicht ein Schlüssel geben, oder? Ja, das stimmt. Klärst du das? Ja, ich frag mal Juri. Okay, perfekt. So, jetzt will ich aber nur gleich ein paar Fragen. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Erfolg und jo, danke, ne? Ja. Jut, macht das jut. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Ich gucke jetzt hier gerade auf meine Dokumente. Denkt dran, ne? Nicht der J. Ja, 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 ja. Und da steht überall ungültig. Das ist belastend. Hä? Die musste man doch gar nicht mehr verlängern. Da wurde doch irgendwas geändert. Mir wurde gesagt, ja, man muss nur einmal so machen und dann muss das nicht mehr verlängert werden. Warum steht jetzt da ungültig? Vermutlich, weil sie ja noch die alten haben. Ja, das kann natürlich sein. Das ist belastend. Ja, das ist echt belastend. Ja. Wer gibt denn den neuen? Und was ich auch nicht verstehe, ist, wie konnte Cody vom Burgerladen das Vorverkaufsrecht für den... Ach so, ne. Wer die Immobilie quasi Dings gebaut hat, also das bezahlt hat, dem gehört auch das Vorverkaufsrecht, ne? Das ist auch neu, oder? Ne, das hat damit eigentlich... Ja, weil das Vorverkaufsrecht für den Burgerladen eigentlich noch mehr gehört, aber er hat es bekommen. Wie auch immer. Was jetzt nicht schlimm ist, weil ich mit ihm zusammenarbeite. Okay. Es geht darum, dass wir eine außenstehende Person dahin kommen und das einfach beantragen können. Also bei Gewerbemänner ist es so, wenn die bei uns frei sind, können die vergeben werden und dann muss es ja mittlerweile beim Gewerbeamt hinterlegt werden. Ja, aber laut meinen Informationen können Gewerbe, die zum Beispiel ausgebaut sind oder verändert wurden, gar nicht mehr, die müssen nicht mehr erweitert werden und die können noch nicht neu beantragen, die kann man ja verlängert werden und die kann man noch gar nicht verlieren. Also die Gewerbe, wo wir die Rückmeldung kriegen, die sind dauerhaft, genau. Ja. Ja, Frau Morel. Ich hasse Justiz-RP nicht. Ich hasse das wie die Pest, Alter. Einer? Ihr seid ja alle schick aus. Danke. Ja, danke, danke. So, dann soll der Kiez sich das wiederholen. Ich hoffe, der die was im RP daraus machen, weil es wäre zu schade, wenn das leer steht und nichts daraus gemacht wird. Der sah leider nicht so schick aus. Ich will tauschen. Nee, die Uniform haben wir. Oh. Genau, also der, der, die Einstufung muss. Ja, aus dem Moteljahrne. Also nicht die, nicht die Person, die eingetragen ist, die muss es ja beantragen. Genau, es sei denn, es gibt halt Nachweise, dass es scheinbar nicht mehr so ist. Ja, wer weiß, vielleicht ja doch. Genau, und wenn sie halt jetzt eine Meldung oder eine Prüfung machen und der AGV-Eintrag und der Nachweis ist, sag ich mal, jetzt übertrieben gesagt, ein halbes Jahr alt und der hat nur einen, dann kann sie halt, dass wir ihn streichen lassen. Und dann muss man halt wieder einen neuen Nachweis finden, dass er wieder auf Aktiv gesetzt wird. Jo, Cody. Dach, dach. Willst du kurz zum Departement da oben kommen? Wir sind gerade hier und haben da so einen Termin. Vielleicht kann ich dich direkt eintragen lassen. Hier. Nee, das geht beim Gewerbeamt doch nur, oder? Warte, Bruder, ich hab keine Ahnung. Alter, die gehen mir schon wieder auf den Sack hier. Also ich glaub, du musst das beim Gewerbeamt machen. Du hast das Vorverkaufsrecht für den Laden bekommen, ne? Also ich hab das da auf jeden Fall beantwortet und die meinten, ich kann das da abholen. Ich hab's halt noch nicht abgeholt, aber ja, ich kann's da abholen. Ich frag mich halt, wie das möglich ist, wenn ich das hab. Wie ist das möglich, dass du das Vorverkaufsrecht holen kannst, wenn quasi mir das gehört? Wie ist das möglich, dass der Taco-Farmer weitergegeben wird, wenn ich noch das Vorkaufsrecht dafür hab? Hä? Aber das... Hä? Ich hasse diesen Laden. Ja. Ja. Keine Ahnung, lass versuchen, komm mal von da oben kurz. Äh, ja, easy, mach mich auf den Weg. Bis gleich. Wer ist das Vorverkaufsrecht für die Nett? Bitte was? Wer ist die Urkunde für die Nett? Äh, alle. Was ist alle? Ein komplettes Junkie-Erlebnis. Erlebnis-Junkie. Für den kompletten Park. Alle Reservierungsbestätigungen, die ich hab, ist ein Stempel drauf, mit ungültig. Soll ich die denn da zeigen, wa? Ja. Ja, das sind aber ein paar. Weil das nämlich sechs Objekte oder so sind. Ja. Und mir wurde gesagt, nach der letzten Änderung, ich muss das nicht mehr verlängern. Das wurde irgendwie alles zusammengetragen und ich muss nicht mehr herkommen und das verlängern. Weil das wird ja auch noch bebaut, ne? Eine Bar zum Beispiel ist der Bauauftrag noch am Start. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wer da was bearbeitet hat. Ich war sogar im Kontakt mit dem FAB noch wegen den Steuern die ganze Zeit. Ich hasse das so sehr. Imagine, du spielst dann für den Charakter eine gewisse Zeit lang nicht, aber es ist dann die andere da, der da Mittagssagen hat, wie Max. Die ganze Zeit jetzt am Anfang, bis der Parking mal weggang ist. Und die hauen da einfach einen Stempel drauf mit Dings weg. Ja, das liegt daran, weil... Ja, den habe ich eintragen lassen noch dazu. Dass wir beide halt Firmenchef sind. Ja, ne, der hat die neuen Urkunden auch geholt. Achso, der hat die... Okay, dann sind das Veraltete. Das hätte mich jetzt auch... Was mich jetzt aber wundert ist, wie kann Cody das Vorverkaufsrecht für den Burgerloan holen, wenn das mir gehört? Oder uns? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich check das nicht. Ich weiß nicht mal, welches Dokument dafür den Burgerloan ist. Das liegt daran. Das muss ich jetzt nochmal angucken. Das liegt daran, weil das Gewerbeamt das Gewerbeobjekt in der Gewerbelizenz dem Herrn Kingston überschrieben hat. Ja, aber das können die dann nicht einfach so machen. Doch, weil nach dem Gesetz das Gewerbeamt die Gewerbeobjekte vergeben wird. Weil die Gewerbeobjekte ja auch... Also, weil er halt quasi, weil das halt sein Gewerbe ist, haben die ihm halt dafür das Ding angegeben. Okay, das verstehe ich. Das ist in Ordnung. Das hat auch seine Richtigkeit so. Weil das wollten wir eh machen. Und das sind die zwei Neuen. Okay, und die müssen immerhin... Okay, jetzt ist nur noch Hotel. Aber warum steht jetzt nur als Inhambar Maxwell dann? Weil er die neue Gewerbelizenz verbreitert hat. Okay, das ist jetzt für den gesamten Park hier. Und das andere ist... 5019 war das Hotel wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, das ist ja überschrieben. Ja, das ist ja jetzt überschrieben. Das interessiert nicht mehr. Okay, dann interessiert mich nur das. Und dann gibt's das von CK. Das ist... Wie ist denn das jetzt, wenn ich Cody von CK auch noch bei mir eintragen möchte? Dass er quasi auch die Halle, weil wir haben eine Halle für Sportevents, mitnutzen kann gewerblich. Das macht alles Gewerbeamt. Dann muss ich zum Gewerbeamt. Morgen dann. Genau. Also wir vergeben ja quasi nur die Grundstufe, dass das an Sieg ist. Muss ich dir nur kurz sagen. Ja? Ja, wir müssen morgen zum Gewerbeamt, hast recht. Und du hast das überschrieben bekommen, weil... Vom Gewerbeamt, ne? Und auch das Vorverkaufsrecht... Ich hab vom Gewerbeamt... Ja, ja. Nee, ich hab vom Gewerbeamt nur eine Urkunde gekriegt, dass mein Laden jetzt da ist. Ja, aber du kriegst gleichzeitig auch das Vorverkaufsrecht dafür. Ah, okay. Weil das ergibt ja Sinn. Das hätten wir ja eh gemacht. Ja, ja, richtig. Dass das Sinn ergibt, ist klar. Was ich nur nicht verstehe, ist, bei deiner Urkunde steht Postelcode 4010. Nee, das steht Alter. Und von meinen ganzen Objekten quasi der gesamte Park, inklusive deines Larns, ist 40332. Naja, sie müssen das zweite aufmachen, das andere war der alte CKs. Haben die da noch einen alten Postelcode? Ich hab so eine Karte nicht, das weiß ich nicht. Warte mal, was ist das denn jetzt hier? Ach, das war der alte. Ah, hier, ja, ja, okay, 4010 war dein Alter. Okay. Ja, dann haben die das vielleicht noch nicht geändert. Obwohl, doch, müssen sie ja gemacht haben. Hä? Warte mal, ich guck mal selber eben. Nee, ich check halt nicht. Lass mich kurz gucken, ich hab irgendwo die neuste Urkunde von denen. Oh, Mann. Nee, nee, passt, passt, passt. Ist alles gut. Okay. Okay. Es ist genau das. Ja, nee, easy. Dann gehen wir einfach morgen zum Gewerbe am liebsten. Ja, dann trage ich dich, ja. Okay, ja, wir kommen jetzt eh, glaub ich, was essen. Ja, in einer Stunde. Ach ja, ja, aber zum Laden meine ich. Ja, easy, ich häng hier rum. Okay, alles klar, bis gleich. Bis gleich. So, alles klar, dann haben sie alle unsere Fragen beantwortet, vielen Dank. Moment, ich hab noch eine ganz kleine, aber... Ich hab noch eine ganz kleine Frage, so zu Menschenrechten mäßig und Job verbauen. Wenn man sagt, man möchte Polizist werden oder so, wie lang ist man negativ aufgefallen oder bis wann darf die Polizei sagen, ja, die möchten wir doch nicht haben? Solange sie eine aktive Vorstrafe haben. Was heißt aktive Vorstrafe? Was heißt aktive Vorstrafe? Du kannst sie ablehnen, sobald in ihrem Führungszeugnis was drinsteht. Prüster. Ja, hey, du bist ein Krimineller, Junge, was wunderst du dich? Bin ich nicht. Bist du wohl? Nie was gemacht, okay. Ja, alle Fragen beantworten. Warst du mal im Gefängnis? Nein. Wurdest du mal verhaftet? Dazu möchte ich mich nicht wissen. Ja, also du bist ein Krimineller, alles klar. Tschüss. Machen Sie es jetzt. Dankeschön, schönen Abend. Junge, ich will hier nie wieder hin, bitte, Alter. Ich bin nur zweimal eingeschlafen. Ich will hier bitte nie wieder hin. Ich dachte, du hast die ganzen Dokumente von Max. Warum sagst du mir nicht, dass es zwei neue Urkunden gibt? Welche? Ja, merkst du selber gerade, ne? Hab ich. Okay, es gibt jetzt nur noch eine Urkunde vom ganzen Park. Und nochmal die gleiche Urkunde nur für C-Case. Das hat aber seine Richtigkeit. Die andere Urkunde ist komplett egal. Weil das das Hotel ist vom Kiez. Oh, Junge. Ja, Muffin. Ich bin so froh, dass wir hier durch sind. So, morgen muss ich mit dem Cody zum Gewerbeamt. Was weiß ich, wann die aufhaben. Und den eintragen lassen. Auch als Inhaber oder was weiß ich, Alter, für den Park. Für den Erlebnispark. Damit er mit die Halle nutzen kann. Ja. Gewerblich. Warte mal, hier, Muffin. Hä? Hast du das überhaupt alles angemeldet, das Unternehmen? Oder ist das auf Augenzwinkern-Basis? Auf Augenzwinkern-Basis mit Start-Up-Gesletchert. Also wird das FIB uns auch nie kontaktieren, zwecks irgendwelche Steuern, oder? Nee, die wissen nicht mal wahrscheinlich, dass es das uns gibt. Du weißt aber schon, da werden die mit. Ja, Moment. Danke dafür, ne? Sobald wir damit öffentlich werden, ULive oder so, bekommt das FIB das mit. Und die werden uns dann so richtig ficken. Dann fick ich die aber zurück. Nee, warte, das Problem ist, die könnten, wenn wir einen Laden haben, ne? Wenn wir einen Laden haben wollen, müssen wir den da oben holen gehen, ne? Ja, weißt du, was wir machen? Muffin, morgen Mittag fahren wir auch zum Gewerbeamt. Wir zwinkern dann mal dem Typen vom Gewerbeamt zu, dass er das dann auf Augenraten hat und dann direkt übergibt das Ding. Oh, 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 oh. Ja, ich bin schon langsam. Dann mache ich, wir haben Fotos gemacht von dem Objekt schon. Ich mache noch ein Foto von Postelcode, damit er das dann morgen direkt, ich packe das halt zusammen. Ja, denk da, du musst aber, nee, 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 warte mal, du musst da ein paar Tage ein Auto vorstellen, ne? Ja, das ist ja klar, weil die das nämlich kontrollieren kommen, was sie eh nicht tun. Das ist ein öffentlicher Laden. Junge, was ist das denn? Ach, glaub mir, das ist eine Katastrophe da oben. Ja, ich kläre das morgen. Aber ich muss halt wegen, wer Inhaber, also im Endeffekt hat jeder von uns Inhaber, das ist uns egal. Nee, du bist kein Inhaber vom Park. Nein, wir reden gerade von Klamottenland. Ach so, ja, da kann er bei Muffin übernehmen. Ja, 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 nur, da muss er morgen mit dahin sich das geben. Ja, kriegen wir hin. Boah, ich habe jetzt schon einen Hohen Puls, ich würde am liebsten schlafen gehen. Und wenn ich jetzt an den Kreis denke, der Finn hat mich angerufen aus dem Urlaub. Ja, die sind gerade mit Bademeister, BT, Finn und Dungeon unterwegs. Wo denn? Ja, die machen ein bisschen Mittagsschicht. Mein Gott, Alter. Junge, ich wollte jetzt essen. Lassen wir uns zum Cody gehen, der wollte da irgendwo abhängen. Ja, ja, ich komme gleich. Ja, ja. Wo wollen wir hin? Wo bist du denn, Cody? Hallo? 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 Ja, ja, hallo, hallo. Rät halt nicht mit mir, Arschloch. Junge. Ah, wenigstens ist sie abgeschlossen. Oh, dich hat auch bestimmt monatelang keiner gefüttert. Bin erst mal raussteher, P ist nicht so meins. Ah, sieht das schön hier aus. Bruder, gestanden wird überall. Ja, Unicorn, hallo? Jeder Erpeller steht irgendwo und unterhält sich, ne? Mach mir kein schlechtes Gewissen, Junge. Was ist mit dir? Ach, die kannst du in eine Pfeife auch nehmen, Bademeister. Keine Ahnung, wer ist denn das jetzt schon wieder? Ach, Cody. Hallo, Slavik. Muss ja auch nicht jeden Tag lustig sein. Mann, 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 Mann. Ach, da besser. Tag, Tag. Boah, hab mich echt gewundert, dass die Türen von der Halle abgeschlossen sind. Wieso? Ich dachte, das wäre die ganze Zeit auf. Nee, nee. Hast du einen Schlüssel dafür, ja, ne? Mhm. Ja, müssen wir morgen da hin. Und dich da nur eintragen lassen. Ja, perfekt. Ich guck grad so auf meine Dokumente am Handy, da steht ja überall ungültig, ne? Auf meinen Dingern. Hast du noch nicht die neuen, äh, endlos gültigen Abholzab? Nee, hat ich noch nicht, hat er mir gerade gegeben. Okay. Ja, das ist geil, dann musst du da nicht mehr hinterher rennen und so, ne? Das ist schon entspannt. Eine gute Sache von tausend Schlechten. Ich schreibe übrigens einen Leserbrief in der Weasel News gegen das DOJ, falls ihr noch irgendwie gegen das DOJ haten wollt. Ach, halt, ob das was bringt, Mann. So kacktisch da. Nee, mach das nicht, aber ist trotzdem witzig. Was willst du da machen? Der Typ ist grad fast eingepennt, als der uns die Dokumente gezeigt hat. Und dann geht der im Gebüsch sich umziehen, weil der vorher rumrennt wie ein Marshall. Da kommen da so andere, machen den Drive-Ball und sagen, ey, sind aber cool. Da weißt du rechte Hand nicht, was die Linke tut da oben. Ich meine, ich könnte nicht besser, was beschwere ich mich, ne? Aber wenn man sich darauf bewirbt und das irgendwie studiert hat und so, sollte man seinen Job vernünftig machen können. Ach ja. Ich weiß nicht, wegen der Stimme mein Hals zu drehen, wenn ich die Kaltes rede. Deshalb rede ich normal gerade. Vielleicht ändern wir das wieder. Das hat der gut geschehen. Wenn ich überhaupt nochmal auf den Charakter logge. In den nächsten sechs Monaten. So, Folge-Jurat da oben. Das sind nur für Schuhe eigentlich. Wir brauchen noch ein paar Nikes. Ja, gib her. Wir haben gestern ein paar verkauft mit schwarzen Schnürriemen für eine halbe Million. Ja, das ist ans Elberfeld oder was? Nee, an den Tatsächern, den Polizisten. Die verdienen ja auch Millionen. Ich, äh, halte dir, ähm, 200.000. Pff, was? Nein, Bruder, ich bin auf Unity, Hernandez. Schon immer. Guck mal, der muss ja auch nicht mehr ansehen, dass ich solche Schuhe anzahle. Bruder, du hast Schuhe mit Leopardenmuster, Alter. Ja, die sind fresh. Sind Raubkatz oder was? Für die Schuhe, für die, die wir haben. Ja, ja. Was sind denn so die Lieferzeiten? Boah, die sind extrem selten. Ich weiß nicht, ob wir welche im Lager wieder haben. Nur Jordans, boah. Können wir, lass den Ding, lass dem morgen Bescheid sagen, so. Ich würde auch schon ein bisschen mehr bezahlen vielleicht. Aber kommt drauf an, wie die aussehen halt, ne? Ja, siehst du doch, guck doch mal. Nee, die wir haben, nur die Schnürsenkel. Oder mit schwarzen. Ja, wir haben halt noch schwarze Schnürsenkel, rote Schnürsenkel. Ja, ich hab die mit schwarzen. Und pinke. Pinke sieht bei der Oaks Zell fresh aus. Pinke und pinke. Ich glaube, mit den pinken haben wir sogar noch immer da. Stimmt, die pinken haben wir noch gar nicht verdingelt, ne? Ja, richtig. Die sind im Karton. Mit pinken Schnürsenkeln? Die trippen auf jeden Fall. Sind die so knallepink? Äh, so ein bisschen wie das... Und eher so rosa, oder? Wie der Jugola, ja. Das ist aber rosa. Das ist rosa. Ah, junge, pink. Ja, pink ist halt noch so richtig knallig. Auf die Diskussion habe ich jetzt gar keine Lust. Das Ding ist, mit denen, also die D-Schatten haben, die fallen halt nicht so auf. Aber hast du dann einfach rote oder pinke Schnürsenkel, dann guckt da auch jeder drauf. Ach, ich wollte nur Brian nur anrufen. Jetzt zeig mal her. Ja, wir müssen die holen fahren. Woffeln, sollen wir kurz holen fahren? Ja, können wir machen. Ja, ich muss kurz hervonnehmen. Ja, nennen Jivke da mit. Oder Jivke rappt hier, mir egal. Hallo? Hallo? Geht. Was geht bei dir? Nix, ja. Wie sieht das aus mit den Waffenholzer-Dingern zu Demonstrationszwecken? Zweckswerbung, die wir verkaufen? Ja, Fächer ist grad da. Ja, ihr solltet da ja eh nicht an irgendjemanden verkaufen. Nee, nee. Aber ich könnte hundertprozentig wetten, dass wenn wir dann Security-Firmen verkaufen, dass die das auf jeden Fall entweder resellen werden, weil deren Firma, naja, aber da gehen die doch einen Fick drauf, Alter. Oder, was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass die abgezogen werden, ne? Aber ich denke, meine Security-Firma sollte das hinbekommen. Sich da irgendwie abzusichern. Fischer! Ich mache auch einen Antrag fertig, Alter, ist kein Ding. Ja, dann mach einen Antrag fertig und drück den Fischer in die Hand. Ja, aber wir sind halt kein Security-Firma. Ja, hier gehört es sich aber am Telefon und die fragen, ob die zu repräsentativen Zwecken die Schulter heute ertragen dürfen. Nein, noch nicht. Die Gesetzeslage ist noch nicht fertig. Ja, wenn ich einen Antrag stelle? Ja, was kann ich dafür, wenn ihr mich anruft? Bist du behindert? Ja, dann hast du deine Antwort. Wie, aber warte, wenn ich einen Antrag stelle? Ja, ändert nichts daran. Die Gesetzeslage ist noch nicht so weit. Oh mein Gott. Bruder, du machst mir das echt schwer mit den Resellen. Ja, dann red mit Fischer, das ist nicht mein Bier. Hat der wieder schlechte Laune, der Wichser? Ja, ja, der heute. Ja, egal. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Ja, okay. Fickfischer war ein Fickfischer. Fickfischer. Warum, was los? Du darfst ja keine öffentliche Waffe tragen. Und wir haben so Waffenholz da. Da wollte ich mal repräsentativ eine anziehen, um Werbung dafür zu machen. Ich weiß ja nicht, wie viele Security-Unternehmen hier unterwegs sind. Zwei, oder? Ich glaube auch Alice Security und... Wir haben gestern mit einem Chef von der Security-Firma gesprochen. Der hat auch einen Antrag dafür gestellt, hat das sogar Genehmig bekommen, dass er die tragen darf. Welche, wer hat das dann Genehmig bekommen? LSC oder sowas heißt die. Alice Security, irgendwie sowas. Alice Security, ja. Sollte 400.000 dafür zahlen für vier Dinger? Ja. Warte. Und konnte das nicht... Oder kann das zahlen, aber will das nicht zahlen. So wie Brot. Ja, ja. Was denn? Schrei nicht so. Wegen Dings, den Schuhen. Also wir haben gestern in den Kopf die Schuhe für 500 verbraucht. Ja, weil der gesagt hat, Geld spielt keine Rolle. Und wir haben einfach gesagt, jo. Der hat selber von sich gesagt, der zahlt eine halbe Million. Das Ding ist, mit Schuhen selten dies, jenes, was Besonderes, bla bla bla. Wie viel wollen wir Werbung für die Schuhe? Weil es gibt, glaube ich, genug Leute, die für die Schuhe... ...500.000 bezahlen würden, auch wenn der pinke Schnürsäcke drin ist. Sagen wir 300.000? Ja. Wir dürfen halt nicht anfangen, nur weil wir Leute gut kennen oder so. Nee, nee, das können wir nicht machen. Genau. Lass, ja, lass drei oder Muffin? Ja, entweder so oder halt 300 und dann, dass er uns, keine Ahnung, heute Abend was zu essen ausgibt oder so. Ja. Sieht's. Ich mein, der Preis ist, der Preis ist ein bisschen hoch, ist okay, aber die sind halt selten, du kommst halt nicht dran, ne? Ja, das verlassen ja schon. Und wenn uns irgendeiner, also wir geben uns keine Mühe jetzt da dran zu kommen, aber wenn einer kommt und sagt, ja, ich zahle eine halbe Million, wie der Typ von gestern, dann setzen wir halt alle Hebel in Bewegung, damit wir da wieder rankommen. Fertig. Ja, 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 ja. Ich mein, wenn du sagst, so ein Shirt, wie ihr da jetzt habt, für 200, dann müssen die Schuhe... Nee, 250 haben wir da gestern vertickt. Der O'Brien hat sich 50.000 auf Tasche getan. Ja, das ist so 250. Und ich hab grad nochmal angerufen und der Fischer sagt, nein, weil die Gesetzeslage ist noch, die wird, glaub ich, angepasst, was das betrifft. Dann würd ich für die Schuhe schon eher 350 sagen. Mach mal 300. Warte mal. Was für das Roboter 250? Hat man sogar 200? Ja, aber der hat nur 250, haben wir gestern gesagt. Warte, dann editiere ich das kurz. Der O'Brien hat auf jeden Fall gesagt, komm, ich verticke dir das für 300, dann krieg dir 250. Ja, das müssen, ja, das ist halt schwierig. Die Dinger sind halt immer nur so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu zahlen, ne? Ja, aber wir müssen Mindestpreis setzen. Ja, Mindestpreis für der Jersey ist 200. Aber wenn einer kommt und sagt, ja, ich geb 250, dann soll der 250 geben. Ja gut, dann mach ich doof. Mindestpreis für die Schuhe 300. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemand, ich habe ein Jersey und habe einen, der jetzt sagt, ich geb 250 und dann hört, dass jemand sagt, aber ich geb 300. Ja, dann arbeiten wir für den Typen, der 300 geben will, weil der mehr bezahlen will. Okay. Wir haben ja nix auf Lager, das ist das Problem. Und wer weiß, wann die neueste Karton... Also auf B-Stelle? Das ist das Einzige, ne, wir haben nicht mal mehr Frauen-Dinger da. Haben wir gestern auch die drei Dings rausgegeben. Ja. Ich sehe schon kommen, dass wir dann Auktion davon machen müssen. Nö, 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 nö. Hä, das ist... Bruder, wenn ich eine Million für was zahle, dann springt jeder und besorgt mir das. Auch wenn das nur 200.000 kostet, weißt du? Ja, 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 das ist schon safe. Also sagen wir jetzt Schuhe... Wir arbeiten einfach für Geld, wenn wir nur Geld verdienen. Ja, 300 für die Schuhe, Mindestpreis. Ja. Äh, Ben, das habe ich kommuniziert, hatte ich gestern Online-Bindung zu testen, ob GTA funktioniert, der Owners-Stream, ne? Okay, war das Ganze angebracht, ne? Jo, das ist gut. Ja. Ich gehe mal kurz pinkeln. So, pass auf. Guck dir die... So, ich wollte vorlesen. Ich kommuniziere meistens immer, wenn ich Online bin, auch Off-Stream. So, lass mich kurz vorlesen, sonst seid ihr wieder sauer auf mich. Ähm, Alt-Faxe, Dankeschön für die Wieser im 12. Monat und Morgen zusammen. Klamotten-Lotterie. Ja, Alpha Centauri, wir machen auch Events damit, so. Dass man sich auch vielleicht mal Lose kaufen kann und bla bla bla. Sinn und Zweck des Ganzen mit den Klamotten kann ich nochmal wiederholen. Habe ich am Anfang des Streams gesagt, es Geld vom Server zu bringen. Das Geld, was wir quasi damit verdienen, gehört das nicht uns. Und damit machen wir auch nix. Das wird deleted am Ende. Wir machen das einfach nur für DDP. Und weil ich da Spaß dran habe mit den Klamotten. Nein, Benz, ich bin nicht böse. Alles gut. Äh, Haki, Dankeschön für den Prime im 23. Und Hortableck, Dankeschön für den Prime im 25. Das hat was automatisch gelegt. Gifte, Mr. Kussi. Dankeschön. Äh, Philipp, Dankeschön für den V7 im 13. Toshi, Dankeschön für den Prime im 25. Und herzlich willkommen. Dayday, Dankeschön für den V7 im 17. Live Error, Dankeschön für den V7 im 16. Huch, fast vergessen. Dankeschön. Wegballen, sagst du? Nein. Oh, mal hör auf, rumzutrollen. Ähm, Dayday, Dankeschön für den V7 im 17. Voxlitstar, Dankeschön für den V7 ebenfalls im 17. Julix, Dankeschön für den Prime Sub und herzlich willkommen. Johnny, Dankeschön für den Prime im 4. Auf noch viele weitere Monate, Dankeschön. Hallo Mario. Weezy, Dankeschön für den V7 im 36. Das lese ich nicht vor, weil du kopierst immer irgendwas von Google. Hayes, Dankeschön für den V7 im 25. Zeldris, Dankeschön für den Prime im 6. Pyro, Dankeschön für 200 Bits. Mr. Trox, Dankeschön für den Prime im 16. Mit Tinkerpättchen. Ihr könnt euch übrigens Tinkerpättchen nehmen, ne? Wenn die Oma keine rausgibt. Dafür müsste man auch parallel die Erdbeer-Ernte vergammeln lassen. Was meins jetzt genau? Kunano, Dankeschön für den V7 im 34. Feos, Dankeschön für den V7 im 25. Ups, es ist schon wieder so spät und einen Monat rum. Jijiji. Chux, Dankeschön für den Prime Sub und herzlich willkommen. Ben, danke für den Prime im 7. Kassby, Dankeschön. Retzmann für den V7 im 4. Hier mein Schutzgeld. Dan Mack, danke für den Prime im 22. Und guten Tag. T-Vorsch, danke für den Prime im 17. Die Leute auf dem Erdbeerfeld fahren schnell die 300k rein für den Schuh, als ihr die verkauft bekommt. So viel verdienst du da nicht. Das ist nicht viel und auch nicht wenig. Man bekommt es aber hin. Wenn man unbedingt einen Teil haben will, kann man sich die Kohle dafür organisieren. Das ist ja auch so nicht, dass wir den ganzen Server irgendwie leerräumen wollen mit der Kohle, sondern so ein bisschen da entgegenwirken. Und den Leuten halt coole Klamotten dafür bieten. Pyro, Dankeschön für den Prime Sub im 15. Knistern, Knistern, Dankeschön für den We Sub im zweiten Pinsel. Afudi, Dankeschön für den Prime im 46. Leon, danke für den We Sub im 22. Mit den Gepäckchen genommen wie Rumpel. Danke für den We Sub im 12. Ali, glaube ich, hatten wir. Silent Joe oder Fatma hatten wir. Okay. Dankeschön. Weiter geht's. Mit dem guten Kreis der P. Stewie, Dankeschön für den Prime im achten Monat. Weiter geht's. Oh, ne. Jetzt hast du jetzt vernünftige Schuhe an. Warum? Wir haben gestern nicht nachgeguckt, ob die Schuhe auch für Weiber gibt, ne? Müssen wir nochmal im Lager kurz reingucken, weil ich glaube, ich hatte da zwei Kartons gesehen. Ja, dann lass gucken. Aber wenn du noch so ein rotes Shirt findest, dann sag Bescheid. Auf gar keinen Fall. Pinkeln. Ist keins. Viel Spaß, wir haben beim Klamottenladen. Ja, wir kommen eh gleich stattdessen, Cody. Wir haben nichts zu tun. Ah, der Jif gegeiert, richtig. Der hat gerade schon gesagt, wenn er uns da so stehen sieht, mit den Shirts. Ja, der kann Mainz haben. Ich ziehe mich um, ist mir schiss egal. Aber daran habe ich gestern, oder haben wir gar nicht gestern dran gedacht, danach zu gucken, ne? Wir wollten ja gestern schon einmal komplett lagert durchgucken, was wir haben. Ich gebe den Jif gleich Mainz Shirt, ich kaufe mir ein normales. Das ist kein Ding. Der hat doch Dingens an. Urlaubstamp. Ja, du kennst den doch. Ja, die sollen alle mal in Gangwuttersen. Ja, die heulen alle rum. Ich rufe jetzt mal den Wademeister an. Der ist, oh ja. Wöhre, ich habe nichts gemacht. Macht er Mittagsschicht, oder was? Was? Macht er Mittagsschicht? Nein. Wir nehmen durch, ne? Wir sind arbeitslos, wir machen gerne nichts. Habt ihr alles im Auto gepackt? Äh, ja, ja, ist alles im Auto. Okay. Wo steht denn der P-Mix? Ja, da. Ja, na, bis nachher. Ja, ja, bis nachher. Hau rein. Gut. Ja, ja, der will wieder haben. Ich würde den das gerne geben, aber das wäre unfair gegenüber allen anderen. Wir haben ja gestern aus Werbezwängen ein paar Sachen abgegeben. Und, äh, wir können jetzt nicht einfach den ganzen Park ausstatten. Das ist einfach Dings. Das wäre einfach Fett an Wirtschaft und Vitamin B. Und das machen wir auch nicht. Deshalb sage ich ja, der kann meins haben. Das ist mega. Schwarz, weiß, pink und rot. Warte mal, wir haben nur zwei Kartons. Das kann ich sagen. Hä, das sind ja zwei Kartons. Also zwei Paar Schuhe. Hast du noch Dings? Sonst nix, ne? Nee. Das war alles, rot und pink. Genau. Wollte nämlich sagen, irgendwas war doch. Das ist gut zu wissen. Ja. Denkst du daran, habe ich die letzte Zeit gedacht? Als wir jetzt hier öfters mal standen? Wir sind doch nicht zu groß. Das ist gut. Nee, fühlt sich gut an. Ja, wem könnten wir das anbieten? Ja. Irgendwer, der viel rumläuft. Irgendwer mit viel Geld. Ja, welche denn? Also schwarz, weiß, pink, rot. Naja, wir können ja nur einen Karton lassen. Aber wir wissen auf jeden Fall schon Bescheid. Weiß ich. Okay. Dann können wir auf jeden Fall sagen, so, yo, haben wir. Dann... Das wäre... Ich habe jetzt an Aaron gedacht, aber das wäre auch voll unfair irgendwie. Hat er schon. Ja. Morell. Meinst du, die trägt sowas? Keine Ahnung. Ja, hallo. Hast du die Nummer? Jo. Dann call die. Ah, die sind doch aber immer im Dienst, Mann. Ja. Das stimmt. Tragen die im Dienst besondere Schuhe oder ihre Street-Schuhe? Ich würde die noch behalten. Ich würde halt echt machen, bis die nächste Lieferung kommt und dann mit dieser Dings, mit der Fashion-Show und dann die Werbung dafür schalten. Richtig, genau. Lass das so machen. Scheiß drauf. Und wenn uns einer drauf anspricht, dann kann man ja immer noch drüber reden. Ja, genau. Aber wir haben jetzt gestern genug Werbezeugs rausgegeben, das reicht. Naja, klar. Scheiß drauf. Und der Gifkel kriegt gleich ein paar Meinen, so, damit er ein bisschen tragen kann. So, wenn wir um den Sack gehen. Der Pisser. Ja, gut, dann wissen wir das auf jeden Fall. Ah, weißt du, wenn wir mal Dings? Erko, gib dir mal deine Sonnenbrille. Geht nicht. Geht nicht. Die hat einen Ultrakanister-Kopf, Alter. Siehst du? Kopf zu groß. Ja. Du meinst, du bist zu klein. Hält nicht? Ja. Das drückt auf jeden Fall sozusagen mal los. Haben wir noch so eine Sonnenbrille hochgeklappt? Äh, ja. Ja, ja. Aber das brauchst du gar nicht anziehen bei deinen Haaren. Was? Yuki wollte die haben, ne? Ja. Sag die Sachen wieder in den Karton. Ja, ja. Ah, die klaut, pass auf. Ja, ja, guck, du. Auge, mhm. Auge gemacht, ja, ja. Mal meinen, du? Einfach, das machen wir, wenn die nächsten Klamotten reinkommen, so. In Ernst? Durchsuch sie. Tu es. So, was haben wir denn hier Schönes? Lass mich raten, Popcorn. Mais. Ja, Giffi, ich hab gehört, du warst schon wieder online. Du kommst eh nur wegen den Klamotten und nicht wegen uns. Hasse dich, Junge. Du bist nur zum Geiern da, Alter. Immer Geiern. Nix machen dafür. Geiern, Geiern. Nehmen, nehmen, nehmen. Penner, du. Ganz einen Laden ausgeräumt. Mann, warum hab ich mein Rotes getauscht, Alter? Das Rote war echt nice, ne? Ja, weil du dich von dem belabern lasst. Ja. Genau wie jetzt auch mit Giffi. Ich bin doch nur ein Rotes, hab's doch Bescheid. Der weiß doch ganz genau, was wir gestern gesagt haben. Wir hatten nur noch einen Lila und ist noch übrig. Als wäre das da Magic, Junge. Die Dinger würden einfach da drin liegen. Wenn jetzt einer auf mich drauf zukommen würde, wie schaut's aus hier mit dem grünen Jersey, dann kann man halt den Preis vereinbaren. Aber das wird trotzdem nicht billig, weil das ist das Letzte, was wir aktuell haben, ne? Ja, das war du trägst, oder was? Ja, ja, genau. Nein, wir tragen, wir nicht verkaufen. Das Ding ist, wenn du diese nämlich jetzt verkaufst, dann bist du nicht mehr auffällig, dass die Leute dich ansprechen. Stimmt, 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 true. Ja, warum haben wir dann gestern das Rote? Ja, weil ich mich belabern lassen hab, weil ich dumm bin. Willst du jetzt kurz im Lagerbinden Brillen gucken? Nö, wenn der Juri da ist, wenn die eine haben wird. Ja, ja, der wollte zwei haben. Ja, zwei. Ja, zwei. Ey, jetzt hört sich die eigene aus, so, Mann. Ist doch nur eine Brille. Entweder du packst dich nach vorne oder nach hinten. Ja, ja, hallo. Was wollten wir jetzt nochmal hier? Ich bin so vergesstlich, ne? Cody set noch gar nicht auf. Wir können ein bisschen im Parkenkreis machen, wo die Leute uns sehen. Ne, warte, irgendwer von... Ach, Jiffke, Jiffke, Jiffke. Wo ist der hin? Wo ist der? Ja, keine Ahnung. Ja, der kann ja gleich anrufen, der kann mit dem Bike-Gitter herfahren. Warte, ich call den doch. Achso, wir haben hier keinen Platz, ne? Ja. Jetzt ist er drangegangen, als ich aufgelegt habe. Wir können Kuchen essen gehen. Hallo? Wir gehen ein bisschen zum Würfe-Park. Komm mit deinem Moped hin. Dann zieh so lang mein T-Shirt an. Würfe-Park? Ja, ja. Okay, ich komm gleich mit deinem Moped. Yo. Ich bin doch am Klo. Ja, oh mein Gott. Komm gleich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, hier liegt jemand auf dem Boden. Haha, was ein Loser. Die Sonntag ist einfach nur auf der Straße. Achso. Das mache ich auch gerne manchmal. Doch. Doch, du ist tot. Hallo? Ach du, heilig. Was ist das für ein Auto? Bis gleich, Schüfte. Jo. Jürgen, was macht ihr denn hier? Die Sonntag. Im Ruhm ihres Erfolges. Also, ich weiß ja nicht. Ich höre das ja oft zu trinken. Du genauso. Hä? Hä? Ja, kriegt das bei dir oder was? Na egal. Die wird schon einen Sünder hinsehen. Ah, gut. Die liegt aber schon so rein. Ich muss mal den Kuchen essen. Kuchen? Dann gibt's hier Kuchen. Voll geil. Hast du ja schon was im Mund? Geht ab. Achso. Wir können jetzt mal... Wir können jetzt mal anquatschen. Die Frauen. Wen? Wegen Models. Ah, nee. Mann, die denken nur, wir verarschen die, Alter. Nein. Nein, wir machen das... Weißt du, was wir machen? Wir machen das mit dem Unicorn, wie wir gesagt haben. Erstens, entweder das oder wir schalten auf für eine Werbung. Dings gesucht. Boah, Models gesucht, Junge. Models gesucht, Junge. Ja, Mann. Achso, Muffin. Ich hab mit du beingesprochen. Wir brauchen Firmenausweise. Warum? Fickst du das hin? Woher soll ich denn Firmenausweise kriegen? Äh, warum brauchen wir einen Firmenausweis? Ja, weil dann zum Beispiel genau das mit den Holstern viel, viel einfacher ist, wenn wir dann einfach unseren Firmenausweis zeigen. Ja, aber anscheinend endet sich die Gesetzeslage da irgendwie bei den Cops. Keine Ahnung, der Fischer war grad mega angepisst, mein Torbrin. Schon wieder schlecht geschissen. Kommt von zu vielen Kicken, Junge. Ja. Ja, ist doch komisch. Da hast du keine Verstopfung. Kuchen essen. Junge, wo kann man hier Kuchen essen? Hier vorne. Was ist das denn, Junge? Boah, ist der Fahrrad nicht abgeschlossen. Doch. Fuck. Boah, mit den Jerseys einfach mal Fahrrad fahren, Alter. Mit dem BMX hier so ein bisschen. Boah. Grüße, die Dame. Hallöchen. Geht ab, Torte. Wir würden gerne Kaffee und Kuchen essen. Ich nicht. Aber natürlich. Was darf ich euch denn bringen? Ja, okay. Stell mal bitte einen Käsekuchen für mich. Du hast mal die Maske ab. Und lauf nach Käsekuchen. Waffen, was willst du? Ich will nix. Ja, ich nehme auch einen Käsekuchen. Naja, wenn ich nur dicke und hab Spaß. Ah, den Witz hab ich heute schon mal gebracht. Panther, dankeschön für den Raid, Brudi. Merci und guten Abend. Okay. Und Strollti, dankeschön für den Prime-Siebten. Und jetzt Sandra, dankeschön für den Weezer am Sechzehnten. Das waren die von eben. Und Giffy, dankeschön für den Prime. 24, zwei Jahre schon, oder? Und J21W, dankeschön für den Weezer am Sechzehnten. Nee, ich meine, die hier vorne sind. Und Julu, dankeschön für den Prime-Siebten. Ja. Gut, ich hab jetzt zwei Käsekuchen. Mir geht's gut, ich hoffe, dir auch. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Nee, ist alle gesund. Okay. Und Strollti, dankeschön für den Prime-Siebten. Was willst du trinken? Irgendwas Fruchtiges? Jetzt beschwert euch nicht, Chatman. Wir können auch mal einen Ruhigen machen. Freut euch doch lieber, dass ich mit der Altenmöhe streamen kann. Und jetzt haben wir zwei Wochen Ausfall. Super, freut mich. Und Peanut kommt auch wieder. Spätestens am Montag. Willst du was zu trinken? Äh, ich nehme auch einen Früchte-Tee. Okay, dann sechs Früchte-Tee. Beschwert sich wer? Ja, Unicorn hat sich ganz beschwert. Ich geh dann, ist nix für mich. Ist es gemütlich, Muffe? Sechs Früchte-Tee und drei Klippfrungen. Ja, das wird hier auf jeden Fall sein. Lass dich über wen, Chatman, bitte. Ich hab die Erdschmerzen. Perfekt. Willst du schon mal bezahlen bei Ihnen? Warum? Wo ist der? Ja, der vorne. Achso. Der kennt's doch an den geilen Schuhen. Da vorne sitzt Cody. Oh, soll man uns zu dem setzen? Hä? Am Holztisch. Achso. Hast du einmal, äh... Er kennt man an den Schuhen. Oh, danke, der Herr. Ja, kein Ding. Oh, dein Hemd ist cool. Wie heißt der? Ach, tach. Äh, Tim Taylor Rider Obo oder so. Tim? Nee, Tim. Tim. Hm? Tim Taylor. Ja. Ich glaub wohl. Cool. Ja, das ist ein bisschen scheiße, dass man sich hier nicht hinsetzen kann. Hui. Ja, wenn man nur zu zweit, ne? Einfach aus dem Stand. So, wie kann ich die Klamotten geben wegen den Früchtetee und Käsekuchen? Bei mir. Der ist mir? Ich, hallo, hallo, ich, ja. Ja, hey, hi. So, einmal die sechs Früchtetee. Nein, Pann, ihr sollt ich... Und die zwei Käsekuchen. Hopp, danke. Ihr sollt ich voll mit ne Köln, dass ihr da ist. Und jetzt so Cody? Ihr kleinen Ärgerer. Geh nicht vor mit Pinat. Ich mach ja lange so gutstellen. Ja, dann sag doch was, ich bin nicht taub. Ich hab mich gehört, wo wir... So. Dankeschön. Mein Name ist... ...zwei Nullen dran. Ja. Wie zwei Nullen? Ui, hast du einen Stand wieder. Erzähl nicht. Ja, mach. Da ist wieder gut. 470 und zwei Nullen. Ja, mach's da einfach. Ja, du hasse der, Cody. Er war grad noch rumholen wegen den Schuhen. Ja, ich hab bei den Schuhen gespart. Dann kann ich jetzt hier ein gutes Trinkgeld geben. Ja, ja. Alter. Oh Mann, sich nur so hart gönnen. War ja so richtig, oder? Ich dank dir. Ach, Daniel, wir machen nur Spaß. Die Leute im Chat auch. Ja, das ist cool. Boah. Dankeschön. Ja, dann. Prost. Der Revanch kommt. Eieiei. Mit wem rinnt deine Perle da weg, Jörg? Hast du mir die Bauern gar nicht gerettet? Hm? Mit wem rinnt deine Perle da weg? Hastler. Hastler? Hm. Und der hat grad Käsekuchen im Mund, der kann nicht so sprechen. Ja, ja, ja. Ich stehe ja voll auf dem Panda-Tee vom Sushi-Laden, ne? Also, no concurrent thing here. Aber bei uns der Mate und schwarzer Tee, der ist auch nicht schlecht. Hab ich noch nie probiert. Ich wusste nicht mehr, dass es den Kuchenland gibt. Hast du mal gegoogelt, wo aus der Panda-Tee gemacht wird? Gegoogelt? Ja. Ja, was ist denn? Nee, das hab ich mir auch gefragt. Der hat im Gegoogelt geschmeckt, aber... Nee, was ist denn Panda-Tee? Ich bin Bullenpiss oder so. Ich sag's jetzt aber nicht. Guck dir mal nach. Nein, ich sag's nicht. Sag doch. Google. Nee, sag doch. Also, ich find der ballert miese. Woraus wird denn der jetzt gemacht? Ja. Gib doch einfach mal einem Panda-Tee-Herstellung. Boah, ey, muss ich gar keinen Bock drauf suchen, oder was? Aus Panda-Kacke, Junge. Ehe nicht. Selbst wenn. Hallo, guter Kaffee wird auch aus Kacke gemacht. Ja, stimmt. So sieht's nämlich aus. Tatsache. Ja, ist aber nur ein kleiner Zusatz. Aber es ist schön hier. Oh mein Gott. Oh, guck mal, wer da kommt. Ah, Mr. Bean. Gott, für'n Zufall. Damit hab ich ja heute gar nicht gerechnet. Den hab ich seit zwei Monaten nicht mehr gesehen. Mr. Bean, wie geht's dir? Wir haben vor drei Wochen oder so die Tendys weggeworfen, weil wir vor einem Monat davor oder so 15 Tendys gekauft haben, damit wir den ruhigstellen können, wenn er im Laden wieder rumnervt. Scheiße, und heute kommt er aus der Bude. Spä, 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 spä. Aki? Ja. Oha. Sie nennt ihn einfach Aki. Michael? Äh, Bestellung. Und da müssen wir, glaube ich, beide gehen. Beide? Mhm. Spä. Okay. Zweimal. Teddy. Hochleistungsschiller, du hast nix verpasst. Hier gibt's keine Action und kein Cringe-Gard. Ich hab da ein Teddy dabei. Hier gibt's professionelles Kreis-RP. Mach dir denn nicht viele Klamotten mit den Laden auf? Hier. Äh, tatsächlich haben wir vorhin nach einem gesucht und haben auch einen gefunden, ja. Mach dir nicht vorne in dem Dings. Am Park? Mhm. Ja, ich glaub, das ist keine gute Idee. Okay. Wegen unserem Geschäftspartner Muffin. Der wird da ein bisschen nervös im Park. Okay. Was ist denn jetzt los? Ach komm, du hast studiert, halt's Maul. Äh! Ja, denk dran, ich hab noch diese Zettel, Curtis, ne? Welche Zettel? Ja, so Schnipsel. So Couponzettel. Falls ihr so Special Eröffnungsverkauf oder sowas machen wollt. Da siehst du schon wieder deine Chance, ne, du Geier. Na klar. Aber wir haben dich schon mit eingerechnet. Eigentlich jeden. Auch hier diese U-Life-Dinger da und so. Let's go. Da gibt's jetzt Konkurrenz, ne? Wenn das morgen klappt, könnte man... Bei U-Life, da gibt's jetzt irgendwie Con Pass by Weasel News. Das ist auch so ein Social-Media-Ding. Okay. Guck mal, wenn das morgen bei euch klappt, ne? Was morgen? Ach so, mit dem Eintrag. Ja, richtig. Dann könnte man halt überlegen, ob man nächste Woche dann halt wirklich so einen Kampf um irgendwas macht von uns. Weißt du? Ja, können wir machen. Lass den Dings veranstalten. Ja, richtig. Ich meine, wir müssen halt nicht mehr, selbst wenn wir das morgen nicht funktionieren. Wir sind ja da. Ist ja Dings, ne? Ja, richtig. Ich hab Jiggy auch gestern schon getroffen und hab dem schon gesagt, dass er schon alles so bereit machen soll, so. Der hat so eine Homepage für sein Turnier da schon fertig und so. Und auch schon so Turnierbaum und so. Der ist auch schon ready, so, ne? Selbst wenn das nicht klappt, kann man das ja trotzdem dann schon mal starten. Machen wir ein dickes Sport-Event. Ja. Ey, wir können doch dann Eintritt nehmen, ne? Ja, ja. Ja, hat Jiggy ja so geplant. Mit 60 Tickets pro Veranstaltung und dann so über vier Wochen und mit Juri schon geklärt. Aber wie über vier Wochen? Ja, ja, ja. Es gibt 32 Kämpfer und die Kämpfer an verschiedenen Abenden so immer ums Weiterkommen und am Ende gibt's halt Finale und die Gewinner können eine Reise zur Insel gewinnen. Haben wir schon mit Juri geklärt. Wow. Das ist eine geile Idee. Und wir haben einen Moderator dafür. Willi macht den Moderator mit den Events. Wie, der Wonka? Nee, der Opa. Ja, sag ich doch. Ich würde das auch rechtzeitig ankündigen, auch, dass wir quasi 1. 2. 3. Preis Klamotten zusteuern, weil dann sind die Leute richtig scheiß. Ja, wenn du den komischen Banner da machst, dann mach ein Foto von mir. Oder Muffin oder so. Dann sagen wir, da gibt's noch ein Jersey dazu. Ja, für den ersten Jersey, für den zweiten weiß ich es nicht. Nee, zweite gar nix, nur erste. Okay. Zweiter Platz ist das Loser-Projekt. Ja, oder wir machen Verlosung, ne? Unter allen Zuschauern. Weil ich mein, erster Preis Reise zur Insel ist schon heftig, ne? Wir könnten das auch so machen, dass die Leute sich ein Menü bei dir kaufen müssen. Dafür kriegen die einen los. Ja, ja, dafür könnte man ja diese Schnipsel nehmen, zum Beispiel. Ja. Die kann man dann zur Verlosung mitbringen und so viele Runden in der Verlosung hat man dann. Was wird fair los? Irgendwann mal ein Jersey. Ein Jersey überlosen. Eigentlich will ich dem ein Jersey geben, aber ich hab gar keinen Bock, dein hässliches Hemd anzuziehen. Nee, wieso? Wie, wieso? Nee, wieso willst du das geben? Ja, weil du doch unbedingt dein Zahnwitz. Nee, ich dachte, wenn wir schon vier Farben haben und so viert hier rumlaufen, würde das besser aussehen, aber das ist ja nicht so wild. Also wie Power Ranger. Ja. Ich bin Kimberley. Willst du meinen Insel-Hemd haben? War nicht die Powerpuff Girls. Nee, ich will nicht so ein Hemd haben. Nee. Ich bin nicht so der Hawaii-Typ. Ich war noch nie im Urlaub. Weil ich mich immer gut benehme. Nee, ich war noch nie im Urlaub. Ja, aber wollt ihr das verlosen oder für so einen Preis für so einen Wettkampf? Keine Ahnung. Ich denke mal, Wettkampf ist besser. Ich finde, Wettkampf ist besser, weil die Leute dann wirklich was für machen müssen. Ja. Ja, aber Zuschauer wäre auch gut, weil dann bleiben die Leute, dann kaufen die Ticket für Dinsen und bleiben dann, dann ist halt das Ganze etwas los. Wenn du Verlosung irgendwie danach erst machst. Verlosung ist immer so, da kommt einer, der kommt irgendwie 10 Minuten früh als da lang, dann ist erster Platz, Alter, und dann kauft er einfach 5000 Tickets. Wer bist du denn, Schwabbe? Nee, nee. Natürlich. Ja, der eine Eintrittskarte kostet, weil es nicht mehr ist. Das ist doch wie ein Tachzer. Und jede Eintrittskarte ist ein Los. So dass jeder nur ein Los kaufen kann, ne? Sonst wäre ja unfair. Heute früh oder heute Mittag, Ja, dann musst du Ausweise kontrollieren. Ich will auch so einen Chart haben. Wo gibt's das? Binko. Halt die Schnauze. Da gibt's mal Binko. Kannst du mal Binko kaufen? Gib doch mal eins. Ich hab irgendjemand drin. Gibt nix. Wir haben wir keins mehr. Hast du dein Dings weggestellt? Dein scheiß Baywatch-Ding? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Wo war das? Ja, das steht an der Mauer. Was ist in der Mauer? Ach, Cody, gehört der blaue Lowrider, der im Park stand dir. Der blau-Pinke? Ja, nee. Blau-Orange. Ja, das ist der von Young. Nee, der Chino gehört mir nicht. Mir gehört der Primo. Okay, den haben wir abgeschleppt. Ja, das ist der von Young. Habe ich damit. Ja, wenn ich die Molen woanders hinstellen soll. Nö, nö, kannst du anlassen. Here we go again. Bademeister sind auch unterwegs, ne? Schwabe? Ah! Wir machen Mittagsschicht. Ah! Und BT-Ding und was fest ist, wir nur einfach. Ach so, ja. Ja, dann bin ich doch. Und Damschuhn war es da gerade an der Park. Die Damschuhn ist rumgerannt? Ja, ja, ja. Er hatte, war das jetzt anruft, bis es das jetzt ist, oder war das nicht? Ja, warte mal. Bademeister, hiya! Er hat die Toiletten hier. Bademeister, bademeister. Die, die haben kein Klo hier. Ich geh pinkeln. Wo hab ich denn? Charlie, like a melody, I'm all. Entschuldigung. Ja, bitte. Wo habt ihr eigentlich die Trikots her? Die importieren wir. Da quatscht am besten den Typ in dem grünen Ding da an. Oder in dem lila. Weil ich muss richtig pissen, Bruder. Alles klar. Okay. Die Crocs sind so Killer, Junge. Ich feier die übel, Alter. Ich glaub, der Juri hatte die Idee. Guck mal, wie die aussehen, Alter. Juri. Geil. Einfach richtig drip. Geh ich denn hier pissen? Boah, jetzt kommen wir auch wieder Feelings hoch, ne? Schöne, gute Stadtpark, Mann. Versteh gar nicht, warum die Seiten sich hier gewechselt haben. Ich fand da vorne viel cooler. Ja, aber sogar die Mediziner haben weiße Crocs bekommen für OPs und so. Ui. Ich bin mal kurz im Badezimmer, Chat. Lass uns nicht anquatschen. Ich bin mal kurz im Badezimmer. Das ist mein Stream jetzt. Das Gefühl, das aber nicht geschrien hat, die Leute die Eule machen sollen. Und LaCruz, Dankeschön, für den Wiesb im 15. Monat. Gülfi, wann zock mal inlistet? Ich hab Placement dafür. Soll ja ein gutes Spiel sein, ne? Ach, ne, das ist heute. Heute wär das Placement gewesen. Kreis-RP wichtiger. Aber läuft eigentlich ganz gut, Mann. Hab ich nicht gedacht. Hat der Team euch angequatscht? Aber ich weiß nicht, ob ich im Reil sowas trägt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Jünger, hast du einen Knaller in der Hand? Wer war auch mal Quarterback? Wer war Quarterback? Du bist der Asi. Du kannst das doch nicht einfach so sagen. Jünger, was hast du da um Halt, Schwabbe? Das ist ein Neon-Kätzchen. Ist das ein Joker, oder was? Hast du das schon wieder geklaut? Hab ich geschenkt, Schwabbe-Kätzchen. Schwabbe-Kätzchen. Ja, ich hab nicht die Hosen an. Das ist meine Leine. Da kommt die Leine dran. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nein. Warum ist denn hier so viel los? Nein. Doch. Gibt's hier was gratis? Nö. Also hier ist ja volle Bude, ey. Die haben hier Kuchen gegessen. Oh, Kuchen. Geil. Ach, der Winsch. Ich hab mich gar nicht dafür angemeldet. Die Jungs haben hier im Teamspeak gesagt, das Spiel ist cool. Weil die haben das selber auch gezockt oder so, aber wegen kaputtem Computer halt nicht, ne? Sonst hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Vielleicht gibt's da nochmal die Möglichkeit, dann mach ich das. Ist einfach so. Hat das so traurig? Ja, zockst du halt auch? Das soll echt gut sein. Endless oder so heißt das, dieses Shooter-Game. Ich meine, ich bin zwar übel schlecht, aber... Gab's diese Oberteile nur in diesen drei Farben? In lila, grün und in... Was war das andere? In lila? Nee. Lila, rot, grün und schwarz-gelb. Das ist das Skateboard. Er hat wieder das Skateboard ausgepackt. Ja, ja. Ey, wie viel ist denn der Reif, dieser Umreifwert, dieses Neon-Kätzchen? Junge, bei dem kickt jetzt schon wieder ne, Alter. Alter. Lange ich mir da gewesen. Musst du auch zeigen, dass wir wieder da sind, ne? Keine Ahnung, was das wert ist. Ich hab den Taxifahrer gestern so ein Ding... Also 100.000 kriegst du bestimmt dafür. Ich find das am Heiz. Natürlich. Guck mal, U-Life, also 50.000 bis 100.000 gehen die bestimmt. Was für ein Ding? Gibt's ne... Ach so, ah! Ich hab so einen Taxifahrer gestern das am Handgelenk... Bin ich weggesackt mit dem... Ist so, am Handgelenk? Der hat fast geheult, Alter. Oh, Digga, ich glaub... Ich hab erst überlegt, ihn dann abzuziehen. Der hat auch geheult, als du ihm das Taxi geklaut hast. Ja, dann hab ich ihm das Taxi abgezogen. Ich glaub, ich muss auf Spätschicht gehen, dass ich jetzt auch so ein Ding auf dem Arm habe. Mr. B, hast Skateboard ausgepackt. Super. Hast aber laute Rollen, mein Freund. Also, Halsreif für Frauen, 150.000. Was? Und Halsreif für Herren in Blau auch 150.000. Ach, das gab es auch nur bei der Party-Ding da, ne? Ja, ja. Vom Jagd, die Perle hat so ne komische Sonnenbrille an, also ist der mega fancy. Da stehen nur die ganzen Clubgänger drauf. Ah, stimmt, gestern im Cube hatten die die ganze Kacke auch an. Tanzener Tannenbaum. Tannenbaum? Ja, ja, weil die so am Leuchten sind. Oh, da ist der Frank. Hättest du auch bekommen, wenn du bei unserem Einjährigen gewesen wärst. Ah, ich war nicht bei deinem Einjährigen? Ja. Das ist aber mies. Ja, ich war zu Hause, ich musste mich mit Mila kümmern und sich machen, Bruder. Echt, ist die wieder krank? Hättest du ja mal wieder Trinkysuppe für Mila holen können. Stimmt, nehm ich nachher mit. Mach's ja irgendwann gleich auf. Hauptsache, bestellst du dich bei Jacob? Was ist das denn? Der Überforderte. Guck mal, ich glaub, mein Kumpel Juri hat so ein Auge auf deine Dings geworfen, Kassiererin. Wer ist denn die Kassiererin? Jenna. Ja, die hat doch einen Freund, oder? Ah, die ist doch mit dem Aragorn zusammen, ne? Aragorn und hat der sein Schwert dabei. Oder wie hieß der? Aragorn, irgendwie sowas. Der König von Gondor? Egon. Egon, alter Aragorn, Juri. Egon, der war da eben da hinten. Ja, aber Jenna wird manchmal ausgeliehen an Juri's Firma, als Mitarbeiterin. Was macht der für eine Firma? Der Architekt, oder? Ach so, das meinst du. Ja, wann ist denn der wieder da? Ich war auch mal auf die Insel, da war ich noch gar nicht. Hast du einen Bock, du? Was ist denn mit dem Shisha-Basch? Lass den mal abbrechen. Ja, ja, abbrechen. Der hat ja noch gar nicht angefangen zu arbeiten, da war noch nicht ein Arbeiter. Dann können wir das Geld noch wiederbekommen. Hätten die angefangen, hätten wir Pech. Ja, Leute, was ist denn eigentlich mit dem ganzen Müll? Kann man den vielleicht mal mit einer Planierraupe wegmachen? Was für ein Müll? Vom Laden, der? Nee, so die ganzen Zelte und so. Ach so, am Park. Ja. Weil sonst wurde der Skatepark bei uns geklaut und so eine Halfpipe wäre doch voll geil. Ich würde mal beim Bauern sonst fragen, ob er da nicht eine Halfpipe macht. Was ist das überhaupt dahin, wegen den Bäumen? Vielleicht kann man die ja umsehen. Oder wer soll das aufräumen mit der Pennerzelte da? Keine Ahnung, Juri's Planierraupe und dann einmal, keine Ahnung. Ja, habe ich letztens den Schlüssel abgegeben, Juri. Oh, oh, da kommt die hohe Dame vom Jack. Ja, aber dann kann ich die wieder ausleihen von Juri. Und dann einfach mal alles. Keine Ahnung, ist scheißegal, ob das da wie Müll aussieht oder nicht. Solange das in meiner Bude gut aussieht. Und richtig gut riecht. Nach deutsche Gabber. Oh, da kommt die Dame. Oh, oh. Wer ist das denn? Wie, wer ist das denn? Ah, tatsam. Ey, da kannst du mir nur erzählen, was du willst. Die Sonnenbrille ist doch bestimmt mega viel wert, Alter. Welche? Die die auf hat. Die Leuchterbrille. Die gab es nur auf der Insel, nur für VIP-Frauen. Echt? Das heißt, es gab zwölf VIP-Plätze. Und wo hast du die geschnurrt? Jenna hat die dir geschenkt, weil Jenna hat die nicht trägt. Wer ist denn Jenna? Die Mitarbeiter, die die los ist. Ja, lass dich in Ruhe, Alter. Gerade eben vorgesprochen. Das heißt, ich bin Katis, Alter. Ich bin Katis, so vier Brillen oder so. Fünf Brillen vielleicht davon geben. Okay, ich weiß, wenn ich abziehe nachts. Da musst du echt aufpassen. Ich weiß, wer sich dann nachts fickt, Schwabbe. Und ich. Ich möchte das doch wundern, wenn du dein Typ auch noch aufbekommst nachts. Hey, hey, hey. Das wäre aber ausnutzen. Nix gegen das Schwabbelinchen hier. Ein Irrenabschlimmmeister. Ah, wir wollten nur noch Cyclecaster, wie das heißt, ne? Cyclecaster. Ja. Meine ich doch. Wo ist man Stabilen? Wir müssen mal hinfahren. Jo. Lass mal hinfüßen. Spät ist denn das? Ah, Cody macht ja gleich schon auf. Dann gehen wir bei Cody gleich spät. Ey, wo ist Stabilen? Ey, da hat das funktioniert mit den Actionfiguren, mein Plan. Was denn? Ja. Du wolltest doch in ein Menü reinpacken, oder nicht? Ja, ja. Die sind im Menü so, und die gibt es jetzt immer ab 10. Ja, und fruchtzittert, oder nicht? Ja, ja. Also, kommt drauf an. Es gab jetzt von... Ja, bitteschön. Habe ich gern gemacht, Cody. Hättest du mich nicht, ne? Glaub mir. Dann würdest du immer nur in der kleinen Kabuff da rumhängen. Und verfertigt Patties braten. Guck dich an. Fünf Sterne Koch. Ja, ja. Danke, danke. Das ist, na ja. Ich höre halt echt doch... Ich höre immer zu, aber ich vergesse immer ganz schnell. Der dicken Zöger kommt bei Frauen sicherlich gut an. Der Kiez tältet Hunde! Hat er sich direkt umgedreht, der Ficker. Das ist ja das Erste, was der gerade zu mir gesagt hat, am Krankenhaus, ne? Habe ich mir fast gedacht. Ja, der kann... Komm, Moment, komm. Ich hasse keine Hunde. Das war auch das Letzte, wo wir den eingepackt haben, um den noch so schnell zu schenken. Ja. Ich habe auch nie gedacht, dass die Hunde hassen. Es ging nur darum, dass eigentlich einer gesagt hat, am Telefon schießt ein Hund im Kopf. Ja, ja, ja. Da bin ich ein bisschen durchgedreht. Ja, das waren noch wilde Zeiten. Oh, lange, lange ist das her. Weil wir hier alles schon erlebt haben. Ja, 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 ja. Was ist das denn hier? Gut, SMM. Ui! Nicht so schnell. Da, guck mal, der feiert richtig ab, Junge. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Die sind umgezogen, ne? Steht bei YouLive. Wirklich krass. Ja, die sind hier irgendwo links. Habe ich gestern gelesen. Ja, die sind umgezogen. Ja, wohin? Ja, hier irgendwo links. Keine Ahnung, Friseurding, glaube ich. Ja, da. GPS. Viel Spaß beim Armbar zocken, Bodi. Und La Cruz, danke schon für Luis am 15. Ja, ja. Und Dragonic, danke für Luis am 18. Ja. Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt. Was wollen wir denn hier? Ja. Wir haben mir mal ein Auto abgegeben. Der Juni hat den Adam hier abgegeben. Zum Verkaufen. Und die haben sich nie wieder gemeldet. Das ist jetzt schon extrem lange her. Ich sag einfach, wir haben mal einen Adam hier abgegeben. Wenn er den Ausweis kontrolliert, dann sag ich, gebe ich einfach meinen. Ja, das ist... Ich hoffe, der checkt das nicht. Hä, ist dein Bruder? Junge, die rücken halt raus, sonst fick ich den ganzen Laden hier weg. Boah. Auf jeden Fall. Vielleicht steht der ja auch noch hier. Dann nehmen wir den wieder mit. Ich guck mal. Welcher ist das? Ist ein Edda. Aber der steht hier, glaube ich, nicht. Oder? Ist der das? Nee. Der hat X Safti. Ich frag mal nach. Hola. Hola. Boah, ist aber fett hier. Ja. Aber der Boden ist ein bisschen zu schwarz. Der Chat will immer den Gebettchen. Genau, die wurde, äh... Wurde verkauft, genau. Perfekt. Wenn ihr Geld abholen. Ja, perfekt. Dafür bin ich hier. Genau. Das ist aber schon länger her jetzt, ne? Ja, ist alles gut. Das ist bestimmt schon drei Monate her oder so. Ja, ja, ja. Kommen Sie einmal mit zu meinem Chef. Ja. Guten Tag. Hallo. Wir sind Edda, der damals verpackt wurde mit dem Kennzeichen Edda. Tullow. Von Joni Tullow. Ne, Jack Tullow. Joni oder Jack? Äh, ja. Dann können wir gerne zum Geldautomaten gehen. Perfekt. Ich weiß nicht mehr mehr, für was wir denen abgegeben haben hier. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Summe hoffen. Also, die können mir jetzt sagen, was sie wollen. Aber... Ich weiß das ehrlich mehr. Die können jetzt sagen, 100k oder so. Ich würde gehen. Schau mal gleich. 308, 380. Ja, irgendwie so. Genau. Aber was kostet der nochmal neu? 500, ne? Ja, ja. Ja, passt. Warum habe ich im Kopf, dass der eine Million kostet? Ich weiß nicht mehr, was der eine Million kostet. Für eine Million ein bisschen mehr kriegen sie schon Tracks. Also, da... Hatte die eigentlich schon mal einen Tyrus? Kann man den überhaupt irgendwie importieren lassen? Was ist denn, was ich meine? Dankeschön, Schwester Kusch. Für die Capri-Sonne und die Sneakers. Dankeschön. Danke. Ich habe halt auch noch nie in der Stadt diesen FMJ gesehen. Von Weppet. Also, ich habe den mal in Dubai, war ich Urlaub, habe ich ihn gefahren. Das ist Kacke. Ja, aber warum... Ich habe den hier noch nirgends gesehen. Ich weiß nicht, ob der Probleme macht. Und deswegen... Kauft den keiner? Anscheinend nicht. Weil auf dem Bild sieht der schon echt schön aus. Ja, der Tyrus sieht auch schön aus. Den möchte ich mal fahren. Geld spielt keine Rolle. Ich habe gerade ein 16-Millionen-Hotel für 31 Dollar verkauft. Das ist kein Witz. Da könnte ich zwei Hotels immer mieten. Was? Ja, Crowns Hotel in the West Side. Brauchst du einen Job? Das hat nicht mal einen Witz. Für 31 Dollar. Ja, richtig. Weißt du, er lacht erst mal so von wegen des Witzes. Aber das Kaufvertrag ist dann ja da purer Wahl. Vor allem bietet er mir einen Job an. Aber ich habe das für 31 Dollar verkauft. Aber das ist 16 Millionen wert. Ich verkaufe euch alle Autos hier für zwei Dollar. Warum hast du das für so wenig verkauft? Warum? Naja, weil es eigentlich nicht unser war. Wir haben den das abgezogen. Wir haben das nur nicht gecheckt mit dem Vorverkauf. Wir haben damals 16 Millionen dafür bezahlt. Wir haben den das geklaut. Scheiße. Clever. Clever, clever. Und da wir keine blöden Dings sind, haben wir das einfach wiedergegeben. Ja, genau. Wie heißt das nochmal auf Englisch? Hornomance. Erdenmänner. Ja, sollen wir kurz zum Automaten? Jo. Alles klar. Aber hier ist es deutlich schöner als der langere. Ja, natürlich. Wir haben auch endlich mal eine funktionierende Klima und eine funktionierende Heizung. Ja, ja. Nur der Boden ist mir ein bisschen zu dunkel. Ja, den sauge ich auch täglich, weil dadurch, dass er so dunkel ist, sieht man halt auch jeden Krümmel da drauf. Der hat letztens das Kunden hier, der hat hier angefangen, rohe Nudeln zu essen. Da lag die Hälfte auf dem Boden. Würde ich rausschmeißen, würde ich den? Geringverdiener, kannst du eh nicht so ein Auto leisten. Oh, ich habe noch einen Sterling, aber ne, den verkaufe ich nicht. Das würde ich ihn privat nehmen. Boah. Schönster Auto. Ist nicht schlecht, ja. Den darfst du nicht verkaufen, genau. Habt ihr Interesse an so 25 Jogulas? Kommission kann man da reden. Was habe ich denn eigentlich da? Joseph McRange habe ich nur Papiere. Sterling. Genau, Voraussetzung ist halt immer, dass es die Papiere gibt. Ja, ja. Er wird nix verkauft, das brauchen wir noch. Guck mal, die sucht sich schon wieder das nächste Auto aus, was sie erbetteln kann. Mach den Jack noch ab. Ja, da links. Nimm ich das linke oder das rechte? Der Nero hat. Das Kennzeichen vom roten Nero würde vielleicht auch passen, wenn sie ein Auto sucht. Steht denn da? Beim Nero. Okay, ich danke, ja. Achso, du bist telefoniert. Links an der Tür. Oh, da. Maus. Maus. Da steht einfach Maus. Allein durch das Kennzeichen, ja. Aber die könnte ihre Sonnenbrille hier eintauschen gegen ein Auto. Ich habe gehört, die sind ziemlich viel wert, die Dinger. Ja, ich hätte gern so einen Rucksack. Was zahlst du? Ich habe einen. 10.000. Wie viel? 10.000. Es gibt ein Outlet, den wir jetzt vielleicht noch mal geben. Niemals. Das fühlt keine halbe Million aus. Wie sieht es aus? Ja, es sind nur 300.000 oder so wert. 300.000. Das ist eine Tasche. Ja, aber es ist eine seltene Tasche, eine Markentasche. Die gibt es immer. Wie oft, die ich die jetzt schon gesehen habe. Wie oft dürfte die die geben? Keine Ahnung. Wie viele Leute waren auf der Bar. Da hat die. Trinlich. Da gibt es im halben Jahr Plagiate davon. Erstmal einen Monat ablüften lassen, damit der Dinger nicht mehr schinkt. Was denkst du denn, was die Air Johns hier kosten, die der Typ trägt? Der hier. Die Schuhe. Jordans. Ja, die hier. So viel. Was meinst du, ja? Nicht so groß. 300. Junge. Junge. Du gehst hier einmal auf Cannabis-Route, du hast 50 Millionen. Ich muss meinen Snickers essen. Lass mich in Ruhe. Was ist das denn hier? Paragon-Party oder was? Junge. Er sagt 50 Dollar. Ich glaube, er hat gelacht und gemeint gleichzeitig. 50 Dollar. 500.000. Aber verkaufen die Autos für ein paar Millionen, die jeder zweite fährt. Ich habe keinen Duplo-Oma. Und Ghost Cabot, danke schon für den Priming-Dritten. Gebt nur Wohin. Boah, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, da die die Kohle rausgeben, ne? Aber das liegt wahrscheinlich daran, weil er auch True Love heißt. Ja, gut, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nur J. True Love, ne? Das kann natürlich auch sein. Das ist mir aber egal. Ja. Wie viel habt ihr gekriegt jetzt? 380.000. Boah, geht doch. Das sind nicht mal ein paar Schuhe. Ja, ja, so ist das, ne? Davon kannst du auf jeden Fall schon mal einen Schuh kaufen. Ganz schlimm. Mal hin, ne? Was sind die Dings Crocs wert? New Life App. Wo ist denn hier so Anzeige dafür? Ja. Marktplatz allerlei. Tasche 350.000. Das ist in Ordnung. Die Crocs, da steht kein Preis bei. Armreife auch kein Preis. Ja, doch. Crocs 200.000. Oh. Ich meine, ich habe da vorhin noch was gesehen. 200.000. Ach doch, da, hier. 200.000, aber blaue. Ja, so blau. Und für Frauen. Na ja, das Ding ist halt, die sind selten, weil es die nicht mehr so gibt, ne? Ja. 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 Der Jako. Ja. Ja. Wurde es verkloppt oder was? Nein, ich denk, es zahlt das jetzt ein. Jo. Äh. Wir sind gleich wieder da. Tschüss. Tschüss. Warum gibst du denn eigentlich mal dein Sombrero an die ab? Du alten Schaumschläger, du. Ja? Weil das ist ein Produkt, das kannst du halt jedem geben, ne? Kann das aufziehen. Passt halt jedem diesmal, ne? Hat mal einer nachgedacht. Hallo. Ja, er war ja voll kluge. Mit wem, Tim? Boah, ich hasse das, ne? Obwohl, die springen wenigstens nicht beim Telefonieren die ganze Zeit rum. Ey, es gab doch so eine App für die Autos, ne? Weiß einer, wie die heißt? Was meinst du? Ja, wo man so Autos nachgucken konnte. Fahrzeugkatalogen oder so. Beise und so weiter. Ja, Fahrzeugkatalogen. Bist du auch irgendwo unter der App, oder nicht? Bei ULive? Ich hab doch vorhin noch diese Dinge gesehen. Dann machen sie's gut. Alles klar, dann schönen Abend euch. Ja, ja. Unter allgemein. Hast du davon? Unter Tools oben. Tool? Oh, der Tool. Ja, für den Affe. Wie lange war ich jetzt mit dem weg? Kein Ahnung, fünf Minuten oder so. Ja, ich hab den fünf Minuten lang belabern. Wissen, dass er mir traut, dass es okay ist für Johnny, dass ich das Geld nehme. Hä? Ja. Da kann ja jeder kommen, hat er gesagt. Ja, dann kann er zum Yankee-Park kommen. Ja, ich hab dem gesagt. Ja, weil Johnny könnte jetzt da hinlaufen und das Geld beantragen. Für sein Gewissen werde ich dem die Woche irgendwann einen Brief, den Johnny mir geschickt hat, vorbeibringen, dass das okay ist, wenn ich das Geld hole. Gar nichts machen wir. Wo, wissen die? Ach hier, Tools, Fahrzeugkatalog. Ja, genau. Tyros Progen. Gibt's nicht. Wird doch nicht importiert. Oh mein Gott. Schönster Auto. Nein, nicht schönster, aber guter Auto. Ja, dann lass wieder abhauen hier. Buin. Ey, der Dungeon hat mir vorhin einen dicken Geldumschlag gegeben. 1,3 irgendwas Millionen, ne? Ja. Ja, ich sag nur, wie viel hast du? Jetzt hab ich 700. Ja, wir sollten vielleicht mal alles so ein bisschen Überblick besorgen, was da ist. Ja, das war's. Mehr haben wir nicht. Ja, doch. So, Autos sind irgendwelche Scheißzeugen. Glaub mal. Meinst du nicht? Aufgeräumt. Wir haben, also, ich sag, wir haben noch ein bestimmtes Auto, wo noch bestimmte Sachen drin sind, die wir für mehrere Millionen verkaufen könnten. Oder wir können dann Ganges gehen und sagen, hier habt ihr Gefechtspistolen für 250.000 das Stück. Die gibt's aber nicht mehr. Ja, aber warum sollten wir die verkaufen? Scheiß auf die. Ja, deswegen sag ich, wir haben genug Geld, um uns irgendwas zu, ne? Ja, aber wir müssen, ne, es geht jetzt nicht darum, dass ich irgendwas kaufen will, sondern allgemein einfach von den Überblick kommen. Ja, 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 ja. Aber wir haben so viele Autos, Alter, ich würde am liebsten mal ein paar Fahrzeugpapiere wegschmeißen von BMX und so. Leider kleben die an meiner Hand fest. Ja, dann sagst du einfach, äh, dann schon Bescheid, dass er das von deiner Hand abmachen soll. Nee. Das andere Zeug haben die jetzt auch alles im Auto gepackt, ne? Ja. Wo ist denn jetzt der Schwammel hin? Ist der schon wieder cringen? Ja, oder in der Bude. Schwammel. Geht nicht dran, ich hab keine Ahnung. Ah, was ist denn mit Bratanjuri? Was soll ich mal da nochmal klären, wegen den Schlüssel, ne? Ja. Schlüssel fürs Hotel und neue Schlüssel für die Halle. Warum neue Schlüssel für die Halle? Weil Jivke auch ein Schlüssel für die Halle, ähm, der meinte, er hat in seinem Schlüsselkasten eh noch Schlüssel von uns rumliegen. Er selber hat den Schlüssel auch nicht mehr gestern dabei gehabt. Aber es hat doch jeder zweite von uns ein Schlüssel bekommen. Dann hat doch der Schwammel bestimmt ein Schlüssel noch oder so. Äh, nee, wir haben auch dem Jiggy und dem Cody ja jeweils Schlüssel gegeben. Aber Juri meinte gestern, er hat noch in seinem Schlüsselkasten Schlüssel von uns. Alles gut. Ja, lass mal zu Cody, keine Ahnung. Der hat auf jeden Fall noch aufgemacht. Juri, wir landen immer im Kreis, ne? Das ist echt, das ist richtig, das ist so richtig irgendwas für Galileo, Alter. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist, es wird immer zu einem Kreis. Ja. Oder man wird selber so dick, dass man immer selber der Kreis ist. Nix gegen Dicke. Ach, ich hasse es. Ich hasse mein Leben. Ähm. Ja, komm auf mein Schoß, Muffin. Ja, ja. Mhm. Oha, deine Perle fährt mit nem Schüffke. Hure. Wenn du sagst, war das nicht. Wie? Ich darf das. Du verstehst das. Du musst auch irgendwann Geld kaufen. Ich glaub, das war grad der Edda von Chokos Perle, ne? Weil das stand auf dem Nummer-Shirt X-Safti-X. Ja, hab ich auch gedacht. Ist das nicht die Saftquetsche? Ja, 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 ja. Wo fährt der hin, Junge? Ist der besoffen? Weiß auch nicht. Achso, der wird wahrscheinlich am Laden vorbeifahren. Aber ja, den Laden nehmen wir. Boah, aber so, warte mal. So ist das auch geil, jetzt Fotos zu machen, ne? Aber ich rufe die mal schnell an. Guck mal, da oben links, wer ist Pucci-Mall? Da können wir so richtige Schilte machen. Ein paar Ungeld haben wir auch genug. Und wir brechen den Chisha-Dings noch ab. Ja, ja, stimmt. Dann können wir hier auf jeden Fall ein paar Dings machen. Komm mal schnell zurück zum Laden. Wir haben aber immer noch keinen Namen, ne? Ja. Du musst doch mal jetzt bei so trüber Dämmerung ein Foto machen. Hast du Kamera dabei? Ey, Muffin. Lass mal links die alte Bank da. Auch noch mitmieten. Für Lager. Oder? Welche meinst du? Da links, die Flieserbank, die alte, die zu ist. Achso, die. Als Lager. Ja. Oder nicht? Okay. Danke für die Antwort. Ich bleib sitzen. Achso, ich hab gedacht, du musst gerade da. Lass mich schon ruhig, ich will nachdenken. Wenn du mal überlegst, ist das wahrscheinlich leichter, wenn man dann gleich hier die Bäden hier macht und die dann vielleicht vermietet. Keine Ahnung. Hau da einen rechtskräftigen Schubs. Geh weg, Mann. Wir wollen hier alleine wohnen. Wird vermieten. Muffin, geh mal weg. Ey, ich bin halt immer nur für den Namen Binko. Und er scheißt drauf. Das sieht einfach voll cool aus. Da klingt ein cooleres hin. Aber das Coole an den Dingen, was halt die leuchten, ne? Ja, es leuchtet halt. Ich weiß nicht, was Juri da, wenn der da drüber tapeziert hat, wird immer nur leuchtet. Leuchtefarbe. Leuchtefarbe. Vielleicht ein paar Glühwimmchen gegenwerfen. Boah, Junge, das wird's. Auf jeden Fall vorne, da chillt uns hier rechts mit dem iFruit. Warum haben die ein iFruit und wir haben so ein komisches Sony Ericsson? Ja, guck mal. Geht nicht. Ich hab Handy aus. Links. Ja, warte dann. Das Leichmann nimm. Dann guck hier. Lag da solcher verpissen. Warum ist der Coole, der Einkauf geht da? Ja, aber das ist wegen Foto. Ist das Snoop? Ne, weißt du, wer das war? Juri, oder? Bratan Juri war das. Instant, Junge, auf Kurzweil. Junge, deine hässliche Karre erkennt man sofort. Dreh mal, hast du Termin, oder was? Nein, nein, ich wollte eigentlich gerade das Auto holen. Wir haben hier einen Laden gefunden, in dem wir wahrscheinlich reingehen dann. Ja, ich bin direkt da. Jo. Junge, wie aus der Pistole geschossen, der Typ. Oh, der parkt schon wie einer vom Park. Ich sag mal, am Herzen ist der einer von uns. Juri, was sagst du zu dem Laden hier? Ja, welcher? Ja, hier, hinter dir, der. Der ist hässlich. Warum ist der hässlich? Ja. Ich finde mein Auto alles gleiche Farbe. Ich finde aber die Schilder geil, weil die so blinken. Und die ist richtig cool für Werbeplattkarte und so. Du kannst das selber. Den Kischlitzel kannst du überall machen. Ja, aber da blinkt doch nicht dann so. Ja, wieso nicht? Ich habe keine Ahnung, was du für Fähigkeiten hast mit denen. Ja, aber die Stelle ist voll cool. Dann geht doch. Können wir den Laden auch auskollern? Ja, was machst du, du Kika? Wie, Kika? Ich kicke. Ich bin mit Perl unterwegs. Super, ich bin auch nicht in den Laden. Ach so. Hat das Giffy nicht gesagt. Giffy? Der ist auch da. Ja, mein Gott. Soll ich auch nicht in den Laden? Doch, jetzt sagst du. Ja, klar kann es sein, oder? Wir sind hier in der Westside am Binko-Laden, den wir vielleicht nehmen werden. Ach, für das Ding ist da. Ja, ja, für die Klamotte. Da ist jetzt so ein Fokus. Ah, ja, ist doch wild, der Laden. Ja, wenn er wollt, kommt er her. Ja, warte, ja, dann kommen wir gleich. Hier, bis gleich. So. Hier hast du direkt eine ATM dabei. Und schicken Laden mit Werbeplakaten. Und schicken Laden, so. Ach, schnup doki doki. Ja. Schnupi. Wir haben den überlegt, weißt du? Ja, Mann, hier ist doch cool, Alter. Ja, weil das eigentlich hässlich gebrochen ist. Guck mal, und das Logo da oben, der Mod Trash for Less Cash, Mann, das passt richtig gut. Ich finde das sexy hier. Juri, mit der Shisha war das Ding, da wurden noch keine Arbeiten dran gemacht, ne? Ähm, ja, keine großen, sagen wir es mal so. Ja, aber der Marek war ja noch nicht da. Der wer? Der Marek, Junge, dein Hauptarbeiter. Ach so, nein, nein, nein. Kann man das noch canceln noch? Weil da wurde ja noch nichts großartig gemacht. Oder? Was, du willst canceln? Ja, canceln. Kann man das nicht auf irgendeinen anderen Auftrag buchen, das ist einfacher. Wir würden gerne Klamotten dann hinter dir ausbauen. Ja, dann würden wir das hier ein bisschen nicht ausbauen, weil ist ja alles drin. Ja, aber ein bisschen aufhübschen. Aber ein bisschen aufhübschen. Wir würden dir einfach sagen, mach mal freie Hand. Aber wir sagen so, bei den Schildern. Das willst du nicht. Ja, nein, nein, hör auf, Mann. Das steht dann nachher immer. Ich hab gesehen, was aus der Boxhalle geworden ist. Dann ist dann nachher der Bleachub. Nein, aber, also wir haben übrigens gesagt, die Schilder, Binko, wir sind uns mit dem Namen noch nicht sicher, ob wir den irgendwie anders nennen sollen. Kika. Wir nennen den Kika, Junge. Kika ist gut, Alter. Kika. Lass mal nach Kika. Ja, okay. Kika, Junge, mit einem Ausrufezeichen. Machen wir das dann noch rot, oder was? Ja. So rot-weiß, Kika. Ja. Boah, das ist echt gut. K-I-K-I-R. Nein. Und dann kommt noch so ein Ball in den Hintergrund, ja? Nee, kein Ball. Nicht? Nee, dann ist das ja so ein Fußball-Dings. Wir können auch wieder das Leuchtdeklame machen. Ja, willst du Kika oder Kika? Also K-I-K-I-R. K-I-C-K-I-R. Kika, Junge. Nicht Kika. Kika. Ja, oder K-I-C-K-A. Kika. Wenn überhaupt Kik. Ja. Erstmal zu Kik. Ja. Oder Muffin, was sagst du? Kika. Kika ist für mich gut. Kika klingt doch voll geil. Ja, hat schon was. Ja, voll gut. Wir dürfen dann aber nicht Fische reinlassen, weißt du. Ja, Junge, weil der nur am Kicken ist. Ja, klingt doch. Hast du keine Vegas-Leucht-Reklame? Kikas, Junge. So schön mit Blinkerichtchen und so. Blinkerichtchen wäre auch nicht. Der Gyfi ist auch unterwegs, wie hässlich. Und dieses iFruit-Ding dahinter, ne? Reklametafel. Einfach ein großes Ding von den Mitarbeitern oder so. Braucht man wieder acht Mitarbeiter, dann kriegen wir wieder Zuschuss zum Start. Ja, 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 ja. Voll gut. Nee, brauchen wir ja nicht. Weil das ja so ein Zwinker-Unternehmen ist. Hä? Warum Schneiderei Maxis? Das ist doch da. Das ist ein offizielles Unternehmen. Ja. Sogar in Zusammenarbeit mit dem Staat, wegen Zoll und so. Ja, das ist das. Ja. Eigentlich mal ein paar Anträge stellen. Eigentlich müssen wir dafür gar nichts flächen. Ja, dann müssen wir es umbuchen. Warum umbuchen? Den Shisha-Shop auf den Kika. Ach so. Ja, das weiß ich. Da musst du Juri sagen. Juri ist der Experte. Ja, umbuchen wird er einfach, habe ich auszahlen. Wie sieht denn dein Terminplan aus? Ja, der ist, glaube ich, richtig eng. Ja, 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 ja. Das ist schwierig aktuell. Na, das kann ja auch dauern. Das ist scheißegal. Ja, was war schließlich jetzt genau hier vor? Was wollt ihr denn hier machen? Jetzt so, außer... Klamotten. Ja, aber bleibt das orange, bleibt das nicht orange? Rot. Rot. Nur rot machen. Ich weiß, dass es bei dir wieder richtig kickt im Schädel, wenn du da reingehst und das alles siehst, aber das kann drinnen alles so bleiben. Lass mich mal reingehen. Ja, aber oh mein Gott. Oh Gott. Junge, der kommt direkt mit Planierruppe, Alter. Er hätte das nicht anfangen dürfen. Der kommt gleich schon mit den ersten Kartons von Sachen wieder raus. Ja, ey, das kann man, ey. Der will wieder... Junge, der baut hier Trump Tower hin, Alter. Ja, nee. Weißt du, was das Ding ist, Curtis? Was? Für ihn ist es leichter, das Ding quasi neu komplett wegzureißen, als so da drinnen... Ach so, das weißt du auch. Als Schneider-Learning weißt du das jetzt. Du hast die Information her. Stadtpark-Geflüster oder was? Kick-Up-Weste passt zu uns. Voll gut. Ja, sieht doch gut aus dir. Ja, der Boden, wenn du es gerade anspricht. Nein, aber... Wichtig ist von draußen. Also der Muffin meinte gerade für Juri, wenn das einfacher alles neu reingeht, rauszuschmeißen und zu bauen, anstatt das so zu lassen. Keine Ahnung, woher der die Infos hat. Aber, jo. Kann man schon was draussen machen aus dem Ding hier? Herzlich willkommen bei Kika, Ihre Bestellung bitte. Einmal ein bisschen Kern sanieren und dann geht das. Ach, ihr wollt den neuen Adidas-Schuh da hinten. Den? Ja, ne, ich bin Camouflage, bitte. Du kannst ein paar Crocs haben für 200.000. Ich kaufe sie mich für 10 Dollar, ist aber neu. Das ist aber illegal, darfst du nicht importieren. Ich weiß nicht, egal, dann sind das meine Hausschuhe. Kokodizli, da hast du den Güffi gelassen, den Schnorrer. Der hat gerade kein Zeug. Ach, der. Der ist auf dem Erdbeerfeld, Junge, der braucht Kohle für die Klamotten. Werner will sehen, der hat wirklich... Er ist doch voll cool hier drin. Oder nicht? Guck mal, man kann sogar Furnier bedienen, Alter. Hier steht dann der Muffin, Junge. Ich bin der Muffin, ich schneide Klamotten für dich. Wo ich so Kapuze haben kann, ich mache euch Kitzelrot auf. Furnier. Perfekt. Wie, das Original? Wow. Aber warte, Juri, du bist schon wieder so am Schmunzeln, ne? Von wegen, das wollt ihr mal. Wir verkaufen sogar Sonnencreme, Alter. Oder wo würdet ihr denn vorschweben? Es gibt ja noch so ein Luxusding hier von diesem Saft. Nein, aber wir verkaufen das Streetwear, Mann. Das ist ja Streetwear, auch wenn die teuer ist. Bitte runter von der Theke, sonst muss ich Polizei anrufen. Und vor dem Hotel ist halt so sehr ruhig, ne? Aber ich will wenigstens reißen, ich kann deinen Boden verregeln, ey. Ja, der Boden ist super, Mann. Der klebt sogar, da können die Kunden nicht rausrutschen. Können uns keiner verklagen. Guck, der hält noch. Mit Klebeband. Da und da und da. Der geht auch noch. Super toll, das Licht ist hier auch perfekt. Ja. Was gut ist, dass das Ansichtssache ist. Ich finde das gut, ja. Gigi Lade, ja, ja. Und die Leute können dir sogar die Sachen von der Stange kaufen. Ja, vielleicht lassen wir die raus. Nee, warum? Nein, ist schon klar, pass. Hä? Du kannst noch einen Teppich auslegen zum Betteln oder so, keine Ahnung. Du Hund. Ja, weiß nicht. Ich finde das perfekt so. Ich würde nur die Werbung und die Schilder vorne machen. Aber nicht für 1,2 Millionen. Ja, 2. Ja, ja. Ich würde den Tisch eventuell wegmachen, weißt du? Einfach mal Müllwerfen. Ja, warum den Tisch weg, Junge? Voll cool. Weil da kannst du hinter dem Ding von der Stange stehen. Ja, den hier sehe ich den zweiten Tisch hier. Du brauchst nicht, Juri, ich schaue mal drüber klettern. Hä? Na und? Oder hier das Ding weg, den Container. Mal gucken. Ach, du bist voll, du hast richtig einen Kick im Kopf, Junge. Du hast einen Kick im Kopf. Wunder hier. Wollt ihr euch noch ein bisschen aufhängen? Wollt ihr tanzen? Ich sehe schon, Juri hat Vision. Ja, der hat Vision. Brauchen wir nicht. Alles zu teuer, wir müssen Geld sparen. Sind keine Gangster mehr, wir haben keine Routen mehr. Ja, dann kannst du sie direkt wieder. Die würden uns die Save einfach so geben. Ich geh einfach mal nicht nachfragen. Jungs, so brauchen wir zwei Wochen die Routen, wir brauchen Geld. Ach, Quatsch. Lass einfach die Werbung machen, fände ich mal. Der Lahn ist perfekt. Das ist hier richtig schön performant. Guck mal, sogar mit Ventilator. Schere ist auch da. Guckst du die Luft vom Ventilator? Ja. Junge, der hängt doch nach, oder? Tut doch nicht so, als wäre das hier ein Spiel, Junge. Das ist das echte Leben. Das ist doch kaputt. Genau, das ist das reale Leben. Das ist mega cool hier, Mann. Das hat so richtig Schmutz-Dorf-Feeling. Da ist ein Jersey mehr wieder als der ganze Bumsblock hier. Aber das ist die Westside. Ja, und? Strand in der Nähe, voll geil. Ja. Meinst du, der Snoop kommt dann und sagt, wir müssen Schutzgeld zahlen? Oh, ich komm, Alter. Dann zeig ich dir, Matthias. Ich find das top so. Du sagst, die Westside, wie ich sag, die Southside hat sich vergrößert. Ah, sagst du, wir expandieren? Expondieren oder expandieren? Die Jungs sind froh, wenn die das Ding um die Ecke haben, dann können die chillen kommen, Alter. Richtig. Ja, aber die Frage ist, ob man die hier chillen haben will. Warum denn nicht? Du bist schon wieder so Anti gegen alles, ne? Geh zurück in dein Zimbabwe, Junge. Wohin? Ja. Zimbabwe. Steig mit deinen Kollegen in die vier, vierzig Karren an, die alle die gleiche Farbe haben, verpiss dich. Halt. Halt mich mit dir entdeckt. Drecks Maul. Jogi hat schon wieder waktige Finger. Ja, dem stört das. Jogis Terminkalender ist eh voll bis oben hin. Das hat nur kleine Änderungen, man, das passt. Kann ich einen dollen? Ja, kleine kann man dazwischen drücken. Ja, eben, passt. Ist ja eh auch gewirblich. Da musst du nur sagen, was das kostet, weil ich glaube nicht, ein bisschen Werbung kostet keine eins vor zwei Millionen. Wer sagt, dass es bei Werbung bleibt? Boah, du ziehst deine Freunde ab? Wer hätte dich auf Klo getragen, als du zwei gebrochene Beine hattest? Ich. Ja, keiner. Wer hat dir damals bei der Geiselnahme in deiner Wille dein komisches Tablet abgeholt, damit du arbeiten kannst? Ich. Wer wollte dir Ziemenschki mit Zujuk machen in der Pfanne? Ich. Ich, Juri. Ich. Der Kusch. Ja, und wer hat uns bis zu war geschissen? Ich. Ich habe versucht, das runterzudrücken. Das hat aber nicht funktioniert mit dem Bumper. Du brauchst doch auf der Insel noch einen Putzmann. Nee, aber einen Klempner haben die schon. Scheiße. Habe ich gehört. Ich wohne auf Insel. Ich lasse mich hier was einfallen. Ich habe da ein paar Kreative. Sie ist geschlossen. Sie ist geschlossen. Sie ist willkommen beim Kika. Also ist geschlossen. Hallo. Ja, hi. Hallo. Na. Ich bin sofort wieder weg. Dann lass dir ruhig Zeit. Lass dir ruhig Zeit. Wenn Sie Beratung brauchen, unser Kollege, der Muffin, steht Ihnen gerne zur Verfügung. Ja, soll ich Ihnen das schneidern? Oh, no. Aber, ich bin dann fast fertig. Das ist ja scheiße. Hör mal. Das sind hier Luxusartikel. Was für ein Scheiß. Hier wegen Arbeiten. Wann sollen wir denn starten? Wann sollen wir denn starten? Ja, dann. Wir wegen Arbeiten. Wann sollen wir denn starten? Ist das die Putzfrau? Die Mel? Ja. Das ist Facility Management hier. Hausmeisterin. Ach so, wenn, äh, Kürtis. Hä? Ja. Wenn Juri die Mel jetzt benutzt, können wir die nicht mehr einfach unten wieder benutzen. Also brauchen wir mal langsam Mila. Da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal ihre Hemorien in den Griff bekommen. Ja, ja. Ich saug die nahe aus. Oh, ich so. Oh mein Gott. Wer saugt hier wen aus? Du bist so schön verpixelt. Oh. Oi. Uglü. Hallo. Uglü. Hallo. Hi. Ja. Hi. Ich glaube, ich brauche eine Brille. Warum? Oh, ich glaube. Das ist irgendwie ganz... Uglü. Uglü. Ey, du hast doch eine Brille. Was? Ja, hinten. Ja, dreh die doch einfach aus. Kommt voll gut. Sogar mit Umkleidekabine, Mann. Braun so. Ich will, dass das braun-rosa ist, weißt du? Perfekt. Das wär, das wär fett. Oh, die tauschen nur mal. Oh, oh. Ich hab gesagt, diese Seele kann ja haben, den Körper bald ich. Tja, hast du eine Seele verkauft für eine Tasche? Ich verkaufe mich auch. Hast du auch was für mich? Mann, geh weg, Junge. Hör auf zu betteln, alter halber Güfi. Ich sag doch, ich muss dir noch einen Teppich auslegen. Ja, damit soweit wie der nicht hier reinkommt. So ein Teppich will den Schmutz abfängt. Gib die Schlüssel wieder. Verkackter Jadi, du. Bin kein Jadi. Ja, Transfermarkt war offen. Wir haben gerade das Geld von einem Edda geholt beim Cyclecasting. Edda? Jo, Jun und ich haben an den Edda da abgegeben zu verkaufen. Und haben nie die Kohle abgeholt. Da lagen einfach so fast eine halbe Million Dollar rum. Ah, gut. Interessiert ja nicht mehr. Boah, du kostest. Ja. Wenn du zu viel hast, juckt das nicht mehr. Aber wir haben die trotzdem geholt, weil wir haben nichts mehr. Wir sind arm. Ja, ich würde hier die Werbung ändern. Ich würde hier alles so lassen, wie es ist. Das kann man irgendwann mal vielleicht machen, wenn der Juri wieder Zeit hat. Und was mache ich mit dir zu alt? Ach nein. Gibt mich nie das Leben. Mann, Werbung reicht. Kicker drauf, fällig. Seid ehrlich, auf einer Skala von 1 bis 10, wie scheiße sehe ich aus? Boah. 10. Perfekt. Dann haben wir natürlich erreicht. Weißt du, was da fehlt? Weißt du, was dir fehlt? Warte. Der rosa am besten. Der so ein bisschen her. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Das passt schon so. Okay, dann sind 10. Tschüss. Werden Sie uns bald wieder? Mach ich. Tschüss. 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 Perfekt hier, Alter. Das soll so. Schnitt die Eier ab. Ja, tschüss. Tschau. Das hält die Kleinen. Das ist einfach perfekt hier. Wo haben die denn die Quads her? Ich hab auch eins. 15.000. 15.000. Ich hab eins mit Baywatch draußen. Du willst den Schlüssel haben? Nee, danke. Warum nicht? Weil ich damit nicht rumfahre, Junge. Ich hab Style und das Geld. Ich glaub, Juri hat bei Ali auch noch genug davon rumstehen. Wow, 22. Will ich nicht. Warum hast du 22 Quads? Ja, weil... 22 Quads? Ey, das wühlt. Rass halt. Kann man leider nicht färben. Ich ruf mal den Hessen in den Gyffi an. Ich will mal wissen, was der macht. Der hat gar keine Zeit. Doch, der ist da. Echt? Ja, der ist da. Der hat einen Termin. Ist wach. Der hat keine Zeit. Wie? Was hat der für einen Termin? Das darf ich ja nicht sagen. Ja, wohl, was? Ja, was geht schon, Rikis? Was machst du? Ja, ich bin am Arbeiten. Ja, war mir klar, dass du am Arbeiten bist. Ja, wie? Wo arbeitest du denn? Ich bin bei Cody's. Wie, du arbeitest bei Cody's? Ja, klar. Boah. Boah, seit wann das denn? Ja, lass doch essen gehen. Boah, das ist schon so. Ach stimmt, wir wollten aber essen kommen. Ja, wir kommen jetzt auch rein. Ja, lass mich zuerst aus. Guck mal deinem Bruder an, was aus dem geworden ist hier. Ja. Meistern Lauf, Meistern. Ach, laber doch nicht. Bis gleich. Gleich. Juri, kannst du vielleicht keine Schlüsse hier hinwerfen, die Kunden können sich verletzen? Ey. Ups, ähm, ups, warte kurz. Der Junkie-Pack lebt wieder. Ich sag's euch, wie das ist. Und Mord am Fell, Dankeschön für den Prime-Supple-19. Und Koka-Ninchen, Dankeschön für die We-Supple-16. Ein kaltes Sukulub, Bruder, erliebt dich. Gussi, gussi. Danke. Das war so klar, dass dir arbeiten geht, der Pässer, ne? Päh. Warte. Wazum. Junge. Was denn? Meine Cap ist einfach festgewachsen. Nein. Mach langsam. Ach so. Ey, Muffin. Äh. Soll man nachher noch in den Schneiderkeller gehen oder was? Können wir gerne machen, ja? Ja. Du bist so richtig so einer, der sich nie traut, nein zu sagen, ne? Ja, nee, ich wollte sowieso noch was zu... Ja, ja, ja. Ich wollte heute sowieso noch ein paar Sachen machen. So, keine Ahnung, je nachdem. Ich wollte halt noch so ein, zwei Sachen mal im Katalog noch angucken. Da haben wir zwei Models. Kannst du den Knack von, Jörg? Das sind die von eben. Ja, dann nicht. Genau, bei denen meinst du, nee, lass dich. Hä, die waren das? Ja, fließen sie vom Park. Was ist das für eine Karre hier, Alter? Da haben wir alle reich geworden. Jetzt weiß ich auch, was der mit Müll meinte. Stimmt. Wir haben alles vollgemüllt hier, Junge. Boah, was habt ihr da für ein Fregler arbeiten? Pass auf, was du sagst hier. Du hast den nicht wirklich hier eingestellt. Wo ist Cody? Der arbeitet nicht wirklich hier, oder? Natürlich. Oh mein Gott. Wie steht denn hier? Da hinten. Du willst doch was essen, oder willst du nur doof gucken? Zehn Tinkgepäckchen, sechs Tinkerburger. Und ein Eistee. Ja, das ist deiner, Jenna. Was verdienst du denn hier, Giffy? Ii, das ist meiner. Ich mach meinen Bruder. Veggie Burger auch. Das sag ich dir nicht. Das hab ich jetzt nicht aufgepasst. Krieg sechs Tinkgepäckchen und... Zehn Tinkgepäckchen. Ja. Sechs Zinkerburger. Und sechs Thunfisch. Und dann heißt... Ja. Und Veggie Burger. Und wie viel? Ja, sechs oder so. Und sechs... Äh... Veggie Burger. Ja, und sechs Tinkgepäckchen, bitte. Okay. Machen Sie satt? Warte, komm, wir gehen rüber. Ja, aber mit doppelt so viel Tinkgepäckchen. Wo ist denn der Juri hin? Mein Gott, diese Kackstühle hier, Alter. Oh Mann. In Frauen. Hast du das lieber bei? Ja. Ich muss ein bisschen mit Reflex, solange ich den noch tragen kann. Oh, falsche Finger. Ha, hauklu. Huxi. Hacksam. Ah, Mädchen. Ich nehm... Ich nehm... ...5. ...5. Hören die uns? Was denn? Ich bin schüchtern. Hallo, 4 Ladies. Natürlich hören die dich nicht. 5.15 Tinkgepäckchen. Jünger, wer rennt denn hier im Park rum? Schöne. Wer rennt da im Park rum? Ey, Meister! Bis gestern um halb zwei zusammen. Jünger, bist du brennende Mülltonne, nicht weiter. Hallo? Boah, wir sind Schaufensterpuppen, ne? Hallo! Die guten Sachen wird's ja nicht. Da muss ich jetzt hin. Wäldchen und so. Ui, Memo. It's only game. Aber das Wäldchen. Paco, danke für den Prime 17. Tagsam. Habt ihr in Curtis zu miss? Dankeschön. Okay, ich mach's. Und bla bla, danke für die Wii 712. Ja, warum? Warum Curtis? Weil wir ein bisschen abwechselnd machen. Das Spiel ist wirklich lustig. Redet ihr, Mann! Über das Wäldchen! Redet nicht so laut. Wäldchen? Wer? Die. Warum? Weil es nervt. Tut wem noch. Komm, wir gehen einen Schwabbel unterstützen. Braucht der Schwabbelrücken? Boah, der Juri ist auch komplett los. Der macht wursen wir schon wieder. Ja, der plant schon wieder Skizze bei sich in den Kopf. Ja, wo bist du denn jetzt hin? Ja, Auto und so. Ach ja. Was für ein Auto hast du ihn tunen lassen? Ja, nein, ich will nur mal auf ein anderes umbauen. Ach so, ja, wir sind bei Cody's, ne? Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Aber das Schwabbelowski braucht Rücken. Belästigt er euch? Ja. Hä? Äh. Wenn du dich belästigen würdest, dann würden wir schon selber damit fertig werden. Ach so, okay. Keine Sorge. Boah, wir belästigen die dich? Da hat einer gemeint, schön, da hat einer schön gegrillt, dann gab es im Auto schön Getränke und dann wurde hinten der Boxring mal gezeigt. Ja. Boah. Ja, da war ich bestimmt auch da, ich weiß es nicht mehr. Apropos, ich muss mal eben abschließen gehen. Ja, dann komme ich später auf jeden Fall noch. Envy, Dankeschöpfele, we stopp im Achte mit Amazon Prime. Heißt gar nicht mehr so, wie heißt denn das Nummer? Könnte so fresh, der ist so, Bro, ja, ne? Poppenball trennt die ganze Stadt so rum, richtig Bock drauf. Was ist das denn schon wieder für eine Maxosky für seine Karre? Prime Gaming, genau. Ne, hab ich abgeschlossen. Hab ich. Und die Crocs, Bruder, guck dir die an. Ich find Prime Gaming aber kacke, den Namen. Chat, geht's euch gut? Ja? Super. Mr. Anonymous, lieber Hacker, bitte hacken Sie mich nicht und Dankeschön für die 500 Bits. Das macht Liefergeld, weil ich die bringen musste. Wir betreiben das, Junge. Du arbeitest echt da, ne? Ja, klar. Boah, da tut du dir mal einen Job, so ist damit hätte ich nie gerechnet. Was hast du für scheiß Schuhe an? Das sind Crocs, Junge. Guck mal, ich stürte meinen kleinen Zeh da raus. So fällt dir das? Ich bin schon. Ich bin sogar mit dem Winken. Das mach ich. Lass mal gucken. What are those? What are those? Was macht das? Zieh mal ein paar Socken an. Ja, was du denn, Junge? Socken voll unbequem. Ist so. Ja, 360 Dollar kriege ich von dir. Wie willst du, kriegst du hier so Dings? Immer Kohle? Kriegst du Gehalt? Nö. Hä, wie wirst du dann bezahlt? Weiß nicht, ich mach das gratis. Bist du dumm? Wie? Geh mal auf dem Erdbeerfeld. Ich mach nur ein Praktikum heute. Was für Erdbeerfeld? Wenn du Freund wärst, würdest du mich einstellen? Wo einstellen, Junge? Ich wurde zweimal gefragt heute. Machst du denn nicht mit bei den Sachen da? Welche Sachen? Irgendeiner hat gesagt, ihr macht Klamotten. Ja, gibt keine Einstellung. Alle Plätze belegt. Der Jifko will auch mitmachen. Ja, alles gut. Ich abwerte hier bei Codys. Ja, vielleicht kannst du dir mal irgendwann Crocs leisten. Ach, ich spare nur ein bisschen, bis ich meine eigene Farm machen kann im Norden und dann mache ich Angus B-Friend. Würfel, wo bleibt mein Essen? Ach, schrei nicht so rum hier. Nee, du spuckst da drauf. Ach, das ist mir schon dreimal runtergefallen. Boah, das war gut. Äh, Kito, welche Mods? Die Mods installierst du mal selber. Watt. Bleib doch stehen. Unit geht doch so. Keine Grafik, Mats. Das musst du alles selber machen. Ich spuck dir nachher wieder ins Müsli. Boah, tun wir spät. Warum hab ich einen Teddy? Warte. Von dir kriege ich auch 360 Dollar. Wie? Ja, wie, was, wie? Codys hat gesagt, er gibt heute aus wegen der Schuhe. Das hat er gesagt. Klar hat er das gesagt. Hat er nicht. Klar, frag Jack. Eigentlich schon, ja, aber egal. Hat er gesagt? Wenn ich den frage und er sagt, stimmt nicht, dann ziehe ich dir die Ohren lang. Das stimmt aber. Codys, bezahl für den. Nö, Codys hat vorhin Schuhe gekauft. Der hat echt irgendwas ausgetauscht. Trag den und komm, wenn er sagt, nein, komm wieder, was denn? Komm her, Schwabbe, dein Essen. Ja, danke. Was ist so, Finn? Traust du dich nicht bei den Mädchen zu bleiben? Hä? Bist du nervös? Ich hab mein Sombrero wiederbekommen. Soll ich dir ein bisschen, soll ich dir die Frauentipps geben? Bei Schwabbe? Der hatte noch nie eine Freundin. Glaub dir, kein Wort. 540 Dollar kriege ich von dir. Du kanntest meine Freundin. Ach, Babbel doch nicht. Hä, mit der SM Double warst du zusammen, ne? 540. Das war, das war young. Und mit wem warst du zusammen? Ja, gib doch Rechnung. Ich war mit dieser Gray, die hat auch gearbeitet. Trinkgeld. Äh, ja, okay, toll. Dann funktioniert es dann auch. Dann machen wir 1.000. Wo ist das denn am Rohn, Meister? Ja, dann machen wir wenigstens 600. Komm schon. So, ich kann sich ein Geld. Hallo Teddy. Hier, ich mach 600. Hier, zack. Abgehoben ist ein Müllschwein. Ich hab kein Geld. Junge. Ich weiß, zum Beispiel, als wir letztens den Boxclub aufgemacht hatten, da haben wir an dem Abend 25 Kämpfe gemacht, ne? Das Ding ist halt, der Ring ist klein, da gehen die Kämpfe ziemlich weg. Ja, ja, das kriegt man schon hin mit dem Moderator, Skripper, alles mögliche. Das ist so ein Probelauf, mal machen, lass mal so mit Achtkämpfern mal so ein Maskenkampfturnier machen oder so, die sollen sich alle verkleiden und dann, keine Ahnung, rumkämpfen mit so einem Turnierbaum und dann gucken wir mal, wie lange das dauert. Ich würde nur sagen, der Lucky ist ein Gauner, der hat ein Geld, um sein Essen zu bezahlen. Dann würde ich nicht anders machen. Ja. Ja, die Frage wäre halt nur der Preis, so. Ja, müssen wir überlegen, was kriegen wir denn schon hin? Ja, kommt drauf an, was die gewinnen können, ne? Also beim Probelauf, also beim richtigen Event, wenn die dann ein Jersey gewinnen können oder so, dann auf jeden Fall pro Ticket, was weiß ich, 10.000 oder so, wenn nicht sogar mehr. Da haben wir, was hatten wir geplant? 25.000, ne? Kostet Teilnahme. Du kannst ja die Reise mit Kollegen zur Insel gewinnen, erster Platz. Ja, kannst du die mal klagen. Übrigens kommt der Juri gleich, ne? Okay. Ja, ich sehe. Wie soll der Auto wechseln? Hä? Für einen Tag, so mit drei Freunden oder sowas, oder zwei. Ja. Kannst du da so rüberreisen mit Führung und so. Und dann abends wieder zurück. Das ist so der erste Preis. Der zweite Preis ist Fulltuning vom LSC und der dritte Preis ist irgendwie 50.000. Hast du die gemacht, Jiggy? Ja, ja. Boah, das sieht mega fresh aus, die Seite. Kannst du sowas gut? Nee. Das ist, äh, das hat auch nicht lang gedauert. Ja, ja. Ja, aber egal, Fulltuning brauchen wir auch für den Laden. Was? Was? Aber Ulife macht sowas professionell. Ach, als ob ich dafür Geld zahle, Mann. Der Herr kann das auch. Glaub ich. Kann man nicht ganz Insel bauen? Boah, wie ist es kalt. Wie kommt das so vollzeit wie Schein und Nachts, Alter? Ja, auch schon wieder ewig unterwegs, Alter. Also, Jiggy, bei Dinges hatten wir überlegt, wenn ihr das vernünftige Turnier macht, dann Platz 1 kriegt von uns was, also Jersey dazu. Ja, aber damit können wir direkt werben, damit wir die Leute anlocken. Ja, dann lass doch da lieber nochmal ein anderes Turnier machen. Wie ein anderes. Wär's nicht schlauer? Es kommt jetzt ein Vorlaufturnier, wo die diesen Ablauf mal testen wollen, mit 8 Teilnehmern. Wie das zeitlich alles hinhaut, bla bla bla, mit den Kernern zu da kämpfen, dies, das. Dann soll das große kommen mit 32, was aber über mehrere Abende verteilt ist. Da ist auch die Frage, wollt ihr, wenn ihr Eintrittskarten, kaufst du einmal eine Eintrittskarte? Ja, und genau da sehe ich die Schwierigkeit, ne? Ja, aber pro Abend, da wird keiner zahlen. 1.000 Dollar pro Abend. Ach so, 1.000 Dollar doch schon. 1.000 Dollar bis zu schauen und die Kämpfer zahlen für das komplette Turnier, also alle vier Abende, zahlen die 25. Teilnahme und jeden Abend können die dann auch zu schauen. gehen, weil wenn du ja guckst, wenn jeder 25.000 bezahlt, ihr habt 32 Kämpfer, kommst du auf 800.000, wenn du die Preise jetzt guckst, weil 250.000 Preisgeld, du hast 150.000 Preisgeld, das ist 5.000, dann bist du bei 300.000, 400.000, 450.000 Preisgeld, hast du 350.000 für dich. Nee, nee, wir zahlen da auch noch, wir haben da noch 150.000 für Security und Moderator, da bleibt nicht viel hängen. Seid ihr besorgen? Also, paar Leute, die halt vor der Tür stehen und nicht jeden Dulli reinlassen. Irgendwann, ja, dann die Eintrittskarten kontrollieren, also gucken, dass die Leute auf der Liste stehen. Und eventuell, was ich mir überlegt habe, bis dahin könnt ihr ja bestimmt irgendwie einen Flyer stellen für euer Laden oder sonst was, was ihr geplant habt und dann kann das die Security dort verteilen vor der Tür. Die machen das schon für Geld. Ich glaube, da machen wir einfach nichts. Ja, die Security, mit der wir gestern gesprochen haben, die konnten sich nicht mal Waffenholzer leisten, Alter. Die scheinen richtig professionell zu sein. Ich rede nicht von professionellen Dingen, ich rede von Leuten, die man kennt, so, die zahlen, der zahlt halt, keine Ahnung, 10.000, 15.000 am Abend und gut ist. Boah, die könnten zumindest das Geld gebrauchen. Ja, und dann gucken wir, dass wir hier irgendwie so ein kleines Unternehmen, La Playa Bar oder so, dass wir die drinnen die Bar machen lassen. Ja. Und war das jetzt hier mit dem Taco-Laden, wer wollte da nochmal rein? Achso, ich habe heute mit dem Max gesprochen, Robert Merkbefeld. Die haben ja den Taco-Laden vom Gewerbeamt bekommen, ne? Ja, ja. Also deinen alten Laden. Ja, ja. Da meinte ich so, oh, da muss ich aber mal ein bisschen Stress machen, komm, ne? Es gibt nur einen Warenladen in der Southside, so. Da meinte ich so, nee, nee, die haben wohl schon mit dir gesprochen und die wollen nachmittags aufmachen und wenn du dann aufhast, dann machen die quasi shoppen dicht. Ja, das habe ich Granny gesagt, so, weil Granny ist ja, die kennt die irgendwie gut und die arbeitet ja auch bei uns, die hat das erzählt, dass die damit... Und die Hustler und so lassen das einfach zu, dass die in die Southside irgendwelches Business aufmachen? Keine Ahnung. Und Grove und so? Das glaube ich eher nicht. Ja, solange sie noch Tacos verkaufen. Ah. Ich habe schon wieder dieses Territorial-Dingsdenken in meinem Kopf drin, Alter. Aus. Ja. Da muss ich da sowieso nicht drum kümmern. Nee, aber ich frage mich halt so. Ich weiß, was du meinst, aber... Ist denn hier jetzt eigentlich die Idee mit dem Klamottenladen da vorne im Eck verworfen worden? Wie verworfen? Ja, weil du dann komplett Ausbau machen müsstest und du hast zu viele Ballungspunkte hier, weißt du? Dann hast du den Laden, dann hast du Boxen, dann hast du alles Mögliche hier wieder, was schön ist, weil es alles nah ist, aber ja. Was kacke ist, weil es alles nah ist. Weil, ja. Okay. Man kann aber trotzdem nochmal drüber nachdenken. Ja, aber... Aber das ist halt eine Sache, die Maffe mitentscheidet, so. Das wäre schon... Das ist halt praktisch. Das ist halt hier aber dann ein riesengroßer Clusterfuck, so, ne? Ja. Das ist halt... Wobei es gerade wieder so angenehm ist, hier. Jetzt gerade sind mega angenehm. Du musst auch sagen, hier... Ja, ich meine jetzt allgemein aktuell. Wenn jetzt hier mal wirklich, sag ich jetzt mal, um die Uhrzeit dann drüben nochmal Boxkampf ist, so. Ne, ne, die Boxkämpfe machen wir immer, äh, zu anderen Uhrzeiten, als hier der Laden auf hat. Okay. Allein schon aus dem Grund, dass wenn die Leute da drüben jubeln, du hier im Laden keine Bestellung mehr aufnehmen kannst. Achso, okay. Ja, ja, das ist immer getrennt dann auch von der Zeit. Ja, West Side ist schon gut. Glaubbar, wie viele Leute am Anfang da einfach Schlange stehen vor der Tür, um nur... Jeder darf ein Tinkepättchen, klar. Und Nightfox, danke schon für den giftigenden Schattenbund. Und Inke, danke für den... Ja, aber bei uns im Laden war auch richtig... Am Jubiläum war ja richtig viel los hier. Ja, hab ich mitgekommen. Selbst da war relativ entspannt, so. Da müssen wir mal gucken. Das wird schon irgendwie... Dann können wir den Juri gleich fragen, wegen den Raupen und dem Müll, scheiß hier. Ja, auf jeden. Dann können wir morgen beim Bauamt fragen, ob die eine Halfpipe überhören können, so. Aber wo willst du mit der Halfpipe hin? Da, wo der Müll steht, oder so. Irgendwo da vorne, so. Ach, du achten, warte mal. Du meinst wegen den Pennerzelten und so ein Shit. Ja. Ah, stimmt. Ich dachte, du meinst den Müll hier vor der Tür. Nee, aber liegen zu sein. Nein, da vorne, so. Die ganzen Pennerzelten und so. Das vielleicht mal weg, so, räumen mit der Raupe und dann irgendwie vielleicht noch einen Baum fällen oder so und da eine Halfpipe hin. Wäre doch voll geil. Also, es gibt keine Skateparks mehr in der Southside. Der bei uns, da wo wir wohnen, Jiggy und ich, der ist auch auf einmal weg. So, in der Grove war früher einer derzeit. Es gibt nur noch die Halfpipe im Foam-Drive, so. So ein zweiter Skatepark in der Southside wäre schon cool. Kannst du denn überhaupt skaten? Ich kann gut BMX fahren. Lüg nicht. Zeig mal. Boah, ich bin dann bislang nicht mehr gefahren. Ich weiß nicht, ob ich da im Skatepark fühle, bin ich ganz ehrlich. Ist wie Fahrradfahren, verlernt man nicht. Weiß nicht, will ich schon fühlen. Also allgemein. Ich glaube aber nicht, dass die herkommen und den ganzen Müll aufholen. Das müssen wir wieder machen, wie immer. Okay, du hast doch gedacht, stehst du nur im Kreis, so. Kannst du eine Planiere abholen, kannst du den Müll wegholen, hast du was zu tun. Grau, ich stehe immer im Kreis, Alter. Das ist so richtig, weiß ich nicht. Du bist in den Kopfen verankert. Aber bist du nicht auch ein bisschen selber schuld? Wenn du im Kreis stehst, könntest du ja auch was anderes machen. Du musst ja nicht mit uns reden, im Kreis stehen. Ja, klar bin ich selber schuld. Aber ich bin gebrannt, Marc. Ich komme aus dem Junkiepark, was soll ich machen? Soll ich auf ein Feld gehen und sagen, ja, hallo, ich bin Curtis, wie geht's euch? Dann fährt doch mal einen Plan, ha? Und dann gehe ich mit denen auf Tour und mache Fahrradtouren und so. Haben wir heute gemacht, weißt du, was daraus geworden ist? Wir waren mit 20 Leuten am Erdbefeld, wir haben schon mal im Kreis umgeredet. Am ganzen Bock kam. Ja, ja. Bist du, der eine Halbstark hat sich nicht mal immer gemeldet heute. Wer hat sich nicht mehr gemeldet? Naja, der Wix war ein halbstacker Typ, der dann einen auf dicker Macker gemacht hat. Dann habe ich dem oben gesagt, komm, ich zeig dir, wo der Hase läuft. Nee, später, ich guck's dir später an. Ich finde, wir planen aber auch ein bisschen viel zu voraus. Ja. Wir haben schon wieder Träume, Wünsche, Alter, haben schon wieder tausend Ideen und am Ende passiert davon eh nix. Sollten einfach mal stückweise daran gehen. Dankeschön. Kannst du dann verteilen. Ciao, ciao. Bestellst du eigentlich die ganze Zeit telefonisch Essen am Tresen? Na ja. Das ist ein ganzes Stück Dreck. Wir haben doch eh nichts zu tun. Du musst ausstehen, dahin gehen. Ach. Wird noch bezahlt für, oder? Ja. Ja, also. Was verdienen eure Mitarbeiter eigentlich hier? 4.500 Dollar die Stunde. Die Stunde? Ja. Gibt es wieder Liefergebühr? Das ist gut. Äh, ja. Das ist, ich weiß nicht, was verdient ein Cop? Ein Cop verdienen die 1,5 so pro 15, also 6.000 so. Also weniger als ein Cop, aber ungefähr so viel wie auf dem Airperfeld. Ja, aber es ist halt nur zweimal am Tag, ne? Zwei Stunden am Tag. Ja, es ist halt schon zwei Stunden am Tag begrenzt, so. Das stört halt viele irgendwie, weil die da nicht durcharbeiten können, weißt du? Ist doch egal, zwei Stunden Stunden in der Küche helfen und so. Naja, ist halt nicht für jeden was, so. Aber anscheinend für einen Gyfi, wenn ich mir das so angucke. Oh nein, was hast du jetzt beibekommen? Er ist richtig motiviert, Alter. So, lasst es euch schmecken. Danke. Gucken die an, Junge. Gyfi würde ich auch als Maskottchen fühlen, ne? Ja, das wird der auch machen, glaub mir. Boah, so ein Kostüm, ey. Wir nehmen so ein Puri-Kostüm an. Ampropos Maskottchen. Da müssen wir nachher auch mal gucken. Ja, Alter, das ist easy peasy. Ich hab aber nur ganz andere Ideen, Alter. Ich hab das schon wieder bei dem Katalog entdeckt. Oh, oh. Sogar ohne große Probleme. Boah, ich hab ja jetzt schon wieder Angst, ne? Wenn du sagst, hast du wieder was im Katalog gefunden, ne? Aber warte mal, wenn du sagst, da kommt der Taco-Laden, dann können wir uns eigentlich darum auch schon kümmern, oder? Nee, 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 nee. Barbecue-Long-Shopper. Du bist schon wieder viel zu vorausdenkend, ne? Ja, Bruder. Der Taco-Laden, in dem doch unsere Speisekarte hängt. Weißt du, was ich spielen würde? Ich würde Dings, Iron-Man-Kostüme fühlen. Was für ein Iron-Man-Kostüme? Iron-Man-Kostüme für mich. Nee, Cody. Barbecue-Long-Shopper hat dir nix angefragt, ne? Außer der Sushi-Dings gestern. Iron-Man-Kimolo. Ja, Taxi-Sushi-Laden noch aufgemacht hat, ne? Der Typ war vor, keine Ahnung, acht Monaten oder so bei mir im Taco-Laden noch so und hat sich so bei mir Infos geholt, wie der so ein Gewerbe-Konzept schreiben kann und war voll oft da und hat mit mir darüber gequatscht und so. Der hat Ewigkeiten auf diesen Laden gewartet, dass der das noch durchgezogen hat. Aber warum machst du, was machst du denn, wenn die am Anfang sagen, jo, wir machen nur Mittagsauf und später dann auch Abends und so? Ja, dann kommen die Leute trotzdem zu uns, weil wir das bessere Essen machen. Ey, Cody, wir müssen uns mal unterhalten um ein ernstes Wörtchen. Wieso? Bist du gemobbt schon? Nein. Vielleicht ein bisschen. Ein bisschen? Von wem? Von Jacob? Nein. Von Jenna? Wer hat nicht gemobbt, ich beiß zurück. Okay. Aber wir müssen uns trotzdem unterhalten. Wir müssen die Gehalte hören. Ab ins Büro. Ja. Achso. Ja, okay. Aber was machen wir jetzt noch? Taxi war ja heute nicht erreichbar, ne? Jetzt, wo du gerade sagst, Taxi-Taxifahrer haben keine Uniform. Ja, aber irgendwie so ein T-Shirt, weißt du? Scheiße für eine Uniform. Als ob die eine Uniform tragen. So ein T-Shirt einfach, wo dann ein Downton Cap draufsteht. Das wird doch, ich weiß nicht. Das kriegt man sogar mit Pain-Tip. Waffeln, beruhigen sie sich. Da sollen wir mal... Jufke, erinnerst du dich an die Cap, die wir im Katalog gesehen haben? Waffeln in die Runde. An diese typische Taxifahrermütze. Die, die ich dir da gezeigt hatte, oder was? Ja, zum Beispiel, da kannst du Downtown draufschreiben. Hast du ein Downtown Cap? Naja, auch ohne Downtown. Oh. Oh, nee. Ich fahr mal kurz zum Friseur, ich guck mich wieder. Ich will mal was gucken. Ramon, Dankeschön für Luisa am 12. Merci. Ich finde das gar nicht so anstrengend, da hat nicht viel los. Das ist echt entspannt. Wir haben ja auch viel vor und planen gerade viel. Nein, nein, die Klamotten sind jetzt diesmal auf dem Server drauf. Ich will mal eben gucken, wiegen eine Frisur. Aber ich glaube, die ist verbuggt. Bei Frisur. Ui. Ich muss ja auch mal drüber gucken. Ich glaube, da freuen sich die Frauen auch richtig, wenn mal neue Frisuren reinkommen. Ja, Kit, habe ich nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, das bricht ja alles zusammen. Aber läuft echt gut. Ja, Bruder, die Klamotten kannst du so nicht kaufen. Und das sind so Event-Ding. Oh mein Gott. Also noch nicht. Ich kaufe die mal eben. Nein. Warum sind die denn so? Die sind ja absolut beschissen. Die gehen klar, glaube ich. Die sind aber absolut hässlich. Weil wir die so, wir das bespielen im IP als Reseller. Wir verticken die Klamotten. Aber momentan haben wir nur ein T-Shirt drin. Wir fangen erst wirklich damit an, da zu verticken, sobald da neue Sachen nochmal reinkommen. Ich weiß ja nicht, ob das gut läuft. Müsst ihr mir sagen, ob das leckt im Stream manchmal. Also bei mir leckt es auf jeden Fall. Vielleicht könnt ihr das aber auch gar nicht sehen. Bei 720p. Ja, müssen wir halt mit klarkommen jetzt. Pizzi ist bald auf dem Weg. Pizzi ist bald auf dem Weg. Scheißegal, ob ich die letzten Tagen darf oder nicht. Jetzt hat er zum Beispiel wieder Übel gelegt. Ich komme aber einfach nicht von diesen Schuhen weg. Ja, die Bands sind halt... Oh, da kommt mein Gott. Ich darf nicht spoilern. Ich werde auch nicht spoilern. Lass mich in Ruhe. Jau, seit 2017. Das ist das einzige Kleinungstück, was ich immer trage. Ich komme von diesen Schuhen nicht weg. Alle Anglern sind mega hässlich. Ich trage nicht mal die Custom Air Jordans, die im Spiel sind. Ich finde die einfach scheiße alle. Das ist scheißegal, ich trage da jetzt einfach. Wenn die Cops kommen, ziehe ich aus. Ich will auch. Gibt es nicht. Was ist das denn? Wo hast du das denn her? Hast du das abgezogen? Nein, wie abgezogen? Das wollten die Securities nicht. Ja. Doch, die wollten das. War den zu teuer? War den zu teuer? Nein, war den zu teuer? 400.000 Dollar pro Stück? Nein. Für vier Stück 100.000 pro. Boah. Alter, was? Ja. Aber machen die da überhaupt Geld mit diesem Firma? Kannst du das mit einem Pfannenwender drin mir verkaufen? Einen Pfannenwender links, rechts Hackeball? Boah. Links Machete. Oh, Machete und Pfannenwender. Mach zwei Angestellte als Security. und dann mach einen Antrag. Den gibst du bei O'Brien abfällig. Dann dürfst du das outragen. Mach das auch gratis. Hey, Jiggy, das machen wir. Als Motivation für die Mitarbeiter, die du als Security so einstellst, für das Dings. Ja, die rennen damit weg, Mann. Na gut, das stimmt. Denken sie sich so, ja, bleibe ich jetzt in den Arm, krieg 15.000, das Teil abgezogen wieder, oder renne ich damit weg? Aber wenn ich allein dran denke, Mann, der hätte so richtig Bock. Juri will seine eigene Security-Firma gründen, ne? Auf der Insel? Ne, hier. Und für die Insel, glaube ich. Ja, aber der will nicht verkaufen. Nein, der will nicht verkaufen, hat er gesagt. Okay. Juri hat gestern gemeint, der will nicht verkaufen. Dann gründen wir einfach unsere eigene. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, wo wir ganz viele Pläne haben und ganz viel geplant. Am liebsten würde ich alles machen. Am liebsten würde ich gerade die Welt umarmen. Warum das denn? Weiß ich nicht. Ist nicht was passiert? Ich fühle mich irgendwie befreit von diesem Gangster-Ding. Ich weiß nicht, ich bin Unternehmer, Mann. Ich habe Bock. Ich habe richtig Bock. Wollen wir lang? Von je, je, Gang, Gang aus aus dem Weggeringverdiener. Ach, ne. Das hat mit Geld nichts zu tun. Geld wird noch nie eine Rolle gespielt. Immerhin nicht zum Medica, zum Arzt, Doktor. Ach, der Hohmann. Das sehe ich mir auch. Ich würde das gerne mal lernen. Ich wäre auch, glaube ich, gerne Polizist geworden, aber... Na, brauchen Sie einen Kühlerangruf? Leider hatte ich eine Familie, die mich dazu gedrängt und geschlagen hat, kriminelle Sachen zu tun. Hör mal. Ja, ist so. Johnny hat... Der Önkel hat mich immer geboxt, Alter, weil ich irgendwo... Das stimmt. Ich war mal nicht... Ich war immer bestochen. Ich war sogar in der Schule, Junge. Wir haben gesagt, Kürtis, wenn du das jetzt machst, dann kriegst du dein... Wie hieß das Ding? Sterling. Ja. Das ist dein Weg zum Sterling. Wir haben den komplett bestochen. Guck, was der aus mir gemacht hat. Ich bin ein Monster. Und du bist Unternehmer. Ja, hä? Also warst du was Positives, Gutes? So ein Notorious BRG? Oh. Boah, so eine fette Karre, ne? Oh, eine Frau. Das ist die... Die Dings von Biggie. Ja, Honey. Honey? Ja, Honey heißt die. Ui. Honey Bubu? Oh, da ist er drin. Ich kriege dir einfach ein T-Shirt rein. Da rennt die ganze Zeit um ein T-Shirt rum. Weil er süß, ne? Eine Konkurrenz. Das ist mein richtiger Schwabbel. Nicht so wie du. Fake-Dick-Junge. Alter, die haben schon so viele Action-Figuren, ne? Du, Fake aber hinten. 15 Stück oder so. Dann vertickst du denn die mal? Um 10. Jeden Tag um 10 Uhr. Ist er gleich schon. Was gibt's da für Action-Figuren? Immer die gleiche, jeden Tag. Ja. Einen Monat lang. Tabasco, vielen lieben Dank für die Wüste. Und 10 für eine Action-Figur. C mit Augen. Die April-Version. C? Kannst du dir die auf ULive angucken? Wird da schon vertickt für 200.000. ULive? Ja, ja. Ah, ULive. Okay, ja. Werden schon fleißig vertickt. Warte mal, und das ändert sich? Warte, ich hab wieder nichts zugehört. Jeden Monat ändert sich das. Boah, das heißt, es gibt die für diesen Monat dann nie wieder? Ja. Ne, also da bleiben halt noch ein paar über. Wir kriegen 340 Stück pro Monat. Ach doch, da rufen mich dann da jetzt. Aber, äh, die hab ich halt bei mir im Lager. So, keine Ahnung. Falls wirklich mal nochmal der John kommt und einen Comic-Buchladen aufmacht, kann er die da verticken oder so. Ach, da glaubst du aber selber nicht. Da hat man auch noch wieder so ein Gehirnfurz von dem. Hätte ich heftig gefeiert. Comic-Buchladen. Krasse Sache. Wärst du hingegangen? Ja, du wärst, ich wäre wahrscheinlich auch hingegangen, hätte mir ein Comic-Buch gekauft. Ja, und? Da hätten wir zwei ein Comic-Buch kaufen können. Die Abenteuer des kleinen Curtis, hängel. Der hätte auf einer Seite so ein Loch drin sein müssen, wo ich den Pips... Egal. Ich erzähl nicht weiter. Ja, oder so ein 10-seitiger Würfel oder so. Blit, da war ich. Da würde ich viel Scheiß mitmachen. Ja, Mr., 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 ähm, Mr., ach, mir fällt kein Name ein. So, so, wie heißen die, wie du so gegen die Wand schmeißt? Gurgus. Was ist, was ist der Kurs für die Schuhe? Äh, ein... Wir haben keine mehr. Wir haben die letzten paar vorhin an Cody verkauft. Aber ein... Weil Cookie ist endlich mal wieder, wieder auferstanden. Wer ist auferstanden? Cookie. Der ist ein Cookie. Das vom Cube hier, Cookie. Das DJ ist hier. Der mit der Fliegerbrille. Ah, der, der DJ. Ja, richtig, genau. Und der ist irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt nach 300 Jahren. Ja, schlepp den einfach mit nach Cody, wir sind hier. Alles klar, mach ich das falsch. Okay. Bis gleich. Hab keine. Ach, ich mein, Juri wegen Brillefragen. Äh, der kommt hier mit dem Cookie, mit dem DJ vom Cube. Bin ich nicht. Doch, doch, der hat immer so eine Fliegerbrille auf, Junge, voller crazy Typ. Bin ich nicht. Lebt der Russland eigentlich noch? Ja. Ja. Machen die euch immer noch so Konkurrenz? Nee. Aber bei... Ja, geht im Moment so. Die machen da halt das Cube-Diner auf, so. Da oben an der Garage, am Strand. Und die machen halt eigentlich nur Belieferungen, so, ne? Aber es geht halt. Weißt du, was mir gerade mal einfällt, Muffin? Die Schuhe, ne? Ja. Die sind Unisex, ne? Es gibt keine Männer- und Frauenvariante dafür. Es gibt nur diese Variante. Ja, Schuko ist aber... Ja, Schuko ist, da musst du aufpassen, ne? Ja, Cookie will wahrscheinlich welche haben. Dann soll der mal... Wenn du verkaufen willst, Mr. Chase, egal. Wenn er... Wenn er... Wenn er... Geld hat und kleine Füße hat, dann... Alter. Hat er gerade eine Katze in der Küche hier? Das ist ja unerhört, also. Ich schwöre, da hinten läuft doch so ein kleiner Chihuahua rum, ne? Viel lecker, Lee-Burger. Aber hier habt endlich Tinkerpätschen, man. Mhm. Voll gut. Ich muss kurz pissen. Tinkerpätschen für alle. Einfach was zu essen haben, was ist denn mit dir? Nein. Was für ein Slushie mitzuhaben? Geht gar nicht. Ich will einfach essen. Ja. Ja, okay, okay. Bringt der gleich. Willst du auch was, Curtis? Ne, ich hab noch. Ich bin jetzt auf der Stahl. Was willst du? Nochmal essen. Kommst du gar nicht über den Tresen rüber, Meister? Ich gehe gleich durch die Tür und da... Ey, der verdient 4500 die Stunde, Junge. Kannst du noch schreiben? Ja, weil Cody. Aber ich glaube, die suchen können wir. Ich bin aber perfekter Arbeiter. Du arbeitest aber auch nur zwei Stunden am Tag. Ja, und? Reicht doch. Ja. 4000 plus 2 sind... Ne, mal 2000. 4,5 mal 2 sind 9. Ah, 9000. 9000 Dollar am Tag. Das ist supergut. Voll. Ich stelle mich wieder drüben an. Es kommen ganz viele Autos. Auf jeden. Ach, scheiße. Jetzt ist hier voll aus. Oh, ist da gleich 10 Uhr, ne? Ja, das ist aber Juri, glaube ich. Hi, wer bist du denn? Ich? Ja, du. Ich bin Jenna. Oh Gott. Ach, du bist mit Maragon zusammen. Der von her, der Linger. Das macht 2000 Dollar. Ja, ja. Ich habe die Dinger jetzt einfach angezogen. Egal, ob die Cops kommen. Zieh schnell aus. Guck, guck, DJ. Wir haben tatsächlich noch Schuhe, ne? Wir waren vorhin gucken. Ja, was warst du kurz? Ich habe gesagt 400, oder? Ja, der eine Kopf hat eine halbe gezahlt. Der so sagen, was er jetzt haben will. Äh, der braucht aber ein bisschen kleinere Füße. Moin, meinst du? Gideb. Was geht? Grüße. Was für eine Schuhgrüße hast du? Äh, 42. Ach du Scheiße. Du musst den Muffin fragen. Du musst, äh, Feuer austreten können. Kannst du, egal. Ja. Warte mal, war der Preis echt? Ja, klar. 400.000? Von O'Brien gestern in den Kopf hat eine halbe Million gezahlt. Eine halbe Million? Ja, die sind aber auch extrem selten. Ja, das habe ich schon gerafft, ey. Schönen Sie die an? Sind schon lecker. Oh ja. Nicht mal ich habe welche. Wieso? Ja. Weil zu wenige da sind. Wir tauschen die, der GIF-Guard hat welche an. Wir tauschen immer so. Manchmal, glaube ich, die tragen und manchmal eher. Okay, aber das tue ich. Ja, keine Ahnung. Ich hätte schon Interesse. Ich weiß ja nicht, welche ich habe. Muffin. Zwei Kartons haben wir. Der Schuh grüße 42. 42? Ja, wenn ich mir Mühe gebe auch 41. Ja, schneid Fußnakel hast 36, dann passt das. Dann habe ich 36, ja. Ja, wollen wir dann mal mal rauszufahren und gucken, welche... Welche Schnürsenkel haben wir noch? Also der Schuh ist immer gleich, nur die Schnürsenkel sind anders. Wenn die ein bisschen mit dem Preis runtergehen, mache ich da auch Kabelbinder als Schnürsenkel rein. Ja, da liegt ja am Schuh selber nicht an den Schnürsenkel. Also... Rot und Schwarz ist schon nice. Und Weiß. Weiß ist auch geil. Weiß haben wir... Die ganzen... Mit Weißen tragen wir ja schon fast. Die sind alle weg. Ja. Du trägst nur mit Weiß. Ja, und ich habe die mit Spaß. Weiß hat Schiffke. Ja, der hat die getauscht mit O'Brien gegen die Roten. Ah, stimmt, stimmt. Ja, ja. Ja, dann haben wir auf jeden Fall noch einmal Rot. Und der... Nee, Juri hat Rot. Haben wir nicht. Ah, stimmt. Wir haben, glaube ich, Weiß und Schwarz noch. Und Rosa. Ein. Weil Cody hat Rot. Rosa, das sehe ich nicht. Aber du hast noch den O'Brien gestern noch welche gegeben. Guck mal, wie fresh das aussieht. Cody hat die anguckt. Was war das für welche? Weißt du da noch? Was schade einfach. Alter, Cody steht nicht gut so, aber... Oh, jetzt nicht, Rosa. Warte mal. Also, wir haben... Die von O'Brien, die sind... Rot. Rot, ja, rot. Weil der hat getauscht mit Schiffke gegen die Schwarzen. Und der Kopf? Der andere Kopf. Der hat keine Schuhe. Wie, Muffin hat ihm doch gestern noch seine gegeben, die Art. Ah, stimmt. Du hast da deine verkauft, oder? Waren das schwarze Schuhe, oder? Ah, deshalb passt ja auch keine an. Welche waren das? Weiße? Aber das waren schwarze, oder? Das waren schwarze. Da könnten wir noch weiß und klingeln. Das sagt man halt nicht, nein, weiß ja, ne? Ja, weiß ist schon geil. So, dann hat Jiffke, schwarze, ne? Ja. Ja, dann weiß oder rosa haben wir dann noch, ne? Ich gucke, ob ich stand, warte. Weiß oder rosa? Müssten doch da sein. So, wer hat noch welche? Juri, rot. So, dann haben wir zwei rotes, O'Brien und Juri. Schwarze, der Typ von der CTF und Jiffke. Rosa Cody, weißt du. Rosa Cody. Sonst hat keiner mehr welche weiß. Ne. Dann haben wir noch weiß und rosa. Ja. Entscheiden sie sich daher. Ja, wenn, dann weiß. Also rosa, dann los. Ja, warte, was ist mit dem Preis? Was willst du denn zahlen? Achso, ja, stimmt. Was wollt ihr denn haben? So viel wie möglich. Wir sind Gauner. Und halt, ab schnell. Ne, der Kopf hat gestern eine halbe Million gezahlt. Für, für nur ein paar Schuhe oder noch was anderes? Ne, nur für die Schuhe. Nur die Schuhe. Für ein paar Schuhe. Muffin kann dir noch Muffin dabei geben. Bekommt ihr in Zukunft noch mehr? Oder habt ihr nur das, was ihr gerade habt? Die Modelle oder andere Schuhe? Generell, also was ihr halt verkaufen wollt. Wir importieren alles, was wir kriegen können. Aber es ist halt extrem schwer und dauert extrem lange. Also andere Wachen bestimmt. Die Schuhe, weiß man noch nicht. Die Schuhe sind richtig selten. Zwei Paar noch da. Keine Ahnung. Ist halt Unisex, ne? Hängt ihr das an die große Glocke? Oder wollt ihr das so über Kontakt gemacht? Nein, nein, nein. Das wird an die große Glocke noch gehangen. Aber der Preis wird sich nicht ändern. Keine Ahnung. Und auch der Bestand wird sich nicht ändern. Inwieweit ihr da mit euch reden lasst? Inwiefern? Ich kenne viele Leute. Am Wochenende, wenn ich auflege, erreiche ich viele Leute auf Anschlag. Ja, aber wir schalten einfach bei, so nehm ich mir das nicht über, wir schalten einfach bei YouLive. Machen eine Page und dann verbreitet sich das selber, weißt du. War nur ein Angebot. Du musst ja verhandeln. Ja, ja. Du bist DJ, Junge. Du hast genug Kohle. Da denkst du. Was nimmst du für einen Auftritt? Ja, zwischen 20.000 und 50.000. Ja. Das ist nicht so viel. Einmal die Woche, ne? Wärst du bereit dafür zu bezahlen? Was ist dir wert, einer von vielen zu sein? Ja, also wenn du mir Spieltag fragst, 150.000. Also, ich sag dir so. Du weißt schon, dass die Crocs allein, ne? Von diesen komischen Events 200.000 rumgehen, ne? Ja, das ist schon wild, ey. Ich tausche, ich hab noch Crocs. Wir haben eben welche mit pinken Schnürsenkeln. Mit 300 verkauft. Ja, können pinken. Ne? Also unter 300 wird schwierig. Unter 300 wird schwierig? Und das sind die mit rosa. Ja. Du hast weiße. Wenn du dich nicht ganz so veranschätzt, färbst du die Eier. Das ist auf jeden Fall kein Wertverlust, wenn du das meinst. Weil die Schuhe sind immer extrem selten, kennt jeder. Ja, ja. Die neuesten Schuhe sind instant weg. Ja. Und wir resellen selber. Da wird es auch keine mehr geben. Also, die nochmal zu bekommen, andere vielleicht. Mit weißen Schnürsenkeln einfach der fresheste DJ, Alter. Ja, weil man die sieht in dem Pult, ne? Ja, das hat ja. Machst du einfach am Pult unten ein bisschen auf. Machst du zwei Löcher rein. Ja. Fußluke. Für 300 würdet ihr die hergeben. Die rosa denn für 300? Die rosa denn sind für 300. Du hast weiße. Die roten sind für... Ne, Quatsch. Doch, warte. Ne, warte mal. Welche hatte ich? Ich hatte die schwarzen, ne? Ja. Ja, die schwarzen müssen auch gewesen sein. Ja, die schwarzen sind für 500 weggegangen. Ja. Ja, das ist wild. Das kann ich nicht auf einen Batzen herdrücken. Machst du es jetzt? Also nicht jetzt. Ich kann Crocs anbieten. Ich mein, die sind auch nur so viel wert, weil die so selten sind, ne? Und ich hab sie weiß. Genau, weißt du. Ihr wisst, ihr wisst, was ich mache, wenn ihr aber dahingehend irgendwie mäßig Kooperation oder so kein Bedarf, Interesse habt, dann müsste ich nochmal ein, zwei Tage überlegen oder gucken, dass ich halt dann mehr Kohle komme. Ansonsten bin ich da bereit, so ziemlich auf viele einzugehen. Ja, das Problem ist, wir haben jetzt noch ein rosanes Paar und ein weißes, ne? Wenn andere zuvor kommen, sind die weg. Ja, das ist klar, das ist klar. So, dann dauert das erst mal, bis das wiederkommt. Ja, dann müssen wir selber nicht gegen den Zoll. Ja, dann müssen wir selber nicht gegen den Zoll. Reservieren geht halt auch schlecht, ne? Aber leider kann ich nicht nipsen und hab mehr Geld auf dem Konto. Ja, was hast du denn zur Verfügung? Ist egal. Aber das ist so viel, dass ich das jetzt ausgeben kann. Also, ich würd's fühlen. Also, wenn Juri sagt, dass Juri dir vertraut und dass Juri für dich bürgt, dann kannst du die Hälfte anzahlen und dann kriegst du die jetzt schon und die andere Hälfte zahlst du dann nach. Jürgen, wir haben noch nicht mal einen Preis ausgemacht, du sagst schon mit der Hälfte. Warum? Klar, wir haben gesagt, die Rosanen sind für 300k an Cody rausgegangen. Und die Weißen sind halt ein bisschen teurer. Ja, was heißt ein bisschen? Ja, so 50k mehr. Wir können auch sagen, er macht Dings. Er bezahlt auch 300k für die. Und weil er Musik machen kann und wir irgendwie sagen, wir machen Eröffnung oder wir machen Dings, unsere Motionshow-Dings mit Musik, dass er dann, ne, wenn wir auf musikalische Dings zurückgreifen müssen, hat er gerade gesagt, mit Dings. Ja, Mistika soll Muffin entscheiden. Ja, klingt doch gar nicht so schlecht, das Angebot, ne? Also dann 300k für die Weißen. 300k und wenn wir ihn dann mal brauchen. Ich find diesen Hut anders. Warte mal, hat er nicht gar gesagt, wenn wir den mal brauchen, ist das schwierig. Hat der Cody nicht gar gesagt, Herr Kamerad. Möchte jemand vielleicht eine Actionfigur? Eine Actionfigur, fünf Plätze sind noch frei. Nee, es waren vier Wochen. Ich hab eine für diesen Monat. Eine Actionfigur, wir handeln hier über Schuhe, Alter. Ja, also können wir 500, 300, dann machen wir 300. Ich will immer noch die Bilder haben. Machen wir 300 mit Hälfte anfang? Ja, Juri. Ja, machen wir. Und wenn wir mal, ne? Wieso, die gibt's mehr, oder? Es gibt, also du kannst die vorne tragen oder hinten? Ja, beides. Ja, beides ist ein bisschen schwierig. Ja. Ist das jetzt Schuhgröße 42 oder muss ich noch bloß in die Schneiden? Willst du die für hinten? Du musst schneiden. Oh, scheiße. Ja, dann quetsch ich mich da einfach rein. Ja. Hä, wir lassen im Lager gucken, es gibt bestimmt eine. Ja, komm. Ja, wir fahren eben. Auf geht's. Ciao. Was war das denn jetzt? Oh mein Gott. Das war jetzt wild, ey. Keine Ahnung, wollt ihr alleine fahren? Dann warten wir. Keine Ahnung. Ja, ich glaub nicht mit allem an jetzt, ne? Nee, 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 nee. Lass gleich wieder hier treffen dann. Ey, ich wurde gekündigt, wir müssen die scheppern. Von wem gekündigt? Sollen wir hier warten oder sollen wir hinterher fahren? Wir kommen gleich wieder hin. Wo wurdest du gekündigt? Werkstatt, die haben mich nur noch Mitarbeiter gemacht. Hä, und was war es vorher? Ihr Geschäftsführer, Leitung. Ich werde hier ausgebohrt. Wir kommen sofort wieder, Schubbel. Wir sind solche Bastards, ohne Witz. Ja, obwohl 300k ist ja der Mindestpreis, ne? Ja, richtig. Ja, okay, gut. Und wenn, guck mal, wenn wir jetzt beispielsweise dieses Event haben, ne, oder sowas mal eins, so Eröffnung oder sowas, würde doch genau jetzt kommen, oder? Ja, Jack, du hast da drüber die Dings-Übersicht, ne? Ja. Was wir rausgegeben haben. Ich nutze mir jetzt alles, was wir rausgegeben haben. Dann lass das jetzt schon mal am Anfang schon mal machen, das ist besser. Auch mit den Jerseys. Es sind zwei roten, zwei roten Umlauf. Nein, gar nicht. Doch. Nein. Doch. Doch. O'Brien und der andere, ne? Nein, stimmt nicht. Es ist ein rotes, zwei lila ne. Ja. Zwei lila ne, ein rotes, ein grünes und ein schwarzes. Zwei schwarze, oder? Zwei schwarze. Nein, ein schwarzes. Und dann hast du das getauscht, das schwarze. Ich hab getauscht. Ich hab O'Brien sein Shirt bekommen und er hat mein rotes bekommen. Hat sein rotes weiter verteckt. Ich hab das schwarze. Und dann hat er ein lila ne bekommen. Dann hat er ein lila missbekommen. Ja, aber hat... Ja, aber der hat sein Kollege... War für mich auch ein Quarz gehabt? Sein Kollege hat doch das von mir gekauft, oder nicht? Aber war... Ach nee, der O'Brien hat ja schon gezahlt gehabt. Oder haben wir dem jetzt einen umsonst gegeben? Nein. Nein, also O'Brien hat gestern einmal Schuhe bekommen von mir und einmal dieses Jersey, das schwarze. Ja, lass das halt mal ausschreiben. So, und der hatte schon Schuhe und Jersey. So, ich guck mal hier, was wir haben. So, welches Ding hatte der? Welche Schuhgröße? 42. Guck einfach, warte, immer. Also bestimmt nur ein Dreistiger oder so. Soll ich's reinquetschen? Ja, ja, ja. Jo, Mira, da, was für Mira, Junge, Bruder. Hast du da jetzt mit dem Holzer... Einfürziger Halb. Was sagst du, Djuvka? Mit dem Holzer hast du da jetzt geregelt, oder was? Nö, ich trag das jetzt, aber mir ist scheißegal. Sehr gut. Ich hab hier ein 41er Halbkarton. Ja, das soll passen. Aber du schweißt jetzt schon den Segel wieder, ne? Ja, hab ich doch. Warte, ich ruf mal den Jube, der soll schon mal die Kohle holen, Alter. Wie heißt der DJ? Äh, Cookie heißt der. Was ist der Cookie? Ja, gleich. Ein 41er Halbkarton war da, der kann Kohle holen. Ja, ist klar. Okay, bis gleich. Ich sag mal, bis gleich. Na? Cookie, der DJ aus dem Cube, Mann. Ich hab dem Juri... Ah, Sonnenbrille. Kannst du direkt aufschreiben, ich hab Juri meine gegeben. Fack drauf. Okay, warte, stimmt. Welche war das da hinten? Hinterher. Sonnenbrille hinten. Hast du einen Lost gegeben? Hab ich einen Lost-Präsidenten gegeben, den Hintergrund, einen dem Juri jetzt. Und mir. Und dir. Ich weiß nicht, wie viele wir hatten. Egal, schreib mir einfach auf. Dann Jerseys haben wir Lila, Jack O'Brien, Rot, keine Ahnung, wie der heißt, Copp, CTF-Cop, Grün-Muffin und Schwarz-Gelb-Curis. Ich sag schwarz. Sonst keiner, ne? Ne. Und dann haben wir noch Bandana-Tops. Ja, Frauen-Erin. Orange. Ari. Mel. Mel schwarz und Ari, weiß ich nicht. Auch schwarz, ne? Auch schwarz, ja. Eren hat schwarz. Ne, Dings hat orange. Mel hat orange. Genau, orange. Und Eren schwarz und Dings schwarz. Er kommt mit Exenfiguren um die Ecke. Ich bin noch fünf Plätze frei. Ich verstehe nicht, was das soll mit Mira Deid, Junge. I don't understand this. Und Pixabum, dankeschön für den Reset im 25. Monat. 25 Monate Kekoschlaf, danke. Und Tabasco, dankeschön für 420 Bits. Habe ich mich schon bedankt, weiß ich nicht. Ich vergesse das immer. Tut mir leid, Chat. Und kill for Sukoloo, guten Abend. Kannst du mir schön deine Sonnenbrille mal ausleihen, Jack? Willst du die haben? Ja, Mann. Du hast doch welche, haben wir schon auf welchem Lager? Ja, aber ich will die nicht tragen, die sind zu verkaufen. Achso, okay. Sonst lasse ich mich wieder breitschlagen. Willst du die haben? Ja, wenn du die nicht tragen willst. Ja, kannst du auch. Vergesst die sogar mal. Dein ganzes Outfit passt überhaupt gar nicht zusammen, Alter. Weiße Schuhe, orange Hose. Deins. Ich bin einfach Flashpolis, Junge. Sticky Iki, Motherfucker. Gegen Gegenpommes. Merci. Wenn du wieder tragen willst, sagst du. Ja, ja, ja. So, der Herr. Muffin macht Rechnung. Jawohl. Muffin macht Rechnung, ja. Ich mache Rechnung. Okay. Also, äh... Pass auf, Scheißdruck. Nee, wir machen Gans. Ja. Wie Gans? Mach 300. Chat ist immer müde. Immer Schleier machen. Ja, Chili, Milli. Äh, Pracko, was geht's? Oh. Du hast keine 300. Ich will nicht. Es ist weg. Oh mein Gott. Lauf, lauf, lauf. Nein, lauf. Bitte, lauf nicht. Ich kriege die Achtung zusammen. Lauf nicht, bitte. Hier, da ist der Kartoffel zu sie, der Herr. Oh mein Gott, Alter. Boah, zieh sie direkt an. Nein, die werden in den Schrank gelegt. Ey, pass auf, ne, dass ihr nicht abgezogen wirst. Ich habe so Angst, ne? Ach, Quatsch, passiert nichts. Nur ange... Okay, warte mal. Okay, warte mal. Google ist angerauscht. Wie viele Leute laufen mit diesem Schuh rum? Ich und du. Aktuell jetzt, ja, nur ihr zwei. Nur wir beide? Ja. Ja. Okay. Das bedeutet, wenn ich abgezogen werde irgendwann, wirst nicht abgezogen, Mann. Frag dich, ob du deine noch hast. Und wenn ich dann irgendeinen sehe, der diese Schnürrenkel und Schuhe haben sollte, dann weiß ich, wer die hat. Ja. Ja. Außerdem schreiben wir auf, ne, wenn wir was verkaufen und so. Genau. Okay. Oder ich ziehe dich einfach ab und hab dir einfach zwei, aber du fällst niemals auf. Dann bin ich am Arsch. Ja. Sieh mal an, das Ding. Bitte mach's nicht, Bro. Bitte mach's einfach nicht. Ja, warte. Wenn wir als Cools-Video schauen. Oh, Scheiße. Brut. Oh, fuck, Alter. Auf der Hose kommt das auch richtig gut, ne? Ja, wo? Weißt du, ich muss mal eine Runde laufen. Junge, ist einfach Jordan. Oh, Junge. Guck mal, ich kann schnell laufen. Hat der Plus gedrückt, hat. Psmau. Psmau. Ich, Psmau. Ey, wir sind schon wild, ey. Ja, dann läufst du jetzt gerade bei Codys rum. Danke. No. Du Fäder. Sie hat jetzt schon richtig, Schiss abgezogen zu werden. Ja, wieder jeder. Wieder jeder. Ach, macht doch keiner. Aus dem Dokumentier-Thema ja, wie wir die verkaufen. Das findet man raus. Du, kann man fragen, was ihr die Oberteile so verkauft? Im Durchschnitt? Äh. Äh, äh. Äh, äh. Boah, 250. Boah, stabil. Stabiler Preis. Ach. Da geht mehr. Wenig, Mann. Man soll ja auch nicht komplettes Outfit tragen, aber so ein Teil. Ja, irgendwie, das Oberteil fühle ich mehr als die Schuhe. Na, ich finde die Schuhe auch nicht so fett. Ich bin auf dem Wenzier hängen geblieben. Schon mein ganzes Leben. Oh shit, Alter. Zeig mal. Fühlt sich schon geil damit, oder? Mach mal ne Pose. Ist schon nice. Krasse Pose. Das ist so, und wenn du rote Schnürsenkel haben willst, tausch du mal einfach für zwei Tage mit dem Juri. Ja. Welche Schuhgröße? Ich? Juri hat 56. Äh, das passt. 56. 56, der tut vorne Watte rein. Wird nur für dich unangenehm. Er schneid vorne auf. Oh, Jungs, was machen wir heute noch? Ja, mit dem schon bestimmt gar nichts. Äh, doch. Erstmal auf Erdbeerfeld arbeiten gehen. Erstmal Wattwanderung machen. Junge, gestern beim Cube, Alter, das hättest du erlebt. Du warst bei, ne, Juri? Ja. Da stand da so ein Typ von Cube, Alter, er wirft erstmal seine Erdbeerfeldschaufel weg. Komm mit so vorsichtig hin. Von Cube. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und dann erstmal Party machen gehen, Junge. Die nach dem Arbeiten direkt zu uns kommen. Erstmal Feierabendbier. Aber du warst nicht gestern, DJ. Ich war nicht da, ne. Den sein komische Musikmischputting hat auf vorgeknackst. War voll unangenehm. Ehrlich? Ja, ja, ja. Hey, normalerweise sollte das eigentlich nicht vorkommen. Ja, es haben so viele jetzt mittlerweile rumgespielt. Vielleicht kann er doch einfach in der Playlist liegen. 50 für die Schuhe, 25 für die Schausie. Der eine fragt direkt so, die GCs sind lecker, das kostet ja 250 Euro. Aber er schloss am Eis. 50 für die Schuhe und 225 für Störzes. Ja, aber das war dieser erste Tag für, um zu feiern. Ja, genau, mit O'Brien da die Sache. So, was hat Juri für die Schuhe bezahlt? Äh, hat der überhaupt was bezahlt? Ja, richtig. Hat er nämlich nicht. Wer ist die Klassiker wieder? Warte mal, von wem hat Juri die Schuhe? Irgendeiner hat seine abgegeben dafür. Das sind nicht meine. Ich habe Schiffgemeine gegeben. Ne, dann hat Juri, Juri hat ein Paket bekommen. Ja, for free. Cody hat, äh, Cookie hat 300.000 bezahlt. Und Cody auch. Hallo, sexy Mann mit den schönen Jorns, mit den weißen Stürzenkeln. So, Sonnenbrille hinten. Hat keiner was für bezahlt, weil wir keine verkauft haben. Ne. Der Cop hat für den Jersey wie viel bezahlt? 250. Ja, 300, aber der O'Brien hat sich 50 Kauftasche getan. Wegen Resellen, der Dreckige. So. Äh, grün, Muffin, der Reseller hat Reseller zur Zeit. Bandana-Tops. Haben auch keine bezahlt, okay. Ne, auch Werbung. Okay. Ich habe das jetzt alles mal notiert. Was wir verkauft haben und wie viel wir dafür benommen haben. Und ungefähr an wen. Warum, wir wissen an wen? Also nur bei dem roten Jersey habe ich geschrieben, CTF Cop. Das wissen wir jetzt noch, das wissen wir vielleicht auch nächste Woche, aber in zwei Wochen wird es schon wieder anders aussehen. Ja, passt also. Oh, du. Ah, Kreis steht, was sonst? Okay, dann gehe ich für Autofahren. Das Übliche. Was für ein Auto fährst du denn jetzt? Das kannst du nicht in der Garage machen. Ja, du bist doch schon wieder mit deiner Tricke hier. Ja, ich war noch nicht in der Garage. Wo ist denn dein Rebbler, Junge? In der Garage. Oh, 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 oh. Ist das die Morell? Das ist mein hässliches Auto ganz. Was mache ich denn hässliches kaputt? Die da hinten, meinst du? Wo soll ich die mal bequatschen, die Morell? Ja, komm, das machen, oder? Pinke Schnürsenkel. Ja, frag schnell. Ich muss jetzt endlich mal Garage. Ja, komm, wieder jeden. Der Cody wollte ich auch noch irgendwas fragen. Irgendwas, keine Ahnung mehr. Ja, Saul, hab ich, aber ich hab Halsschmerzen. Ich kann gerade nicht so reden. Ich hab das schon auf dem Herpeser ausgespielt. Da zähl ich den Zungenpiercing. Und wenn ich den rausnehme, dann rinke ich nochmal. So ist das gerade. Okay, dann noch einen schönen Abend. Trotzdem noch einen schönen Tag. Machen Sie es, Jürz. Kaufen! Nein, nein, nein. Doch! Doch! Ist das nicht die Frau Morell? Ich? Na, dann hat die kein Geld. Wo ist das Fahrrad auf? Fuck. Du bist so ein Mixer. Warum? Ja, die ist so traurig. Hä, die haben doch bestimmt kein Cash. Ja, doch, ich glaube, jeder Kopf hat echt viel Geld. Ach, aber als ob die Modebewusstsein und solche Schuhe tragen. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir noch ein rosanes Paar, ne? Ja. Jawohl. Was macht ihr hier? Nix. Sachen verkaufen. Ich kann mein Dings wieder tragen. Nein. Einfach mal frech zum PD hinfahren und nachfragen, ob die Morell da ist. Nee, Mann. Das Problem ist, selbst wenn wir die verkaufen auf Verwerbung, die sind permanent so im Dienst, Alter. Wir brauchen irgendjemanden, der viel unterwegs ist. Aber wer? Kann wir von euch für mich schnell ein Bild vor Land machen? Call mal den Snoop, Alter. Vielleicht haben die irgendeinen Grill. Für 300 Jahre. Nicht? Was ist mit der Hustler? Aber die haben bestimmt auch kein Cash. Ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht mal so dumm, das an Morell oder sowas. Ja, dann call die doch. Hat keiner die Nummer von der? Doch. Ich rufe einfach mal den O'Brien an. Ich habe die Nummer von der Morell. Ja, ich rufe den aber den O'Brien an und frage den, ob der wen vom PD kennt. Am besten eine Frau oder so. You know? Ja, hier. Linke Schnürsenkel. Jeff. Nee, nee. Ja? Wir haben noch einen Schuhkarton für Weiberschuhe. Einen Schuhkarton für Weiberschuhe? Ja, mit rosa Schleifdings. Mit rosa Schürsenkel meinst du? Ja, ja. Was für Schuhe? Die Jordans? Ja, ja, die Jordans. Wenn du da irgendjemanden weißt. Ich hör mich um. Der Jack hat gesagt, vielleicht die Morell oder so. Keine Ahnung, ob sie die dazu überträgt. Na, sie hätte gerne für Shaw welche, aber ihr habt keine Männerschuhe mehr, ne? Kommt auf, ist Unisex halt, ne? Aber es halt, fällt halt ein bisschen kleiner aus. Keine Ahnung, was der für eine Schuhe größer hat. Aber ist halt trotzdem rosa Dings. Ja, ich glaube nicht, dass Shaw welche mit rosa Schuhe sind. Sieht voll fresh aus. Der Cody hat auch welche an. Sieht mega gut aus. Also, ich kann mal nachfragen und sag dir nochmal Bescheid. Okay. Kostet Quanta? Wieder 500. Guck, was die zahlen. Ja, besser. Da kannst du ja selbst was abzwacken von wie letztem auch. Ja, ja, okay. Ich kann dir das so sagen. Wir haben Cody die verkauft für 300. Und gerade dem DJ vom Cube auch welche für 300. Also, wenn du, wenn du, wenn du, ja, das ist Mindestpreis, ne? Achso, okay. Wenn du 400 oder 500 wieder rausschlägst, dann zwack dir was ab und der Rest geht an uns. Hä, ich hab, sag mal, hier, James hat mir aber 500.000 auf Rechnung gestellt für die Schuhe, ne? Da hab ich mir nix abgezwackt. Ne, ne, du hast dir aber von dem Jerseybad abgezwackt 50.000, du Goner. Ja, da, ja. Ja, 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 ja. Ja, was denn? Versuch ja nicht, einen Ficker zu ficken, Junge. Ich bin der Ficker, aber fick niemals mit dem Ficker. Du fickst hier nix, außer deine Dicks, das ändert die Dose. Auch reinrufen. Ja, und Aaron. Ja, ja, aber auch nur in Los Santos. Ja, aber schon wieder an einem Kerl zu verkaufen. Sagt der und Aaron. Ich sag so, ja, aber auch nur in Los Santos. Ja, der hört sich um. Die irgendeine Frau will für ihren Mann welcher haben. Fynn, Schorn oder sowas. Fynn, wir machen uns von Marker. Dankeschön nochmal. Lass dich nicht abziehen, Kollege. Ich geb mein Bestes, Alter. Ciao. Ich würd eher die Beine in die Hand nehmen und wegrennen. Du bist halt ziemlich schnell. Ich bin eh schneller jetzt. Ich würd die halt niemals von meinem toten Körper abgeben. Nur so, was haben der erwähnt. Fynn, jetzt vom Kodis weg. All deine Backen, Junge. Jojo, die steigen in die Karre ein. Hol die Schuhe, Mann. Schnell. Aber ganz ehrlich, ich hätt auch Schiss, Alter. Ich hätt echt Schiss. Ey, demnächst muss meine Videobeschreibung. Adam, Adam, wir müssen jetzt das umsetzen, was wir bei den ganzen Rennspielen gelernt haben. Du, Curtis? Ja. Hast du den Wettkampfkram da irgendwie verteilt? Welchen Wettkampf? Was? Von Ziggy? Nee. Achso. Nee, hab ich nicht. Warum? Achso. Wie viele Seiten aufrufen hast du? Ich hab mich nur gewundert. Wie viele aufrufen hast du denn? 90 Leute in ein paar Minuten drauf. Ja, ich hab nix verteilt. Keine Ahnung von was du redest. Weiß ich nix von. Ja. Ach ja. Hoffen wir mal, dass es keiner von uns weitererzählt, hm? Oh mein... Nö, 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 nö. Hä? Ach, darf das keiner wissen? Ja, schau. Das war noch nicht öffentlich angekündigt. Ach, da kann nix passieren, alles gut. Zu spät. Ja. Ach, Quatsch. 90 Aufrufe, woher? Keine Ahnung. Bestimmt so ein Google-Bot. Ja. Ja, ich glaub, ich hab zu viel aktualisiert. Aber die sehen auch... Mann, die sehen voll gut aus mit ihnen. Da hab ich mich beobachtet, ne? Ey, Jiggy, du hast dir für die Seite bestimmt einfach einen View-Robot geholt. Das kann auch sein. Ja, 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 ja. Ey, jetzt verrat's nicht. Ich hab's gemacht, damit Jiggy es gut spielt. Da haben sich zwei gefunden. Ist nix mehr mit Aragon, ist jetzt Gyfi, Junge, mit dem Schwert unterwegs. Als wär der Mod. Wie lang dauert das? Wie lang dauert das, Jig? Da hast du dir zwei richtige Spielkinder geholt. Ja, aber solange sie ihre Arbeit machen und sie machen ihre Arbeit gut. Ja, das sieht man. Ey, Gyfi, ne? Wenn der mal aus der Bude kommen würde, so, der ist ja ein Mitarbeiter des Monats, der das heute richtig gut gemacht hat. Vielleicht kommt der jetzt öfter aus der Bude. Mal eine andere Frage, können wir den behalten? Was kostet denn der? Ja, könnte ich dir mal in Geheizzeit, der braucht Kohle. Der kostet euch alles. Der kostet euch vor allem Nerven, Alter. Aber war auch klar, dass er erst jetzt bei euch anfängt. Hauptsache, ihr habt ein fertiges, gemachtes Nest. Dann kommt der Arbeit. Ja, dann kommt der erst. Ja, soll er machen so. Wir suchen eh grad noch ein, zwei Mitarbeiter. Ja, verlass dich jetzt nicht darauf, dass er aufkommt. Der eine Typ, der da ist, der arbeitet auch schon länger. Der war ja schon vorher in dem Laden drin. Ja. Ja, ja, genau. Der am Anfang immer so unfreundlich war und überfordert. Der hat ja nicht mehr so viel Zeit, ne? Mann, der ist jetzt schon eine Stunde früher gegangen. Wegen Gang Gang Action, was weiß ich. Wie, wo hängt der ab? Bei den Drips. Drips? Drip-dop. Äh, auf Nordside irgendwo. Deswegen doch mein beige-rotes Outfit heute. Aber das Hemd ist cool, was du trägst. Ich hab das, glaub ich, auch mal gehört. Aber so ein rosanes Hemd würde dir jetzt auch richtig stehen, ne? Wie von Williams. So wegen den Schuhen, so Kontrast. Ja, der hat jetzt nicht so viel Zeit im Laden. Ich will ja jetzt nicht wieder zwei Stunden stehen, so. Du würd an deiner Stelle auch nicht mehr allein da hinlaufen. Ich bin heute schon die ganze Zeit mit dem Fahrrad durch die Southside gefahren. Ach, ich glaub nicht, dass er deine abzieht. Ich hab meine Schuhe versichert. Wie denn? Weiß nicht, ich hab bei der Baubahn angerufen und hab mit denen einen Preis ausgemacht, den ich bezahlen muss, um meine Schuhe wieder zu bekommen, wenn die geklaut werden. Ich mein, was will denn jemand, der mir meine Schuhe klaut? Entweder kann er die für immer in seinem Auto verordnen. Ja, der kann die auf jeden Fall niemals tragen. Ne, weil wenn er die tragen will, so, dann krieg ich die halt irgendwann wieder, so. Auch wenn er die resellen würde, irgendwo bei einem Kumpel oder so, wenn der die trägt, dann holen wir die wieder. Ja, richtig so. Ich hab schon überlegt, ob ich zum DOJ gehen lasse und mir eine Urkunde geben lasse, dass ich diese Schuhe besitze. Da könnte ich damit rein theoretisch zu den Cops gehen sogar. Ja, aber als ob die Cops irgendwas machen und nach Schuhen suchen. Glaubst du mir selber nicht. O'Brien vielleicht. Ja, aber lass doch nur O'Brien irgendwo den Typen mit diesen Schuhen sehen. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, wenn man die klaut, die kannst du nicht tragen. Das ist gar keine schlechte Idee. Eigentlich mal mit dem Snoop quatschen, ne? Dass wir den Leuten eigentlich vermitteln, sodass die sich bei Bomben irgendwie so eine Versicherung kaufen können, die sich darum kümmern, wenn die geklaut werden. Ja, ich hab's eben gesagt, ich geb dir so und so viel Kohle, wenn mir die abhanden kommen und du mir die wiederholst. Und dann meinte ich, ja, kein Ding. Aber irgendwie traurig. Ich glaub, man auf irgendwelche Gangs zurückgreifen muss, anstatt sein Vertrauen in die Polizei zu legen. Wenn es um sowas geht, um Diebstahl und so. Ja, ja. Das ist dann echt traurig irgendwo. Ja, aber so ist es halt hier. Ich bin da hinten aufs Reis an. Oh. Junge, die haben absolut keine Obis, Alter. Hallo, Gandimus. Ach, du bist... Ah. Ich bin aber von Rust ab bei Corona gegangen. Irgendwie war das ganz komisch. Ich weiß nicht, wo man da farmt und so. Ich hab das nicht gecheckt. Eigentlich wollte ich Rust eh nur mal probieren, um zu gucken, ob die CPU mir um die Augen fliegt. Weil Securities brauchen wir, Cody. Oh, all right. Yes, sir. Yes, sub. Ja, sag mir 4. Hast du einen? Ja, ja. Was zahlt er? 400k. 400 ist in Ordnung. Ja, ja. Eine Frau? Äh, ne, ein Typ, der wahrscheinlich für sich oder seine Frau, je nachdem, ob bei ihnen vielleicht passt, hat er kleine Füße. Will der die jetzt haben? Äh, er besorgt jetzt die Kohle und dann ja. Was sagst du nochmal? Was? Ja, wiederhol nochmal, der Muffin hat dazwischen geschrien. Er besorgt jetzt die Kohle. Ach so, ja, dann sag Bescheid. Dann kommen wir vorbei. Wir haben gerade eh nichts zu tun. Ja, ja. 100.000 in meine Tasche, ne? 100 in deine. Ja, okay, komm. 50. 50 in deine. 50, okay, 50. Hör mal, Kollege, 50 ist mehr als genug. Ja, okay, 50. Ach, du hast eh eine halbe ausgehandelt und verarscht mich jetzt, Junge. Nein, hab ich nicht. Ich check das ab, ne? Ich weiß, was... Ja, ja. Nein, nein, ich hab wirklich 400 gesagt. Du hast gesagt, 300 ist Minimum. Ich sag, ich hab ihn jetzt für 400 die angedreht. Ja, top. Also eigentlich Jahrhunderte in meine Tasche, würde ich dir nur sagen. Dann sag Bescheid, wenn du die Kohle hat, dann komm vorbei. Ja, okay. Okay. Bis gleich. Ja, der kann jetzt vorbeikommen. Ja, hat der? Ja, ja, wir fahren gerade zum Geldautomaten. Okay. Ja, dann kommen wir vor PD wieder, wie gestern. Ja, bis gleich. Bis gleich. Fertigst du schon Klamotten, oder wie? Wir haben noch ein Paar gehabt von den Schuhen. Ui, ui, ui. Wolltest du welche haben, oder was? Wäre schon edel, aber dann warte ich halt, bis die kommen. Ja, wir hatten nur noch welche mit rosa und Schnürsenk. Du musst doch was sagen. Äh, tu ich doch. Ja, jetzt. Wollen wir was da vorhin nichts zu sagen? Nee, ja, scheiß drauf. Ähm. Was bietest? Ja, wir bekommen safe noch andere. Wenn du mehr Geld bietest, dann geben wir dir die. Ist mir egal. Denk dran, was, was wollte er jetzt? 400. Nein, 400. Und die 50 sind schon bei ihm mit inbegriffen, oder was? Nein, 400 und dann für das Resale für O'Brien nimmt der Zweck der sich 50 ab. Also 350. 350. Für uns und 50 für ihn, also 400 insgesamt. Ja. Der Dude zahlt 400. Aber ich glaube nicht, dass Jiggy mehr zahlen will. Ja. 401. 400. Dann macht ihr 400 Gewinn und er kriegt gar nichts von ab. Na, ob der Resaler jetzt auch was hat, ist ja egal. Der arbeitet ja mit uns zusammen, der O'Brien. Ja, keine Ahnung. Um was für die Schuhe geht's? Um die, die du auch hast. Das zweite Paar davon. Das zweite Paar davon? Ja. Ja, Jiggy bezahlt bestimmt 450.000 Dollar dafür. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel hab. Wollt ihr ein Auto abkaufen? Ja, du bezahlst da bestimmt 450.000 Dollar für. Ja, safe. Ja, ja. Wenn ich das hab, dann schon. Ja, dann Pech hier hab, ne? Außer, der kommt jetzt ja auch, ich zahl mehr. Ja, dann ist's. Ja? Ja, wir haben ein kleines Problem. Was denn? Äh, jemand anderes will das zweite Paar haben und der bietet 450.000 und das ist kein Witz. Boah, der ist jetzt? Ja, der hat leider Pech gehabt, tut mir leid. Da wurde es überboten. Das ist der zweite Paar von dem, was schon verkauft wurde heute. Nein, ernsthaft jetzt. Das ist kein Witz. Ja, und jemand will 450 dafür zahlen. Der kann nur herkommen, dann können die das selber ausdiskutieren. Nein, ernsthaft, ich hab ihn am Telefon. Dann komm her, dann sollen die das selbst ausdiskutieren. Moin, moin. Nee, okay, er will. Moin, schön, er will er nicht. Grüße. Was sagst du? Er will nicht. Dann hat er Pech gehabt. Er hat ne Muschi. Ja, ich geb ihm jetzt sein Geld wieder und dann... Ja. Das ist Business, Bruder. Das ist Business, was soll ich machen. Ja, aber dann ruf ihn doch nicht an, wenn du dann eh doch jemand anderen angelast. Ja, das hat er grad... Nee, hatte ich nicht, hatte ich grad erst. Der das zufällig mitbekommen hat. Ach, wer ist denn da? Der ist trotzdem behindert. Warum? Ja, weil der jetzt scheiße ist. Warum? Ja, weil ich doch in dem Moment den schmackhaft mache, den dann verkaufen will und du sagst dann ja, nee, 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 nee. Ja, aber er kann doch sagen, jo, ich geb 10k noch mehr. Wieso 10k? Das sind schon jetzt 50k mehr. Ja, aber der soll sich mal nicht so anstellen, der hat genug Kohle. Ja, aber will er nicht. Bruder, das ist hartes Business, was soll ich machen? Ja, aber das funktioniert nicht, das stört ja meinen Kundenkreis. Wie, das stört deinen Kundenkreis? Du bist voll der Gauner, Junge. Was für Gauner? Kundenkreis. Ja, ist so. Was für ein Kundenkreis? Du verkaufst dann deine Kollegen. Ja, na und? Das ist doch Kundenkreis. Du bist unter der Decke, Junge. Ja, haben sie ja auch. Die Morell hat vorhin Diamanten aus dem Fenster geschmissen, wenn die das war. Ja, genau. Ja. Ja, toll. Fair gemacht, Curtis. Jetzt sei nicht sauer auf mich, Herr O'Brien. It's all about the Benjamins, Mann. Ja, Penner. Das ist unsere Bestimmung. Stell gleich das Oberteil für 800.000 bei der Ulife-App rein. Ja, mach doch. Kannst doch machen, hä? Da kann man ja kommen, der hat noch eine Rechnung offen. Ich glaube aber nicht, dass du dein Oberteil verkaufen willst. Und der Cody sagt gerade, dass du hier nur eine Rechnung offen hast. Du musst die bezahlen kommen. Ich habe da ja keine Rechnung auf. Der hat keine Rechnung auf, sagt er. Wenn er bei McMillen hat eine Rechnung auf. Der CTF-Foodtruck muss noch bestehen werden. Ist schon überfällig seit dem 15. Ja, kann man ja machen. Ist überfällig seit dem 15. Ja. Ich habe bei McMillen schon für drei Wochen vorbezahlt. Ja, vielleicht, komm mit deinem Kumpel her. Vielleicht sagt der GQK, scheiß drauf. Macht er eh nicht. Ja, vielleicht er doch. Hä? Vielleicht er doch. Ja. Wir produzieren die Scheiße ja nicht, Alter. Sag, die können sich drum boxen. Ja, die sollen sich drum boxen. Ja, die können sich drum boxen. Oh ja, Mann. Die sollen sich drum boxen. Dein harter CTF-Kollege soll mal zeigen, was er drauf hat. Ja, dein Kollege soll mal zeigen, was er drauf hat. So als ausgebildeter Polizist. Ja, aber in Zukunft wäre cool, wenn du sagst, hey, versuch mal da jemanden anzudrehen, dass du dann schon weißt, dass er dich gleich wieder auf den Landraum der Ecke kommt. Boah, warum bin ich immer so gutherzig in meinem Herzen drin. Ich kann einfach nicht so sein. Was? Ja. Ich hab mir jetzt das Geld wiedergegeben. Vor einer Stunde sagt er noch, ich komm von der Straße. Das hat mich alles so gemacht. Was ist jetzt Phase? Hä? Jetzt sagt er, ich bin so gutherzig. Ja, wir haben leider nur noch ein paar. Man weiß, dass das scheiß Problem ist. Dein Typ ist wieder jetzt in dem Mund. Du sollt die Fresse halten, Alter. Ja, der will halt nicht mehr als 400.000 zahlen können. Ist ja okay. Nö, ist ja. Klar ist das okay. Ja, aber es wäre halt cool für mich, dass du mir Bescheid sagst, hey, wir haben mit Sachen, gibt das da, bla, aber nicht einfach den so. Und zwei Minuten später, dann muss ja. Jetzt bist du. Nein, 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 nein. Was machst du denn jetzt für die Scheiße? Nein, nein, nein. Dann bräuch ich mir doch nicht die Mundfuß nicht reden und Leute versuchen, anzudrehen, wenn du im Endeffekt dreimal weiterverkaufst. Weißt du, was ich meine? Ja gut, dann scheiß auf dir. Ich weiß, was du meinst, aber das wäre ja auch über die Bühne gelaufen. Komm doch einfach mal her. Ja, mir ist das doch scheißegal. Ja, aber du, wenn dir das scheißegal ist, warum regst du dich nicht gerade auf? Ja, weil meine Provision flöten geht. Ja, weil deine Provision flöten geht, du geldgeiler Sack. Hä, natürlich. Wann ist in der Welt irgendwas umsonst? Pass auf. Jack Muffin, ihr entscheidet jetzt. Geht das jetzt an den, auch wegen der Provision und so, weil er das geklärt hat, oder geht das an Jiggy? Ich sag Dings. Die können schon boxen. Nein, die boxen sich nicht da drum. Ja, okay, dann krieg ich Jiggy. Jiggy zahlt mehr. Naja, es geht darum, dass O'Brien da einen belabert hat und so. Er will sie die kaufen und so. Der hat halt Arbeit geleistet. Und dann ist halt Kacke jetzt so, da hat er schon recht, wenn er sagt, yo. Boah, du bist echt gutherzig, als ob du mal ein Gänzer warst. Du bist viel zu gutherzig. Ich bin ja kein Gangster. Ich will, dass alle glücklich sind. Ich will, dass alle Menschen glücklich sind. Ja, dann zauber noch ein paar Schuhe her. Ja, da muss der Muffin in seinem Ding gucken. Nein. Ja, da findet man auch mal was. Kannst du ihre Kartons aus? Ist leer, ich hab geguckt, alle Kartons weg. Er war noch eben da. Junge, so ist das geschafft. Okay, O'Brien merken wir uns für das nächste Mal. Nächste Mal machen wir es besser. Ja, alles gut. Alles gut. Kriege ich halt 50.000 von deiner Provision. Du kriegst schon genug Provision. Wart mal ab. In der Klappe kennen. Du bist so eine dreckige, ne, Alter. Oh, du witzige. Will der mich hier am Telefon ficken, Junge. Ja, ja. Grüß dich, bis wieder. Grüß dich, bis wieder. Der hat sich jetzt nur aufgeregt, weil der keine 50.000 Provision kriegt. Ja, ja. Der will die einfach nur abziehen. Weißt du, was ich da sage? Also, wo ist unsere Provision? Weißt du, niemand von uns kriegt Provision. Der Vorteil von uns ist einfach, dass wir die Kleidung kosten günstiger. Ja, aber der Vorteil von O'Brien ist, dass er ziemlich reiche Freunde da hat, überall und so. Aber dann kommt einfach so ein Jiggy um die Ecke geslidet, der sagt, ja, fick die Kops, Alter. ACAB, ich zahl mehr, fertig. Ja, richtig. Fick Jiggy, die scheiß drauf. Und wenn ein O'Brien von uns immer Klamotten bekommt, günstiger, dann kriegt er seine Provision dadurch, wenn er da irgendeinen Bock drauf hat, dass er das selber verkauft hat. Im Prinzip ein bisschen hat er recht, weil ich den heiß gemacht habe. Ja, such mal einen. Wir haben noch ein Paket, so das ist ein bisschen ätzend. Aber im Großen und Ganzen war er jetzt nur mit, weil er seine Provision nicht kriegt. Der Typ kommt eh wieder an, wenn die neue Lieferung kommt, Alter, und holt sich das. Das ist ein Ficken. Außerdem passt das viel besser, wenn Cody und Jiggy, Alter, so die besten Freunde, die gleich Schuhe haben. Ja, warum haben wir so Hunde raus? Ja, sollen wir jetzt wieder mit fünf Mann da hinfallen? Ich bleibe jetzt hier, Junge. Lass kurz meine Kirschen aufessen. Ein paar ekelhaft. Ich mag voll viele Früchte und so nicht, nicht wegen wegen dem Schmack, sondern wegen der Konsistenz. Zum Beispiel Orangen kann ich nicht essen. Mal ja Rüben. Aber der Geschmack ist geil. Junge, Orangen, Mandarinen? Junge, warst du gleich in Konsistenz? Nein, 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 nein. Das ist anders. Der ist eine ähnliche Konsistenz. Es ist, naja. Ja, voll fahrenlos. Ja, scheiß drauf, Digga. Rosin, auch voll ekelhaft. Fühlt sich an, der letzten Popel auf der Zunge. Geil. Ehrlich. Aber Nüsse wiederum, mega geil. Nüsse sind mega geil. Cashew. Ja, man, egal welche, nüsse alle gut. Ach ja. Aber du siehst mit dem Ding auch ein bisschen aus wie so ein Kopf, ne? Fehlten nur noch die Marke. Eigentlich darf ich das auch gar nicht tragen, dafür brauch ich eine Erlaubnis. Okay. Um die Waffe öffentlich zu tragen, aber wenn die Kopfkommasche weg... Ja, wenn es eine echte Waffe wäre. Oh, damals war das legal, ne? Für ein paar Wochen durftest du die Waffe rumtragen hier in Los Santos. Echt? Ja, die haben das Licht verkackt beim Gesetz. Ja, die haben ja alles zusammengeschmissen, Norden und Süden, die ganzen Gesetze. Mehr oder weniger. Aber der Fischer hat irgendwie was bei Mo'Brien vorhin durch den Telefon geschrieben, vorhin eine Gesetzesänderung oder so. Ja, das gefühlt jede Woche, so, keine Ahnung. Blickst du auch nicht mehr durch. Hi. Hi. Gehen wir nachher... Ja. Gehen wir nachher Unicorn? Willst du mit Unicorn? Weiß nicht. Hast du mit Unicorn auf, oder? Ja. Da krieg ich wieder Ärger von Mila. Da kriegst du gehalten, so, heute. Muss ich ja nicht gewissen. Gifi, kannst du gleich auf den Kopf hauen. Ja, ich leite dich ein, Kürlis. Hm. Nee. Was, hm. Na, ist okay. Also, wir können da hingehen, chillen, aber ich werd mir da keinen Dance geben lassen. Achso, nee, das hab ich noch nicht. So viel Geld hab ich nicht. Kommst du mit? Aber da kann man trotzdem schon mal wegen der Location fahren. Hey, hey, was los. Wenn die Besitzerin da ist, ne? Lohnt sich nicht. Ja, wenn die da ist. Ach, der Schwabbel ist bestimmt schon da. Hä? Nee, nee, ging um Auto. Achso. Kannst du's mit Karte zahlen? Wusste ich gar nicht. Ja, aber kannst du bei Muffin zahlen. Ja. Wir können trotzdem hingehen, ein bisschen gucken, ich zahl deinen Eintritt. Was ist mit dir, Junge? Wie, was ist mit mir? Was fängst du so rum, Alter? Ja, ich bin gut gelaunt hier. Das macht er schon den ganzen Tag. Ja, guck mal. Er ist froh, dass ich nicht mehr auf den Feld gehen muss. Ich bin froh, dass ich nicht mehr auf den Feld gehen muss. Boah, Erdbeeren schmecken super lecker, aber die schmeckten einfach nicht. Ja, und wenn du jetzt mal Hunger hast, kannst du in meinen Laden gehen, holst du hier hinten einen Schlüssel, bei der Stempelruhe raus. Ich hab schon eh umgeräumt in meinen Kühlschrank zu Hause. Ja, gar kein Problem. Servus. Hi. Hi. Ich muss rein, da ist der Kunde. Das ist Donner? Das sind vier jetzt, dann ja. Ja. Actionfiguren schon alle ausverkauft? Ähm, weiß nicht. Müsste ich Jenna gleich mal fragen. Vielleicht sind noch ein, zwei da. Heute war nicht so viel los. Ist bestimmt wieder Party irgendwo. Ja, ja, meistens in der Woche mehr los als am Wochenende. Jenna? Haben wir noch Figuren? Na klar. Wie viele? Wir haben noch drei Figuren. Okay. Okay. Kann der Giffi nachher noch eine kriegen, wenn er heute durchzieht. Ich hab eine für diesen Monat. Ich will nur ein Set haben, wenn er da überhaupt nichts gibt. So, wo ist jetzt Kürtis, deine Provision? Gibt keine Provision? Oh, oh, oh. Das ist der Häuptling. Oh, Fischer. Guten Abend, Herr Fischer. Guten Abend. Guten Abend. Wie ist der Petri-Gerfix? So, was hatten wir jetzt gesagt? 450, ne? Da draußen. Mhm. Komm mal her. Wenn ich einfach bei Kürtis rein kürtis, zieh das an und sag, du bist Security und das ist ein Kursagutstück. Nein, 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 nein. Kein Bock, verhaftet zu werden. Ruf mich irgendeine Nummer an. Ja, in die gleiche Richtung, ne? Das ist so cringe. Hau rein. Der hat so schlechte Laune, der Pessler. Wunderbar. Wieso, wann hast du nur mit dem Kopf zu tun? Hast du hier einmal deinen Karton? Fischer hat gestern für alle Cops... Achso, kann man jetzt bezahlen? Ja, ja. Hab auch wieder ich geklärt. Wo ist meine Provision? Marco Prine. Können wir dich gerne als Eventman-Giant stellen, dann kannst du solche Sachen auch... Nein, ich hab, glaub ich, die nur rumohren gerade. Ui. 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 Niemand können. Was läuft denn der Juri an uns vorbei? Soll ich den Nackenschlag heben? Ach, der läuft zu seiner Perle. Nicht genau. Kack. Alter. Ey, Kutis. Ja. Komm mal. Okay. Ich hab gerade Antwort bekommen von IMS. Wer? Die Mail wurde angeschossen. Warum? Ja, die war oben bei irgendeiner Farm bei State. Da ist irgendwo Gang-Gang-Gebiet. Und dann kamen wohl andere Gang und da gab's halt Schlüsselerei. Ich geh jetzt hoch, ich mach Ansage. Ich mach zu den Laden. Was willst du Ansage machen, Junge? Was machst du zu? Ich guck mir das erst mal an. Können hinfahren, aber ich mach keine Welle und ich kenn die nicht und ich werd doch für die nichts machen. Ja, ich mach für die gehen nichts. Ich sag, die sollen alle bezahlen an mich. Magic-Rechnung wird teuer. Wo wurde die angeschossen? Harmonie, oder was? Oben, ja. Hinterm State, vorm State ist so eine Farm. Da ist irgendwie eine Gang-Gang. Die hat schon irgendeinen Typen getroffen. Und dann kamen die dahin und haben die abgeknallt? Nein, nicht die haben die abgeknallt. So klang das jetzt nicht. Welche Fahrer haben die geknallt? Keine Ahnung. Der Medic hat mich angerufen. Die wollte, dass der mich anruft. Ich weiß nicht, ob du das aufgehört hast. Mach kurz Pärziklern an. Ja komm, der Muffin klettert. Der Junge ist eben so eine Pärziklern. Hä? Was denn? Komm. Kurz mal was klären. War ich wieder da? Bleib mal kurz stehen. Ja. Wo sind denn die Waffen? Wie? Der ganze Kofferraum ist leer. Ich hab auch keine Waffen dabei. Ja, okay. Ich hab auch keine Waffe. Ich mein so... Deine Waffe ist deinem Halb da. Ja, da ist ja keine... Das ist ja nur so eine Attrappe. Ich hab auch nur eine Attrappe. Ich hab meinen Womund zu selbst verteidigen. Das? Ja, aber mach jetzt keine Welle, wo kein Wasser ist, Junge. Wer weiß, ob die die Wahrheit erzählt. Ich kenn die nicht. Ist mir egal, Alter. Ich hab so... Mit 130, also mit der Geschwindigkeit vom Auto oder was? Eigentlich müsste das schlechter sein wegen 720p. Oh mein Gott, ich hab den Preset gar nicht geändert, merk ich gerade. Doch, hab ich wohl. Ich streame über Grafikkarte, nicht über CPU. Wo bekamen wir den Jugular mit Glendefederung dabei? Das ist die Rally-Version. Das war diese Tierärztin, die gerade da stand, ne? Haben wir nicht mal einen Auftrag von Juri, den Mann von der abgeknallt? Ne, wir haben die angeschossen, ne? Irgendwann war mit der. Wir haben die angeschossen, Alter. Weil der Mann irgendwie Waffen verkauft hat. Ei, ei, ei. Ja, die schicken uns doch eh weg, Mann. Was ist denn hier los? Junge, warum wird bei Caramba? Hallo. Wer war das? Das ist ja mal ein fresher Rucksack, Alter. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie wir die sind. Wie sahen die aus? Haben die Cops irgendwelche Ermittlungen? Können sie sagen, was das war? Ich kümmere mich mal darum, dass er die Wege herkommt. Brauchst du erst mal ins Krankenhaus? Ja, ich wollte... Ist ja kein Dienst. Ja, doch da ist doch einer. Brauchst, ich bin gleich wieder da. Combat Mediziner. Ich lege. Junge, der Rucksack ist ja nicht fresh. Das ist echt fresh. Ich finde den voll cool. Brauchst du schon schicken, ne? Wo sind denn die Fräggel, die hier wohnen? Keine Ahnung. Junge, dass hier überhaupt irgendeiner wohnt, Alter. So, guck dir das an. Das ist eine verkackte Farm, Alter. Und kein Ghetto. Da waren dann irgendwelche schießsütigen Rednecks, oder was? Auf ihrer Farm. Brille ist schon auf dem Weg. Moin. Was ist hier los? Seitdem ich Brille tracke, haben alle Respekt vor mir. Jo, Sergeant Cush, wie geht's dir denn? Habt ihr Schlüsse von dem Juggler? Ja, ich hab den. Okay, dann fahr ich gleich mit dem Drafter. Was ist das hier, Jack, Alter? Ich weiß. Ist das eine Gang-Turfy, oder was? Das muss doch von der Redneck sein. Hier, ich schwöre dir, hier wohnt Gang. Was für eine Gang? Das ist ein verkackter Bauernhof, Alter. Guck dir da, Mann. Guck mal, da kommen noch welche aus dem Busch. Boah. Ja, da da hinten. Sind das hier die Piggis, oder was? Guck mich, dass die abgeknallt wurde, Alter. Ich will bis nach vorne, ey. Ich geh nie ab. Ich weiß, was ich gleich machen werde noch. Irre. Ja, arbeiten. Ja, richtig. Für den Drip, Junge, für den Drip. Ja, Mann. Aber hier wurde doch gar keiner angeschossen. Ich seh gar kein Blut. Wie, hier ist doch überall Gehirnmasse. Ja, guck mal, das hat so gespritzt der ganze Traktor. Siehst du das nicht? Ja, das stimmt. Moin. Wunderschöne. Wunderschöne. Seid ihr jetzt gerade hier dazugekommen, oder? Ja, ja, ist eine Freundin von uns da. Irgendeine Mediziner hat angerufen und hat gesagt, hat die angeschossen wurde hier. Ich verstehe zwar noch nicht so ganz, was das hier ist. Ob das ein Gangturf ist, der Bauernhof. Warum die angeschossen wurde und was hier überhaupt passiert ist. Ansonsten, wie geht's Ihnen so? Wie bitte? Alles gut? Mhm. Dann ist bestimmt einer von euch der Herr True Love. Ja, der steht da vorne. Der steht da vorne. In dem lilanen U-Bate. Ah, okay. Weil der sollte, also wir sollten den anrufen. War die Aussage von der Dame hier. Ah, okay. Ja, ja, genau. War schön. Hola. Wollen wir auch Hüter tauschen? Ja. Oh. Okay, also was wird. Ich bin kein Mexikaner, da bin ich auf Rot drüber. Ja, ich bin auch keine, hab keine Flecke. Das steht jetzt am Funken. Bitte? Sind sie am Funken? Das hört sich irgendwie ein bisschen nur so nach Funkrät an. Bei mir ja noch. Ja, aber ist nicht schlimm. Da wurde ja noch einer angeschossen. Wer ist die denn jetzt? Junge, da kommen ja immer mehr. Ach doch, Redneck-Gebiet. Kommen immer mehr. Ich dachte, die hat sich mit einem getrunken hier. Ja, bitte. Keine Ahnung, ob sie mir nicht verraten wird, aber ich stehe gerade echt so auf dem Schlauch und bin total verwirrt. Hinter dem State Prison ist da ein Bauernhof, ne? Was ist hinter dem State Prison ist ein Bauernhof? Hinter dem State Prison ist ein Bauernhof. Weißt du, wen ich meine? Nee. Du weißt echt nicht, was ich meine? Ja, okay. Und weiter? Wohnt hier eine Gang, Alter? Hinter dem State. Hier wurden gerade Leute angeschossene, Freunde noch von uns. Deshalb sind wir gerade hier. Und hier stehen, in meinen Augen sind das Gangkarren. KS18 und... Weiß ich hier alles, Alter. Also, bisher noch nichts bekannt gewesen. Vielleicht solltest du dir das mal angucken, komm hier. Ich bin absolut komplett verwirrt gerade. Hier stehen ein paar Mopeds und alles. Hier sind das Rednecks. Ja, aber nicht mit solchen Autos. Das sieht aus wie Need for Speed hier. Washington, fahr mal hinter State. Das soll irgendwo ein Bauernhof sein. Ja, hier ist doch alles voller Dings. Scherres und so. Und Mediziner. Hier ist irgendwas abgerissen. Da war die Schießerei. Ja, wir kommen mal vorbei. Ja, ja, okay. Guck, alles gleich. Gleich. Ich kann gar nicht so gut reden, weil ich hab Halsschmecken und das Stoffgeld jetzt mehr. Obwohl ich das sehr angenehm finde, so zu reden. Ich glaube, das wird ja wachsen. Ohne Zungen, PS im Besten. Also, ich finde die ja schon extrem geil, die Rucksäcke, ne? Von den Combat Medics. Ja. Ich finde die auch cool. Ich habe da schon was Schönes im Katalog gesehen. Also, ich muss sagen, ich fand die sehr hilfreich. Wir hätten aus Versehen mal fast einen Medik deswegen von uns überfahren. Also, dank des Rucksackes. Und dann hat er sich gedreht, so wie eine Leuchte, ne? Ah, zu mir, das sieht einfach richtig fresh aus. Jetzt kann man die Sheriff so auch zwischen den anderen Kopf unterscheiden. So richtig gut. Allein dieser Hut, man, der strahlt so viel Autorität aus. Ich habe richtig Angst. Dankeschön. Das sind ja meistens so, ja, nicht dein Hut. Ich meine, ich rede vom Sheriff, Junge. Schade. Also, was wäre? Bei deiner auch ein bisschen. Ist ja schon ein Hut. Danke. Der Hut ist mega fresh. Ja, das Embrero ist nicht schön. Ne. Der erinnert mich immer an die Fake Spanier. Was? Also, hier, na, hör mal! Ich möchte keine Fake Spanier. Ich finde da dauerangenehm, Da Vinci. So, mal so eine andere Seite von Curtis dann. Gibt ja eh kein Crime-Ding mehr. Ich mache hier geh nichts. Boah, mir ist kalt. Ich frage hier mal den Affe. Kennst du die? Und? Boah, wenn du die Landstraße fährst. Boah, dem Save. Choco, danke für Louisa beim 18. Du Knallkopf. Choco, wo zockst du eigentlich? Ich habe dich gar nicht auf dem Team-Suite mehr gesehen. Oder machst du die AP-Pause? Na, erfolgreich gefragt. Ach, der ist am Telefonieren. Also. Aber auch. Hey, da kommen ja wirklich immer mehr. Wer ist die jetzt? Ja, sag ich ja. Die anscheinend komplett über das Geländer verstreut, oder? Ich wüsste echt gerne, was hier los ist, ne? Was natürlich für die Farm ist. Wie mir das kostet ein Anruf, und dann wissen wir genau, wer das war. Was die für Tiere haben und so. Na ja. Wieder das Gang-Turf, hier gibt's keine Tiere. Wie, das ist eine Farm. Ach, hör auf. Das ist eine Farm. Das ist ein Bauernhof, ne? Ja, um Bauernhof. Komm, hier Schafe, oder Rinde, oder Schweine. Hi. Jo, Waxi, danke schön für den Sub und herzlich willkommen. Komm, die gehören noch dazu. Aber ich muss kurz... Nein, doch, der ist wunderschön. Was ist das hier, Alter? Keine Ahnung. Der hat auch eine Karre von denen. Sieht so genauso aus wie die denen. Ich möchte mich gleich. Und? Die Dame. Oder sagst du gleich? Ne. Aber wohnst du hier? Die wissen nicht, wer das ist. Oder wer das war. Die sind alle im Krankenhaus, die hier wohnen. Die haben irgendwelche bunten Flecken. Aber bei denen sind ja auch die ganzen Fahrzeuge da. Und die haben keine Ahnung, was das ist. Das sind alles deren Fahrzeuge. Ich weiß, bunte Mann, ich weiß. Also, wo sind die ungeschossen, die hier wohnen? Ich weiß nicht, wie die heißen, aber ich weiß, wo die wohnen. Ah, okay. Ja, ich weiß, ja, die sind... Ja, hier, der oberein. Okay, danke schön. Warte, komm, ein Stück zur Seite, lass mal rausfahren. Komm, wo ist dein Kollege? Wo ist euer Auto? Oh, wie geile schön snitschen, Alter. Also, die gerade sind hier hingekommen und haben rumgeschutet, oder was? Ja, ja, genau. Und die, die jetzt hier wohnen, die standen mit fünf, sechs Leuten hier. Dann kamen ein, zwei Leute nach. Dann haben die gesehen, da stehen schon zehn, elf Leute im Kreis. Die hatten letztens mit irgendwem Stress. Das war aber eigentlich geklärt. Für die andere anscheinend jetzt noch nicht. Die kamen wieder und haben gesagt, hört auf zu snitschen. So komische Regenbogenfleckdinger sind da, ne? Ja, ja, so bunte. Weißt du noch, damals, wo 49ers gewohnt haben? Eastside da drüber, die kleine Straße, da hängen die ab. Das sind die. Ach, die. Das ist aber nur so eine kleine Truppe, das sind voll Idioten, Alter. Ja, ja. Die sind, äh... Nehmen sich so ein bisschen wie ihr früher. Ja, wie der Junkie-Park, ja, ja, ja. Junge, wir ermitteln gerade für euch, Alter. Einen Anruf, fertig. Ja, und warum stand die Mel hier? Ja, die hat sich mit einem Typen hier getroffen, weil die mit Kevin reden musste. Okay. Red immer. Mit irgendeinem Kevin musste die reden. Ja, gut, dann rufe ich den Junkie-Park mal an. Dann gehen wir mal eben kurz... Na, dann fahren wir mal kurz vorbei. Hallo, du bist jetzt in einem anderen Business, Fräulein. Ach, stimmt. Fuck. Ihr macht das schon. Ich vertraue auf die Polizeiarbeit in Los Santos. Ich nicht, ich fahre mal hin. Ich lege da meine Hand für ins Feuer. Da wird ermittelt und ermittelt und da werden Leute festgenommen. Oh, du bist nicht mehr kurz weg. Einen Haufen Verhaftung erwarten wir jetzt. Glaube ich. Boah, was willst du für die Cap? Was willst du für die Cap, Mann? Gar nicht. Ja, komm schon. Das ist definitiv einfach. Nein. Komm schon. Nur nur eine Mütze. Komm schon. Ey, wir nähen uns einfach selber. Das nächste neue Jersey, da gehört dir. Auße. Komm schon. Willst du eine Lost-Kurte mit Präsidenten-Patch? Was dürfen wir denn für einen Job machen? Was wollen die hier nachstellen? Ja, aber ich verstehe das nicht, was das hier sein soll. Das ist halt eine Pharma-Gruppe oder so. Okay. Ja, ne. Du das aber auch nicht auf dem Schirm hast, ne? Du bist doch in der Crime Force oder nicht. Ja, aber ich bin Chef. Ich muss das nicht auf dem Schirm haben. Ne. Als ob du irgendwelche Dokumente hast von irgendwelchen Gegenden und wie man die am besten stürmt und wer da abhängt und so. Ja, stürmen brauche ich ja nicht. Das macht er wieder unten in den Highway Patrol. Ach, hä? Warum stürmt die Highway Patrol? Das ist einfach nur, er macht gar nichts mehr wahrscheinlich. Richtig. So ungefähr. Was hat er vorher gemacht? Gar nichts. Ah. Schon überhaupt nicht. Ja, doch. Der hat mit uns gequatscht und hat Informationen bekommen und hat einmal nur einen Check rüberwachsen lassen. Na gut. Das waren wir dann auch. Und jetzt quatscht er auch mit uns. Alle Wege für ihn zum Junkiepark. Ich sag's dir. Ne, jetzt bin ich für zwei Unterdepartements zuständig und muss gucken, dass die auch nicht arbeiten. Das ist gut. Also kann ich diese Aufgabe, dass ihr zwei Mittel in die Hand abdrücken. Vielleicht kann ich durch irgendwelche Umwege mal irgendwann meine Akten clearen, dass die weiß sind und dann komme ich zu dir, O'Brien. Du bist schwer mit deinen Hörnchen und deinem ... Ach Quatsch, da soll die Ehre mich schminkeln, das geht schon. Ich schließe immer drüber. Ist das der Herr Washington? Der Grüße. Der Grüße. Ich meine nur Feenabaumamperl, ein schicke Schwule, ne? Der Kollege hat schon versucht mir die anzudrahen, ne? Der wollte ja nicht. Aber wenn ihr mal gelbe Schuhe aufnaget habt, ist der Herr Washington der Erste. Ne, oder? Ne, er ist hinter der Rushing. Du traust dich ja eh nicht. Wo zum Teufel ... Hinter der Route 68. Äh ... Wollen wir mal kurz überhören? Also sind wir hier nicht im Norden? Nein. Scheiße! Boah. Ich will den Drip fühlen. Ja, den Drip. Tote Holzer. Ja, da ist nicht mal ne Waffe dran. Das ist so ne Attrappe. Da ist so ne Gummiattrappe für aus Film und so. Aber Fisch hat wieder, ne, schlecht geschissen. Ja, ja. Wo ist der Jack jetzt hin? Der klärt das jetzt wieder per Telefon alles, ne? Ne, der ist doch mit dem Drafter losgefahren, hat er doch gesagt. Achso, hab ich nicht zugegeben. Stimmt, wir sollen ja mit dem anderen fahren. Oh, okay. Ja, dann fahren wir mal zum Krankenhaus. Also, wenn ihr gelbe Schuhe habt, ne, dann... Dann meidet euch gerne, ja. Gelbe Schuhe? Mhm. Der herrliche gelbe Schuhe. Boah, ich glaube, im Katalog waren so Low-Tops, Alter, so Vans in Gelb, die sind nicht fresh aus. Oh. Wann hat Vans? Dann spar schon mal, Mr. Washington. Ja, ja. Das wird nicht billig, ne? Wir haben nicht nur Vans, wir haben ja halt, ja. Ach, die Vans. Aber der Zoll, ne, das dauert immer ein bisschen. Am Lockreinchen da vorbeizukommen ist nicht so einfach. Gibt's da schon ne Anregel? Oder? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nicht für die Öffentlichkeit. Scheiß, aus mir wär ein guter Cop geworden. Die Brille sagt ja schon alles, ne? Was ist mit meiner Brille? Ist das jetzt ne Polizeibrille oder was? Nein. Ja. Wollte schon sagen. Das ist ne normale Sonnenbrille. Habt ihr grad den Rucksack gesehen von dem Combat Medic? Finde ich super gut. Ja, ich weiß. Sieht richtig lustig aus. Hände ich das schon. Ich weiß gar nicht, wer sich darüber lustig macht. Finde ich auch, sieht cool aus. Ja. Ne? Ja, Washington. Ich find den super. Ja, ja. Ich hab Daumen hochgegeben. Komm, wir gehen zu Krankenhaus. Dann Daumen hochgegeben. Ja, nochmal einen kurzen Kick auf Volley. Tschüss. Tschüss. Ich kann das aber auch nicht sein lassen, ne? Nö. Ich hab mir schon selber auf den Finger dafür gehauen. Egal. Kann den mal einer, kannst du den mal anrufen, Schiffke? Boah, kein Bock im Krankenhaus, Alter. Ja, ja. Wenn du jetzt wieder rumschreibst. Also, wenn wir jetzt echt wieder zum Krankenhaus fahren, wo es ja noch stinklangweiliger ist, dann fahr mich lieber zum Park, Alter. Dann kann ich wenigstens schon wieder was machen. Ja, mach aber ohne. Hol nicht rum, Junge. Für den Drip, Alter. Ich komm. Ich bin am Schlüssel, Junge. Ach, Junge. Bring den Katalog und komm zu mir rüber. Wenn du ins Lager kommst. Ja, guck mal, wo bist du jetzt? Ja, guck mal. Hau. Der soll aufhören, Junge. Nichts rechts, 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 pushen. Komm zurück, wo bist du? Hey, du weißt, da müssen wir ihn rausschmeißen, ne? Dann ist das mit dem staatlichen Scheiß vorbei. Hallo, kannst du so ein Leuchteding klären? Woher, Alter? Keine Ahnung. Vielleicht frag doch mal den Dicken da neben dir. Dem wem? Wir fahren zu Cody. Wie sehr gleich. Ja, wo bist du denn? Bist du nicht mehr an dieser Essensstand? Nein, ich bin ein Dings. Wir waren gerade da hinterm State Prison an der Farm. Da wurde die Mel abgeknallt. Vermerkt, da die Perle. Was ist die Mel? Ja, die wurde da von irgendwelchen aus der East Side, irgendwelche Affen haben die abgeknallt. Wer hat die abgeknallt? Weiß ich nicht. Ich rufe den Jack an, Alter. Nein, kein Stress, Junge. Nix, Gambo. Kannst du vergessen. Und wen hat er dran? Scheiße. Ja, okay. Tschüssi. Ja. Junge, der wollte schon direkt losrennen, Alter. Können zum Park fahren wieder, ne? Ach so, ist der im Park. Okay. Oh, Curtis. Also, bei mir ist alles gut. Hey, Curtis, wir haben eine neue Lieferung gerade bekommen. Katalog, ne? Von Bart. Soll ich... Warte. Spoiler me. Oh, oh. Junge, der Schlosser will sofort losrennen, Alter. Ja, was kam gerade rein, Junge? Zeig doch mal. Bluetooth oder was? Ja, ja. Ich schließe sich die Leuchte am Himmel. Ich schließe sich überhaupt dieses Wort in den Mund nehmen, ne? Dafür... Egal. Ja. Bluetooth. Zeig doch mal die Leuchte am Himmel. Schick mal per Bluetooth. Ja, Leuchte am Himmel, weißt du? Du leuchtest gleich am Himmel, Junge. Du bist einfach genau Glyphi 2.0. Was ist das denn für ein Frenge? Ach, das ist doch der Jack, ne? Junge. Boah, jetzt sag nicht, die wollen da hinfahren, Alter. Ach, ja, ja, fahr hinterher, scheiß drauf. Bruder, ich hab keine Knarre, nix. Ich will kein Gambo. Wir machen auch kein Knarre oder irgendetwas. Glyphi, hast du Knarre bei? Nee. Was? Oh, mein Gott, Glyphi. Ja, Glyphi. Ja, ich hab Feier, machen wir jetzt noch einen drauf in der Stadt, ja? Ja, ich glaub, hier geht gleich Gambo ab. Nee. So, wo? E-Side. Ich gebe keinen. Okay, soll ich kommen? Ja, ich glaub, der Schwabe kennt die, oh mein Gott. Ja, E-Side über der 49er-Sut. Komm hierhin. Okay. Okay, bis gleich. Wie sind die hellblauen damals? Ich weiß nicht. Liegst die irgendwann oder nicht? Will ich auflegen oder liegst du auf? Du. Okay. Oh, mach die Knarre weg, Junge. Nee. Bunte Fleck. Die sind hier nicht. Warte mal ganz kurz. Kamerwärme, also wirklich genau überschreiben. Nee, das ist aber schon länger her, Alter. Okay. Das kann sein, dass die Jungs gar nicht mehr sind, Alter. Das wechselt du ja alle fünf Tage. Also wir wohnen jetzt ungefähr seit einem Monat hier, so. Du weißt doch wieder alles. Oh, immer diese Umzugsform. Kennt ihr irgendwelche Motherfucker mit so bunten Rainbow-Flex-Kacke? Nee, in letzter Zeit gar nicht gesehen. Ami-Flex habe ich gesehen, so. Nee. Rainbow-Flex? Nee, gar nicht gesehen. Nee, gar nicht. Wer kennt ein gut Bescheid wissen über sowas? Wer kennt eine Information über alle, die ganze Stadt? Hassler vielleicht? Aber die Hassler haben die vielleicht nicht. Aber vielleicht die mal fragen am besten. Hast Feierabend, Kiffi? Was, dein Papa? So eine Flag, bunt, mit Regenbogen drauf. Nein, nicht so eine, mach die weg. Achso. Jürgen, warum hast du eine... Wer ist das? Trouble? Nein, ich bin hier. Wer ist das hier? Das ist mein Sohn von der Hassler. Ist das einer vom Yankee Park? Nein, der gehört nicht zu uns. Jürgen, mach mal die Knarre weg. Was für eine Knarre? Du hast eine Knarre in der Hand. Wer bist du? Tobi, Junge? Aus Kölnlisch? Was? Welche? Wo sind die denn jetzt mit der Regen? Mann, keine Ahnung. Scheiß auf die, Alter. Ich hab keinen Bock auf Gambo, Junge. Bei der Postamt, bei der Roten. Hä? Da waren welche auch damals mit der Roten. Ja, damals. Merkst du selber, ne? Ja, wir sind ja immer noch durchs Kopf. Ich hab schon wieder, wie die Autos stehen, Alter. Aber die sind schon wieder aufstehen. Reihe, Reihe. Reihe. Ja, hä? Ein Powerbauen, hä? Was ist passiert? Ja, okay. Ja, wenn ihr das... Wenn ihr stattdessen habt, Boteflexe. Das war mal wieder. Das ist aber schon länger her, Alter. Das sind die. Ja, okay. Dann sogar weiter. Die sehen auch nicht so aus, als wenn die Regenbogenflexe tragen. Aktuell nicht, danke. Aktuell nicht wirklich. Ey, sind die 49ers wieder da? Wollt ihr meinen Leute denn kaufen? Nö, das sind die Bloodys. Was für Bloodys, Junge? Ja, die heißen Bloodys. Ja, ja. Bloodys, das ist ex-Enden-Zeich. Enden-Zeich? Ex-Bretter-Abend. Ja, ja, ex-Bretter-Abend. Die haben die alte 49er-Flag. Die haben die alte 49er-Flag. Bäh. Ja, top, ne? Dann flügig noch beim Suchen. Ja, ja, mach da, dude. Haut rein, Jungs. Das ist mir scheißegal, Alter. Die wollen wieder nur Bretter, nee, die Bieden. Ich wollte behindert nicht sagen, tut mir leid. Regenbogenflexe, Junge, was labert. Oei. Regenbogenflexe, was interessiert mich, ob die irgendwelche Bauern abknallen, Alter. Ich bin so froh, dass der Bademeister schon fänden ist. Oh, ja. Und gut, das finde ich da. Ja, 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 ja. Wie rennst du eigentlich rum? Aber du hast die falschen Dings an. Timberlands. Nee, das sind die Originalen. Nein, Mann. Da gibt es noch hellere. Nee, die helleren sind nicht geregelt. Okay, dann sehen die nur dunkel aus. Machst du deine auf D-N-X oder was? Ja, klar. Oder? Ich finde, es sieht sehr gut aus. Hi. Hi. Ich guck mal hier. Junge, wird die auch nicht egal. Ich will gar nicht wissen, wie das gewesen wäre, wenn wir finden, wie Bademeister da gewesen wäre. Ich bin froh, dass der Bademeister fänd. Was fand der jetzt? Ach, die Märchen. Ja, wo bist du jetzt? Ich hab noch meinen Sohn im Kofferraum. Da kommt eine von Hustler oder was? Ja, 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 ja. Ja, aber die müssen das doch wissen, wer die trägt. Ja, nee. Der weiß nicht, wer die trägt. Ich bin am Telefon. Ist aber auch fucking egal. Scheiße auf die. Ich will doch nur ein bisschen... Nee, ich weiß genau. Hör auf. Lass es sein, Junge. Lass es einfach sein. Ich weiß genau, wo das endet, Alter. Nein, nein. Doch, ich weiß genau, wo das endet. Da kommt dir wieder ein Kopf um die Ecke, Alter. Dann kommt dir wieder der... Hör auf. Ich hab mich sechs Augen gezogen. Nee, lass es. Ich weiß genau, wo das endet. Lass es sein, Junge. Da kommt gleich wieder der Beti um die Ecke mit dem Kopfdinger. Dann steht auf... Nee, nee, nee. Sheriff Beti kommt gleich wieder. Ja, genau. Die Jungs haben da oben nichts... Das waren die nicht. Da waren mal welche mit so... Lass es sein, Junge. Boah, Junge, ich hab keinen Bock von rechts zu pushen, Alter. Hallo? Warum macht ihr? Ja. Komm mal mit. Da, also kein Dingens. Nein. Wer ist das? Jamez? Ein Scully. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Siehst du da? Genau, das meinte ich nämlich, Alter. Die zwei reichen schon, Alter. Geht bitte schlafen. Geht einfach bitte schlafen. Reicht. Hä, Scully war doch schon die ganze Zeit da. Ja, genau. Ich war die ganze Zeit da. Nee, das meinte ich nicht, aber ihr seid zwei Flitzpiepen, Alter. Ihr wollt überall rein rein. Nein, nein, nein. Hallo, das geht um Familie. Hä? Mein Sohn, komm mit. Hallo, du bist im Krankenhaus. Hä, gehst du jetzt krank aus, oder was? Ja. Warum? Händchen halten. Ja, abholen. Ist das der Mel, oder was? Achso, ah ja. Wir warten hier im Kreis, wie immer. Ja. Ja? Fahr mit dem anderen Kaffee. Ja? Nein. Ach, Junge, Alter. Ich wusste auch was. Egal, sondern die macht scheiß drauf. Was, du nicht weißt, sei doch einfach froh. Ach, halt die Fresse, mach, was er wollt. Ja, ja, ihr macht das schon. Viel Spaß. Halt den zurück, Güffi. Bitte gehen Sie, bitte, bitte. Nein, Güffi. Ich bleib hier. Geh ruhig. Feiner, Güffi. Geh ruhig. Nein, Güffi. Geh ruhig. Mach ruhig. Ja, damit auf, ich will nicht. Fahr schon hinterher. Ich weiß genau, ich weiß das genau, fahr hinterher. Ich meine, ich bin mit dem Maffel und dem Schiff, geh hier. Aber ich unterdrück das. Mein Kopf ist der Sieger. Ja, geh. Nee, nee, nee. Geh, ich weiß genau, dass alles in deinem Körper kocht. Nein, nein. Du siehst dich schon wieder. Ich hab meine Badehose vorhin weggeschmissen. Ich hab dir einen Nagel gehängt, okay? Bleib mal, wer ist jetzt? Jack ist unterwegs. Ja, das reicht schon. Scully und Dings. Ich wurde nur vorhin angerufen. Ich muss da eventuell mal kurz zurückrufen. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich bin legal unterwegs. Ich bin aus, da bin ich rausgewachsen. Bloß nicht mehr so ein Mist. Weg ist er. Seht ihr das hinter der roten Mauer auch leuchten? Ja. Scheiße. Aus! Bruder, da gibt's kein Dings. Das ist nur Rumi. Die gehen nicht schuten. Der Jack weiß genau, dass er da nicht mehr mitmachen kann. Es gibt kein Gumbo. Kein Düterlicht mehr. Boah, ich habe... Also... Ah, ich muss noch ganz kurz zu Cody's. So, du wolltest irgendwas spoilern. Move hin. Ja, äh... Hatte ich schon. Ja, was denn? Inse... Wait. Bluetooth, oder was? Je, je. Naja, hier, ne? DC. DC Universe. Genau. Sag mal, bist du besoffen? Junge, schick Bluetooth. Junge, Bluetooth ist immer so aufwendig. Auf reinzukicken. Ja, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ui, was einfach... Ich frage den Jack jetzt, Alter. Wo ist denn meine Karre? Ich frage den... Ich frage den... Ja? Ja, sag mir wenigstens, wer das ist. Ich weiß es noch nicht. Ja, aber... Was hast du denn vor? Ich will nur mit dem quatschen und sagen, äh... Ihr müsst nix mal aufpassen, auf wen ihr da schießt. Und da könnte sein, dass da die falschen Leute dazwischen stehen. Wie sollen die das denn wissen? Nee. Hallo, die können doch nicht so was einfach rein auf den Knattern. Skuli, Schwabbel... Skuli, Schwabbel, mein Sohn... Auf einmal ist der Schoko auch noch hier. Schoko ist auch da, ja, genau. Ja. Aber ich geh jetzt pennen, Alter. Was? Schoko ist auch am Start. Wo kommt der auf einmal her? Wir hören uns morgen, ne? Ne, ich geh noch nicht pennen. Ich chill noch ein bisschen. Okay, ja, ja, alles gut. Alles ruhig. Okay. Gifli steht hier auch auf heiße Kohlen. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Los, Kuss. Schöne, lass es sein. Was soll ich machen? Die zwingen mich in die... Lass die. Nein. Ich bin einfach OG Curtis Cush. Was soll ich machen? Lass es sein. Ich kann nix dagegen tun. Die Rolle... Ich bin befleckt. Ich bin einfach befleckt. Bring mir die Shotgun, wir gehen auf Jagd. Ab ins Köpchen. Wo ist denn noch eine Knarre? Wir können los. Ich bin einfach Ölge, Junge. Aus, Curtis. Puh. Ich bin einfach Ölge. Ich bin schon mal ein neuer Angestellter. Ich bin gleich... Na, ich mach gar nix. Puh, das... Lass es sein. Ja. Denk da gar nicht drüber nach. Genau. Wir machen Haare seitig glänzend und wir machen Klamotten schön. Sonst nix. Ja, ja, genau. Nix mehr von rechts irgendwo. Hab ich keinen Bock mehr drauf. Mein Leben ist mir wichtig. Ich muss da meine Zukunft bringen. Ich bin von rechts kämmen. Richtig, wenn dein kleiner Bruder das macht, ne? Ach, mach was du willst, Junge. Nein, nein, nein. Ich hab gesagt, ich will eine Farm oben im Norden machen. Ich mach meine eigene... Ja, du siehst doch, was passiert, wenn du eine Farm oben im Norden machst. Dann bist du abgeknallt. Ja, da kommen die Gangster. Wieso? Wer wird dann abgeknallt? Irgendjemand auf der Farm. Irgendjemand wurde gerade auf dem Bauernhof abgeknallt. Und da war die Melbeine, verflossen vom Herkirchen. Und jetzt will er da hinfahren und sagen, pass beim nächsten Mal bitte auf, auf wen ihr schießt. Bitte packe ich mir in der Schuttgart unter. Weil das machen nämlich ängste Gangster. Die fahrt da hin und sagen zu anderen Gangstern, pass mal bitte nächstes Mal auf, wen du da abknallst. Pack mir in der Schuttgart unter meinen Schaukelstuhl und dann soll mein Mann kommen. Ich kriege wieder Ärger. Lass mich in Ruhe. Oder dann im Skitterbett. Ich gehe wieder schlafen, Alter. Ich schließe mich ein mit dem Muffet. Und Mila. Ja. Die ist da zu Hause. Das ist ja normal. Yo Ice, danke schön für den Prime 17. Und MK, danke für den Prime 2. Nach dem Guff-Zapp, jetzt war mein Zapp. Danke schön. Waxi hat man schon gehört. Ja, Chat, ich weiß genau, dass ihr das wollt, Alter. Aber... Und dann kriege ich wieder Ärger. Die bringt aber auch keine neuen Track-Mauer, oder? Ja, ja, ja. Ich weiß genau, was ihr wollt. Ganz schön enttäuscht. Ihr seid irre im Kopf. Ihr wollt wieder Grow-Feeling haben. Ihr wollt wieder, dass ich ausraste. Und durchdrehe. Aber ich will keinen Gambo. Ich will einfach nur Klamotten verkaufen. Lass mich in Ruhe. Vielleicht irgendwann mal. Wer weiß. Boah, ich will mir gar nicht... Ja, mein Gott. Er ist... Weißt du, dass das komische ist? Ich sag's so, ich will wenigstens wissen, wenn das ist. Er sagt, ja, das weiß ich noch nicht. Aber er will irgendwo hinfahren und jemanden sagen, pass mal bitte auf. Klar, weißt du das schon. Ja, ja. Der fällt jetzt überall rum und sagt das einmal jedem. Damit er weiß, dass das ist abgedeckt. Ich muss meine innere Mitte... Das Beste ist, ich weiß einfach genau, wie der da gerade in deinem Kopf ticker ist. Bei mir tickert gerne. Ich seh das ganz genau. Ey, lass mich in Ruhe. Ich hab ne Idee. Aber ich glaub, auf Krankenhaus, das gehört, das ist auch kein Lust. Nee, nee, nee. Ich muss da ein bisschen meine innere Mitte finden. Beruhig dich. Hallo. Beruhig dich. Der Ruh ist ganz dreckig. 2014 gehört es. Beruhig dich. Du hast kein Zungenpiercing drin. Du bist ein neuer Mann. Ich denke, du hast ein Waffenholz an. Du bist jetzt was Besonderes. Ja, ja. Hey. Du nimmst jetzt nicht deine Shotgun, und gehst die ficken. Du beholst jetzt nicht die SMGs und gehst die ficken. Nein, das brauchst du gar nicht. Du hast ein Holz da. Stimmt, ich könnte meine Plastikkanone meine Wasserpistole ziehen. Er schmeißt die Plastikpistole auf dir auf. Ja, der geht da hin und sagt so, ey, hier ist jetzt Feierabend. Und dann machen die alle Feierabend. Ich mach gar nix. Ach, du musst doch gar nichts machen. Ja, ich weiß. Der denkt aber die ganze Zeit drüber nach und der trägt mich schon wieder auf. Nee, ich hab eher Angst um die Typen. Ich bin so stolz auf dich, mein Großer. Ich mach nichts, ich geh nicht schlucken. So ein Feini. So ein Feini. Ich bin noch auf der Street, aber ich vertig nur noch Klamotten auf der Street. Und dann steh ich ansonsten den ganzen Tag im Kreis. Das ist meine innere Mitte. Ach, ich ahne irgendwie Schlimmes. Nein, ich mach nix. Wer hat das böse Wort gesagt? Da treibt den schon wieder weg. Klamotten sind mein Freund. Ja. Denk an die ganzen coolen Klamotten. Ich würd, wenn du überhaupt nur was machen, wenn die herkommen würden oder so. Ja gut, zur Verteidigung, das ist klar. Dann würd ich die auslöschen. Und das ist keine Verteidigung gerade. Dann kommt die Reinkarnation von Önkel in mir durch, Junge. Und dann geht's richtig auf. Ja, aber da hört's dann schon wieder auf mit der Sache, wenn die herkommen. Wie? Ach, da kommt keiner her. Darum ja, da wird eh keiner herkommen. Nee, doch scheiße. Ich kenn die Olle nicht. Wenn die da abgeknallt wird, dann ist das halt so. Soll die sich nicht da in dem Gangturf am Bauernhof rumtreiben. Ja. Da passiert sowas auch nicht. Was lässt sie sich auch mit den Olle nicht so nicht sein? Du fährst einfach aus der Stadt raus, weil das ruhig kam, Witz und Angst, dass vor irgendwelchen Gangstern und alles zu kriminell hat er Chills an einem Bauernhof, Junge, wird's abgeknallt. Kommt mit Gang vorbei. Bist du nirgst unsicher. Und dann kommt die Crime Force vorbei mit O'Brien und der sagt, oh, weiß ich nicht, was dir los ist. Keine Ahnung. Mich interessiert das auch nicht mehr. Ich bin einfach, um mich zu sein. Ich lass die anderen alle arbeiten. Das ist auch ein richtiger Sessel-Spurzer geworden, ne? Wer? Ja, der O'Brien. Der hat sogar irgendwie gesagt, das ist der Chef oder so. Ja, der macht jetzt gar nichts mehr. Der sagt jetzt nur noch, ihr arbeitet, du arbeitest, du machst das und fertig. Ja, weil der Scheid macht der Fall schon zu laufen. Ja, der macht ja gar nichts mehr jetzt. Warum weiß der denn als Chef nicht Bescheid, was da abgeht so? Wer ich, also ich bin jetzt, ich hab jetzt kein Polizier, doch ein bisschen kann ich mich da reinsteigen, in die Polizei denken. Aber wenn ich doch der Chef wäre, dann würde ich doch von meinen, von meinen Polizisten und so verlangen, dass die mir irgendwelche Dokumente zukommen lassen, damit ich aufgeklärt bin, worüber was in der Stadt und so abgeht. Wo, wer wohnt, wer da chillt, bla bla bla. Ich meine, solche Informationen haben der Bademeister uns zusammengetragen und der Mann. Man muss halt schon so ein Problem. Und wenn die da so hinkriegen, so, ich glaub, ich geh da mal ein bisschen... Was spät ist denn das? Boah, wir haben viel nach Elf? Ja. Ui, ja, Bruder, ich glaub, das wird dann heute noch nix mehr so. Das ist ja gleich schon Zähnepützchen oder Zähnepützchen. Zähnepützchen, ab aufs Klo, ab ins Bett. Ich sitze da wieder. Mal heu nicht rum. Morgen Mittag, morgen früh, morgen früh. Ach, ja. Ja, wahrscheinlich... Wallah, bre, Korani, warte, wenn ich morgen dich anrufe, in mein Handy drin in Los Santos und du gehst nicht ran, ne? Und du kommst, wenn ich wahrscheinlich noch pennen. Nein, ich penn, ich bin Frühaufsteher mittlerweile. Ich bin topfit, Junge. Jo. Ist doch so. Gesunder Lebensstil jetzt, ne? Gott. Ich bin nach hinten mal Mörder, wollen wir später. Ja, ja, ja. Ist klar, Giffy. Das ist mein Wichser, Alter. Das ist ein Maul. Ohne Witz. Oh Gott. Ja, da war eine Nummer zwei. Ja, sag Bescheid, Muffin. Alla mi alaikum. Hello. Weißt du, mit der Zeit musst du aber ein bisschen erwachsener werden. Mann, 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 Mann. Komm, wir chillen, da bist du gleich open. Wohin? Irgendwo chillen, keine Ahnung. Wir werden ja schon wieder von allen guten Geistern verlassen. Auf den Sofa, oder was? Weiß nicht, ob bei Coach 9 abhängt. Ich glaube, bei Coach 9 ist das nicht mehr. Oder? Da davor. Vielleicht noch. Weiß ich nicht. Steht noch ein Auto. Da steht einer. Hat schon wieder einer den Ball hochkommt. Überhoffnung hat der nicht runtergeholt. War bestimmt der Shorty. War super. Ich hab dem schon 20 Mal gesagt, der soll das Scheißding da wieder runterholen. Nee, das ist das Schiffgelass nicht, der Bademeister. Na, guck mal, der Yuri ist noch da. Ah, stimmt. Doch nicht alleingelassen. Das sind wahre Freunde. Da ist das schon aus. Hallo. Hi. Tach, tach. Du bist. Ey, Könntes, kannst du mir eine Rechnung machen? Ja, kann ich. Eine Rechnung schreiben? Warum? Dass ich diese Schuhe bei dir gekauft hab. Ach so, eine Rechnung schreiben. Ja, da macht der Muffin. Kannst du dir aber morgen holen. Ja, aber so eine Rechnung mit vielleicht noch einem Foto drauf. Ja, ja. Klar. Und weil das D&J-Bantle, wenn ich so eine Rechnung mit Foto drauf hab, und wir werden die abgezogen. finden, wenn du einfach mal gegen die Fensterscheibe springen würdest. Ich glaub, das steht dir, Cody. Nein. So einfach kannst du Leute dazu bringen, gegen die Fensterscheibe zu springen. Ach, schon mitbekommen, Yuri? Wusstest du jetzt das Gangs irgendwie auf Bauernhöfen schillen? Bauernhöfen? Ich hab grad eine Freundin vom Merck angeschossen auf den Bauernhof, weil da eine Gang hinkam. Seine neue Mitarbeiterin. Jetzt zauern die schon aus der Stadt ab und verpissen sich in den Norden. Hat doch schon gerecht, dass heute irgendwie zehn Leute ins Krankenhauskampf und wegen der, ich hab von der Kuh getreten. Von der Kuh getreten? Ja, lass ich doch mal reden. Wie, von der Kuh getreten? Ja, keine Ahnung. Anscheinend von der Kuh. Neulich sind auch am Würfelpark drei Kühe langgerannt. Wahrscheinlich waren es die wieder. Wie, und die rennen hier rum und treten Leute? Ja, keine Ahnung. Soll angeblich passiert sein. Lass die mal suchen, daraus können wir Burger machen. Geil. Ah, ne, ich bin tierlieb, fuck. Mann, ey. Was geht hier so im Kreis? Ja, nix. Ja, vielleicht gar nix. Was geht denn heute noch in der Stadt? Ist doch irgendwo irgendwas los? Irgendwas offen? Club oder so? Bauernhofparty. Ich glaub, Unicorn hat auch. Nee, oder hat er auf? Aber wer geht denn da hin? Wofür geht der Internet? Ja, war jetzt schon witzig. Jiggy und ich waren jetzt irgendwie zwei, dreimal da und haben Jacob für uns tanzen lassen für 50.000 Dollar und peinliche Fotos von ihm gemacht. Das war schon witzig, aber irgendwann ist auch die Luft raus. Das hab ich sogar noch, ey. Ja, zeig mal das Foto von Jacob, wo er auf der Toilette für uns getanzt hat. Äh, meinst du MPD oder? Ja, MPD. Ja, das sind die, die. Hey, 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 hey. Real Gangster. So, und was hattest du jetzt hier vor? Du willst den ganzen Müll aus dem Park entsorgen? Oh, die Dings, der die Penner zählt und so. Ja, die weg und da dann vielleicht mit dem Bauern sprechen, ob die da an der Haarspipe hin bauen können. Was für ein Bauern? Ach, Bauamt. Bauamt, ja. Ich hab Bauer verstanden. Nicht die Bauern? Komm, ein Traktor reicht alles ab. Findest du nicht gut, die Idee? Ich find das eigentlich nicht schlecht, dass die ganzen Obdachlosen da wohnen. Da werden die wenigstens beschützt und nicht abgezogen. Ja, aber die haben schon tausend Huts unter der Brücke da vorne, ihr Camp und so. Aber bei uns ist es schöner. Dann biet denen doch eine leere Wohnung an. Schönen Abend euch noch. Passt auf euch auf. Tschüss. Wir sehen uns, Donner. Außer. Ist das nicht deine Perle, Juri? Nein. Er trägt allein. Donner ist übrigens der Meinung, dass du für jede der Actionfiguren, die du ihr geschenkt hast, angestanden hast. Ich hab sie in dem Glauben gelassen. Ähnlich. Sehr gut, sehr gut. Wie wird für eine Actionfigur? Oh mein Gott, ich bin... Alter, ich werd heute Nacht von Kreisen träumen. Aber das ist doch ein Ei, kein Kreis. Sagst du dem Maffel morgen Bescheid wegen Rechnung und so? Willst du so ein Dings haben, ne? Echtheitssiegel-Scheiß? Ja, das wär fresh so. Ja, ich hätt genau noch eins. Aber das klappt nochmal mit dem, ne? Dann will jeder den Scheiß haben. So eine Quittung, ne? Äh, tatsächlich bevorzuge ich den Kreis, um das zu pushen, ja. Aber das ist ja schnell gemacht, wenn du so eine Vorlage hast, oder? Ja, ja. Hat wird schon, klar. Ich geh jetzt pennen. Das minimiert mich, dass die Leute die... Irgendwas warmen, Juri, aber ich... Wo ist denn die Sonnenbrille? Sonnenbrille? Ja. Ist ja nicht, du hast die verschenkt. Nein, nein. Oh. Hast du jetzt so viele Schlüsse? Ich geh jetzt fällig. Gute Nacht. Ja, ja, schlaf also gut. Ich hätte da beinahe. Ich kam ja heute ein bisschen früher. Oh, ich glaub, dir mir geht's nicht so gut. Ja. Ja, geht's dir gut? Ja, ja, das waren alles die Fälle aus der Eastside. Waren die das doch? Ja, 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 ja. Also haben die gelogen? Nein, das ist nicht der bunte Fleck gewesen. Das war ein bisschen... Denkst du, die haben gerade gesagt, das waren die. Ich kam grad hier an, guck auf die Kreuzung, da steht Schwabbel mitten auf der Kreuzung und alle um den herum auf dem Boden. Aber die haben sich gerade erst geboxt, aber ich dachte, Schwabbel hat die alle fällig gemacht. Ich quatsch jetzt mit denen in Ruhe. Ja, warum mischt ich da nicht den Scheiß ein? Klar, das ist dumm, aber was sollen die machen, Alter? Sollen die vorher Personalausweis fragen? Ja, besser aufpassen, wo man schießt. Ja, nee. Ja, genau das. Haben wir aufgepasst, wo wir knattern? Klar, Nacktscanner. Ja, gar nix, Junge. Ich geh jetzt pennen. Und denk an den Job, wenn du Welle machst, Alter. Dann geht nicht. Ja, ja, ich mach keine Welle. Ich sag halt nur und halt mal ein bisschen in den Schwabbeln und so und da kommt Wolle. Ja, 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 ja. Ja, ich geh rein. Gute Nacht, ey, ja. Hau rein, bis morgen. Bis morgen. Oh, mein Gott, ich will so froh, dass Finn und so nicht da sind. Allein für das Lügen, Alter. Das hat jetzt schon geknallt. Hallo, Max. Ja. Läuft. Läuft. Ei, ei, ei. Alte Kiste läuft, das ist gut. Keine zwei Wochen Pause. Hat schon Angst. Hab schon Angst, dass ihr mich hassen werdet. Äh, nö, Schott, ich spiel Pina doch mit der alten Möhre jetzt, wo ich seh, dass das läuft. Keine Sorgen, ihr werdet eure Lachkeks schon bekommen. Aber ich will mindestens da mit am Anfang ein bisschen mithelfen mit den Klamottenzeugs und so. Weil das macht mir auch mehr Spaß. Haben wir halt Schlegetag, ist doch cool. Dex ist bestimmt nur da, ne? Klar, ist der da. Ja, der ist hinterher unten. Ich verstehe gar nicht, wie die das alle machen. Das ist irgendwie eine Hassliebe. Was ist eine Hassliebe? Was macht der denn? Ja, ja, Masahiro, der Computer ist wieder kaputt, Alter. Frag nicht. Steh dienstags morgens auf, denk mir so, ja, geh zum Rechner, Alter, ich will den anmachen. Geh nix, wieder eingeschickt. Aber für die Zukunft bin ich da zu 99% bisher abgesichert. Aber weitere Informationen, da kommen noch. Meine Frau weiß, wer Big P und Twinkie ist. Das ist halt kein Saftland, das ist ein Clowns-Verein. Ich bestelle da auf jeden Fall nie wieder. Ich will jetzt auch nicht irgendwelche Leute, die Influenzen, Alter, macht, wie ihr das meint, aber ich persönlich bestelle da nie wieder. Auch allein wegen der Tatsache, dass der Support einfach so grauenhaft schlecht ist. Wenn ich mit einem Techniker am Telefon rede, will ich nicht, dass der mir sagt, ja, mach mal ein Foto von dem PC. Ich will gucken, ob ein Kabellose ist. Schon beim zweiten Mal einschicken habe ich gesagt, ich möchte gerne, dass das Netzteil getauscht wird, weil ich die Befürchtung habe, dass damit noch nicht stimmt. Aber das interessiert die Leute halt einfach nicht. Ne? Äh, Castro, dankeschön noch für den Prime-Zap im 35. Küss mich. Und Nightfox, dankeschön für den Gift, der dann Alpha Centauri. Und Vdenya, vielen lieben Dank für den Zap und herzlich willkommen. Und Swipsy, danke für den Rieser-Beneunten. Und Fini, danke für den Prime im dritten. Eis hatten wir. Äh, ne, war selbst zusammengestellter Computer, aber wurde von denen zusammengebaut. Schau mal, wo ich noch 10-Key bestellen. Oh, stimmt. Ne, doch, ne. Ja, je nachdem, was die da austauschen. Wenn die das Mainboard nicht austauschen, kann ich ja die SSD wieder einfach reintun. Ist ja alles abgestimmt. Ähm, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und vielen lieben Dank. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. War sehr schillig heute. Das Rummy mit dem Kreis, ja, ist halt so. Fand ich trotzdem angenehm. Nicht so, dass es mir wehtut im Kopf. Wir sehen uns. Was ist denn heute? Sonntag, morgen. Ab 19, okay? Tschüss. Und seid lieb beim Dexos. Tschüss. Tschüss. Und Big Peanut kommt dann wahrscheinlich Montag. Tschüss. Bye. Have a good night time. Ich mach nicht mehr Red. Ich mach Host, Alter. Tschüss. Winke, winke. Tschüss. Tschüss. Bye. See you. Peace.